Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Wahre Perfektion gibt es nicht nur in Valinor. Ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, das werden wir heute herausfinden und damit herzlich willkommen oder Megowannen, wie es bei den Hochelben heißt, zur ersten Recap-Besprechung zur zweiten Staffel von Amazons Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht. Und zwei Jahre lang hat man uns zappeln lassen, warten lassen oder auch nicht. Und das habe ich natürlich nicht allein getan. Moin, ich bin der Dom, sondern an meiner Seite ist jemand, der hier, glaube ich, bei jeder Besprechung dabei war, außer beim Staffel-Recap zu Die Ringe der Macht. Und damit herzlich willkommen an den Lasse. Hallo, ich freue mich tierisch wieder dabei zu sein. Es war doch eine lange Zeit. Ja, es war lang und irgendwie doch nicht. Weiß ich nicht. Also es ging schneller rum, als ich dachte. Es ist einfach viel passiert in den zwei Jahren, halt auf menschlicher Ebene. Wir alle haben ja unsere Leben, ne? Ja, genau. Und da wir alle ein Leben haben, packen wir in diese Besprechung hier auch dann wirklich, wie ihr es schon dem Titel nach sehen könnt, wahrscheinlich da draußen. Alle drei Episoden, ja, wenn ihr das hier auf die Ohren bekommt, dann werden alle drei schon veröffentlicht sein. Wir packen alles in eine Folge diesmal. Also das heißt, das wird hier nicht so ein ausführliches Recap wie die, die wir vor zwei Jahren gemacht haben. Oder auch zuletzt die zu House of the Dragon, also zwar schon in einer ähnlichen Herangehensweise. Das heißt, wir werden so nach und nach das Szene für Szene abgehen, so auf die Inszenierung eingehen, Schauspiel etc. Alles, was uns so auffällt und vor allem die Musik wahrscheinlich. Je nachdem von der einen oder anderen Seite. Die Recaps, die dann in den folgenden Wochen erscheinen werden, da kann ich noch nicht genau sagen, ob wir die vorproduzieren werden. Und das ist schon das Stichwort vorproduzieren, denn wir haben nicht nur freundlicherweise die ersten drei Episoden vorab zur Verfügung gestellt bekommen, wie es angekündigt war und worüber wir schon ziemlich entzückt waren. Nein, Lasse, sag mal, was wir, ich glaube, zum letzte Woche Donnerstag, also wenn ihr das hört, ist das schon ein bisschen länger her, aber sag doch mal, was haben wir da abends bekommen? Die volle Packung, alle acht Episoden. Ja, unfassbar. Da war ich doch auch sehr überrascht. Ja, also wir dürfen natürlich nur jetzt über die drei Verfügbaren sprechen. Da haben wir auch ganz strenge Auflagen bekommen. Wir haben, glaube ich, sogar, genau, wir haben ein passwortgeschütztes PDF-Dokument bekommen, nur für die Spoiler. Ja, ob das alles so berechtigt war, top secret und so weiter, das wird sich am Ende dieser Recap-Phase offenbaren. Ich kann schon mal sagen, ich habe inzwischen alle acht Episoden gesehen, relativ schnell hintereinander. Du hast dich, glaube ich, in einem Vormittag eingeloggt, wo du viel Zeit hattest und die ersten vier Folgen weggebingt, meine ich, ne? Genau, die ersten vier Folgen dann direkt hintereinander und weiter bin ich jetzt auch noch nicht. Ja, da dürfen wir so oder so nicht drauf eingehen. Mal schauen, wann dann das vierte Recap erscheint. Also wir werden uns Mühe geben, mit den Screenern so weit vorzuproduzieren, wie wir können. Der Pferdefuß dabei ist, dass wir eben alle zur Verfügung gestellt bekommen haben, aber die nur bis zu einem bestimmten Datum. Und dann sind wir auf die reguläre, lineare Ausstrahlung angewiesen oder was, ja, was, nee, lineare eigentlich nicht, weil ist ja Streaming, ist egal. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen, aber ja. Ja, und hinzu kommt auch noch, dass die sechste Folge, die am 19. September erscheinen wird, da müssen wir mal schauen, weil wir haben nämlich Ende September ein Redaktionstreffen vom Tele-Stammtisch, wo wir endlich mal auf einem Haufen zusammenkommen. Und ja, Lasse, wir haben uns, glaube ich, noch nie persönlich gesehen. Also es ist schon krass, oder? Ja, es ist eine verrückte Zeit. Und deshalb werden wir da mal schauen, wie das dann letztendlich mit der Vorproduktion allem läuft. Ich persönlich werde dann wahrscheinlich für Folge fünf und sechs nicht zur Verfügung stehen. Da wird dann jemand anderes mit Dom sprechen, aber dann bei Folge sieben und acht bin ich dann wieder ganz regulär dabei. Genau. Ja, dann würde ich sagen, verlieren wir auch keine Zeit mehr, weil wir haben immerhin drei Folgen abzudecken. Was ich aber vorher noch sagen kann, und das habe ich beim Precast Schande über mein Haupt leider vergessen. Natürlich gilt ab hier eine absolute Spoiler-Warnung. Und das sowohl für die erste Staffel von Die Ringe der Macht, als auch, ja, vorsichtshalber sage ich es immer wieder, so ziemlich alles zu Herr der Ringe, dem Hobbit und den zwei Trilogien von Peter Jackson, was hier irgendwie mal aufpoppen könnte. Ganz genau. Und plus natürlich die Sachen, die wir in den jeweiligen Recaps besprechen. Das heißt hier Spoiler zu den ersten drei Folgen der zweiten Staffel. Ja, ja gut, die arme Seele, die sich das hier anhört und das noch nicht gesehen hat. Ja gut, vielleicht gibt es ja gar nicht so wenig davon, weil manche interessieren sich, glaube ich, eher so für die Rezeption für der Serie und weniger für die eigentlichen Folgen, habe ich mal Leuten hören. Aber gut, damit springen wir rein, würde ich sagen. Wir bekommen eine relativ lange Zusammenfassung am Anfang, also wirklich so ein Previously On. Und ja, mein Gott, es ist natürlich schon stolze zwei Jahre her, also wirklich, glaube ich, fast auf den Tag. Letztes Mal war es ja, glaube ich, Anfang September, jetzt Ende August. Und was wir aber noch nicht zu sehen bekommen, ist das neue Intro. Da gehen wir bei der zweiten Folge darauf ein, würde ich vorschlagen. Nein, wir werden direkt mit einem Cold Opener reingeworfen, sodass wir auch nicht sehen, wer hier am Werk war. Und es sind zwei Rückkehrerinnen aus der ersten Staffel, nämlich zum einen auf dem Regiestuhl Charlotte Brandström, wo ich jetzt auch erstmal registriert habe, dass sie sich mit Ä und Ö schreibt. Die Dame ist ja irgendwie, ich glaube, die ist in Frankreich geboren und in Schweden aufgewachsen oder so ähnlich. Irgendwie ein bisschen wilde Mischung. Auf jeden Fall, ja, versierte TV-Regisseurin hat zuletzt auch für Shogun gedreht, beispielsweise. Also ich hatte mal in die IMDb geguckt und war echt platt, wie viel Zeit die noch gefunden hat für anderes Zeugs, abseits von Rings of Power. Weil das ist ja nun mal wirklich ein Riesenprojekt. Ja, gute Regisseure oder Regisseurinnen, die kriegen dann noch Prestigeprojekte. Genau, und Charlotte Brandström hat ja, bei der ersten Staffel hat sie ja zwei Folgen inszeniert, die ja so, ja, die eine war relativ actionreich, die andere eher so Aftermath. Und hier ist sie jetzt deutlich mehr federführend. Also ich kann auch schon mal sagen, bei den Folgen, die noch kommen werden, sie ist auch an welchen beteiligt, wo sie Co-Regie gemacht hat anscheinend. Bei ihren anderen Kollegen, Louis Hooper und Sana Himri oder Hamri, soweit ich weiß, die hier auch Folgen inszeniert haben. Also es ist diesmal komplett unter weiblicher Regie. Und ich hatte mich so ein bisschen gefragt, weil in den Intros ist tatsächlich, also einmal steht Brandströms Name oben und dann unten jeweils mit der anderenjenigen, welchen geteilt. Und da dachte ich mir so, hm, es könnte auch auf Reshoots hindeuten eventuell, ne? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Nämlich tatsächlich hat man ja diesmal auch in verschiedenen Ländern gedreht. Weil diesmal ist ja Neuseeland raus als Drehort. Diesmal hat man ja in Großbritannien gedreht und aber auch, so viel ich weiß, in Tunesien oder wo genau war das? Und ich schätze mal, dass einfach tatsächlich die Umstände, dass in verschiedenen Ländern gedreht wurde, ist so ein bisschen geschuldet. Ich schätze mal, dass man deswegen so quasi zwei Drehteams hatte, um Aufwand zu sparen. Also könnte ich mir denken, dass bestimmte Sequenzen in einem bestimmten Land oder in bestimmten Ländern einfach alle unter einer Regie entstanden sind und der Rest halt unter anderer. Ja, ist gut möglich. Ja, so Second Unit mäßig, ne? So gab's ja auch schon damals bei Peter Jackson, wo sie irgendwie parallel auf zwei Inseln von Neuseeland gefilmt haben. Oh ja, genau. Beim Skript haben wir auch eine Rückkehrerin, nämlich Jennifer Hatcheson. Und da muss ich jetzt den Namen auch endlich mal korrigieren. Ich hab nämlich immer Hatchinsen gesagt. Die Dame war ja bereits an der ersten Staffel beteiligt, hat in meinen Augen auch mit die beste Folge geschrieben, nämlich die zweite. Und ja, ich hab mich sehr gefreut, als ich am Ende des Abspanns ihren Namen gelesen hatte und wusste auch sofort, warum die mir so relativ gut gefallen hat. Aber Lirum Larum, damit tauchen wir ein. Wir sind wieder in Mittelerde. Allerdings nicht im zweiten Zeitalter, sondern, ja, so tausend Jahre vorher werden wir einfach reingeworfen am, wie war es jetzt, am Ende des zweiten Zeitalters, äh, ersten Zeitalters war das doch, glaube ich, ne? Ja, müsste hinkommen. Okay, dann doch nicht tausend Jahre, aber auf jeden Fall einige Zeit dazwischen, weil, man muss ja wissen, ein Zeitalter in Mittelerde kann bis zu 3500 Jahre umfassen, glaube ich. Und wir sind an einem Ort, äh, den wir auch schon mal in der ersten Staffel gesehen haben, ne? Ja, genau. Wir sind, äh, ganz, ganz weit oben im Norden. In, äh... Horroth Wave. Horroth Wave, äh, wo diese große Festung Saurons steht und... Morgoth, Morgoth, nicht, nicht Dauron. Ach ja, die Festung Morgoths, genau. Aber apropos Sauron, nämlich wen wir hier zu sehen bekommen, ist Sauron, allerdings nicht exakt in der Form, in der wir ihn bisher in der ersten Staffel gesehen haben. Genau, äh, nämlich in Gestalt von, äh, Jack Loden. Das haben leider schon Behind-the-Scenes-Clips, äh, vorweggenommen. Ich muss auch sagen, also, da fand ich das Marketing wirklich blöd, weil, äh, wenn man da nichts von weiß, dann ist diese Auftakt-Szene schon... Unerwartet, oder? Ja, ich hab, du hattest so gewisse Andeutungen gemacht. Ich wusste halt vorher nichts. Mhm. Und ich hatte mir so ein bisschen gedacht, äh, wo das starten könnte, aber ich war trotzdem sehr positiv überrascht. Ja, äh, zu, äh, Jack Loden, also, der ist ja Making-of, äh, kurz zu sehen gewesen. Den dürften viele tatsächlich, also, ich hab sie auch noch nicht gesehen, aber es gibt ja diese Apple-Serie Slow Horses, äh, die irgendwie... Spionage-Ding mit, äh, Gary Oldman und, äh, da ist der vor allem sehr draus bekannt. Ich, äh, hab ihn, äh, also, ich hab ihn hier natürlich nicht direkt erkannt, aber ich weiß nicht, hast du Fighting With My Family gesehen mit, äh, Florence Pugh? Nein, leider noch nicht. Oh, okay. Unbedingt nachholen. Ganz, äh, großer Tipp von mir und, äh, äh, nur kurz am Rande, also, da geht's ja um Wrestling und ist ja eine wahre Begebenheit. Sie spielt ja diese Page, äh, so und so und, äh, sie und ihr Bruder wollen ja wesseln und sie wird dann aber nur genommen und ihr Bruder hat das Nachsehen. Und ihr Bruder wird gespielt von Jack Loden. Ah. Oder aber man kennt ihn zum Beispiel auch als Fliegerass, äh, aus, äh, Christopher Nolans Dunkirk. Ich glaub, das ist derjenige, der, äh, Spoiler für Dunkirk, äh, der irgendwie fast in seinem Cockpit ertrinkt, als er mit dem, mit dem Flugzeug abstürzt. Ah, okay. Aber, äh, hier, äh, tritt er nun als Sauron auf, also noch nicht Charlie Wickers und, ja, es ist auch nicht so eine typische Sauron-Inkarnation, ne? Nicht ganz, also, halt, wenn man, wenn man vor allem halt nicht bisher wirklich so mit dem Buchkanon vertraut ist. Mhm. Denn was ich über so die, über die Lore und so weiter weiß, denk ich mir, oh ja, ja, ich verstehe, was sie hier machen. Nämlich, und in den Filmen hatten sie ja tatsächlich auch vor, ihn kurz vor Schluss mal so zu zeigen, in seiner Annatar-Form sozusagen. Und, äh, das wurde dann letztendlich ein Opfer, äh, des Schnitts. Ähm, aber hier sehen wir dann nur tatsächlich so quasi so seine unverfälschte, so, Elbenform. Und, äh, ich, ich fand das ziemlich cool, weil er hat eine, eine, eine wundervolle, äh, sinistre Ausstrahlung und, äh, wirkt genau richtig. Und ich meine dann auch dadurch, dass er hier umgeben von Orks ist und diese Rede hält und so weiter. Ich finde das wirklich schon als ziemlich cool. Und eben aber für Leute, die ihn eher so kennen als den bombastischen Schurken, entweder so in, äh, spitzer Rüstung. Oder aber als flammendes Auge. Für die ist das hier natürlich ein super interessanter Kontrast. Aber es passt tatsächlich. Also, ich, äh, war erst so ein bisschen perplex, weil ich mir dachte, okay, irgendwie ist das ein bisschen unspektakulär. Aber, äh, wenn man sich dann auch mal so, äh, Fan-Illustrationen oder so weiter ansieht, kann ich nur empfehlen. Mythen aus Western ist der YouTube-Kanal, da taucht das auch in den Videos auf. Äh, das haben sie schon relativ gut getroffen, also mit diesem blutroten Gewand halt. Ja. Also, es ist ja noch nicht seine Anata-Form direkt, ne? Die kommt ja erst noch später in der Staffel. Mhm. Äh, die wird man ja wahrscheinlich in einigen Trailern gesehen haben. Ist Charlie Wickers mit Perücke, aber da kommt bis später zu. Äh, nee, hat mir wirklich gefallen. Und ja, er hält hier eine Rede, denn, äh, ja, es ist nach dem Fall Morgoths. Und er soll hier gekrönt werden mit, äh, der Krone von Morgoth, die wir auch relativ prominent hier sehen. Und es ist noch jemand anderes dabei. Also, nicht nur viele Orks, sondern auch Aadar. Ganz genau. Und hier haben wir eben auch ein neues Gesicht, da die Besetzung gewechselt hat zwischen den Staffeln, was ja schon viele jetzt im Vorfeld wussten. Mhm. Äh, wir haben hier jetzt, äh, Sam Hazeldyne. Mhm. Äh, als Aadar. Ähm, der, finde ich, auch, äh, einen guten Job macht. Und, äh, es hilft natürlich auch, dass er dieses, äh, Face-Make-up und so weiter hat und diese gewisse Aufmache. Und da wird vielleicht auch Leuten, die nicht ganz so extrem mit, mit so Auges-Augen gucken, wird denen das vielleicht auch nicht unbedingt gleich zu Anfang auffallen. Ja, ich finde, vom Make-up her sieht er tatsächlich ein bisschen orkischer aus, sage ich mal in Anführungsstrichen. Da war das bei, äh, Joseph Maul noch ein bisschen, bisschen zurückhaltend, da hatte ich das Gefühl. Ja, vielleicht, ja, ich, ich glaube, hier, hier könnte es ein bisschen mehr im wahrsten Sinne des Wortes in your face sein tatsächlich, aber vielleicht kam es mir auch nur so vor. Äh, ja, Sauron hält eine flammende Rede, äh, an die Orks und, äh, offenbart ihnen, dass er, äh, ja, äh, jetzt der neue Meister ist. Die Krone wird ihm gebracht, die Krone, die ja auch nicht nur irgendeine ist, sondern wirklich die von Morgoth, in der, äh, die Silmaril steckten, ne? Äh, ich hab jetzt allerdings nicht so drauf geachtet, ob da irgendwelche Einbuchtungen waren, wo die mal eingelassen waren oder so. Das hab ich, das ist eine generell sehr dunkle Szene. Ja, 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 es ist ein bisschen dunkel ausgelöchert, natürlich nicht irgendwie stümperhaft, aber es ist alles sehr, sehr düster. Ich, ich kann auch nicht sagen, dass ich wirklich exakt drauf geachtet habe, aber bei einer erneuten Sichtung, ähm, würde sich da vielleicht das eine oder andere Detail ergeben. Ja, da haben wir jetzt, äh, also gut, ich mein, ich hab die Folge jetzt, äh, äh, wie immer zweimal gesehen, also wir haben das, äh, müssen wir noch sagen, wir haben das Ganze in OV gesehen mit, äh, englischen Untertiteln. Also vielen, vielen Dank dafür, das fand ich sehr, sehr hilfreich, weil manche Schauspieler sprechen doch ähnlich, auch wie bei, äh, House of the Dragon zum Beispiel, äh, doch etwas eigentümliches Englisch. Ich konnte alles eigentlich größtenteils gut verstehen, aber ich war trotzdem sehr froh um die Untertitel. Ja, und man kann aber sagen, dass seine Rede nicht allen Anwesenden gefällt. Nee, und vor allem auch nicht deren Inhalt, denn, äh, ja, er, äh, er nennt sich eigentlich selber zum neuen Meister und, äh, sagt dann, also es hatte, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, also es hatte so ein bisschen was von der neue Abteilungsleiter, stellt sich vor. Oh ja, das ist absolut, das ist absolut der Fall, aber halt wirklich sehr schön Mittelerde-konform. Ah, da, da muss man auch sagen, also die Orks sind, sind, äh, top, also das. Die Orks sind ganz anders als in der ersten Staffel, ist mir aufgefallen. Ja, die sehen mehr aus wie bei Jackson, ne? Ja, vor allem, vor allem eben, äh, mit, äh, so ein bisschen abwechslungsreicher, weil in der ersten Staffel hattest du sie ja vor allem mit sehr, sehr bleicher, so vampirartiger Haut. Und hier sind sie sehr viel dunkler, geht so in Richtung Grün, in Richtung so, so Morast-Schwarz, so in die Art, also halt, sie sind schon sehr viel monsterhafter diesmal und so ein bisschen irgendwie abwechslungsreicher gestaltet auch durchaus. Sauron stellt jedenfalls seine, äh, Vision für das Ganze vor, denn, äh, ihm schwebt, äh, eine neue Macht vor und nicht nur der, äh, sichtbaren Welt, sondern eben der unsichtbaren Welt. Also hier wird wieder genau das aufgegriffen, was schon so der Appell war, äh, an Celebrimbo am Ende der ersten Staffel beispielsweise. Das will er schaffen, indem er Mittelerde versklaven will, also er strebt, äh, das ist ja generell interessant an Sauron jetzt durchaus, dann auch in der zweiten Staffel. Sauron ist ja aus seiner Perspektive eigentlich nicht wirklich bösartig, ne? Er will ja, er ist ein Ordnungsfanatiker. Ja, genau, er will alles so unter dieser Ordnung haben. Er ist nicht der, äh, schnurrbartzwirbelnde Villain so in der Art, sondern er hat halt seine Methoden, um die für sich genommen so perfekte Welt zu erschaffen. Jedenfalls jetzt momentan scheint das noch der Fall zu sein. Und ich hatte dadurch auch gewisse Vibes von, äh, das mag jetzt auch wieder albern klingen, aber ich hatte Vibes von Lord Farquard, äh, aus dem ersten Shrek-Film. Äh, da war das, äh, also der hat ja auch seine Du-Log-Welt und dann sagt er auch so von wegen, einige von euch sterben vielleicht. Aber es ist ein Opfer, dass ich bereit bin einzugehen. Genau, und hier ist das ähnlich, weil, ja, es werden schon ein paar Orks draufgehen, was dann auch nicht gut ankommt, wie du ja schon meintest. Äh, und ein Ork geht dann sogar so weit, ihn der Lüge zu bezichtigen und wettert dann gegen ihn. Äh, und Sauron hält dem dann entgegen, ja, äh, ihr werdet doch eigentlich nie akzeptiert werden. Ja, die Elben wollen euch nicht und so weiter und so fort und das schneidet doch sehr tief. Genau, die Menschen werden euch schlachten, ihr werdet nie wirklich, äh, ja, anerkannt werden, ne, als letzten Endes irgendwo auch Teil der Schöpfung. Und, äh, an diesem Ork, ich, ich weiß gar nicht, ist das der oder ein anderer, auf jeden Fall, äh, statuiert er umgehend ein Exempel, ne? Ja, genau, schneidet ihm die Kehle auf und so, die, die, die Herrschaft noch nicht mehr begonnen, äh, startet schon mit Blut. Mhm. Und, äh, das, das sorgt allgemein für Aufruhr und, äh, letztendlich nimmt dann Ada die Krone entgegen und, äh, sie machen sich bereit, Sauron zu krönen. Und das war ein, äh, grandioser Effekt, wie ich fand, einfach mit der, mit der Musik und dem Sounddesign, er hebt die Krone über Saurons Kopf. Mhm. Und Sauron senkt so leicht den, leicht den Kopf natürlich auch. Und dann dreht Ada mit einem Ruck diese spitze Krone um. Ja, das war geil. Und rammt ihm quasi ins Genick oder in die Schulter, aber halt, dass ich, ich wusste, was, ich wusste, was kommt. Also, ich hab mir genau gedacht, was er macht, aber es ist trotzdem ganz wundervoll gefilmt und geschnitten. Und dann fallen alle anderen Orks über ihn her und stechen auf ihn ein und es ist ein unfassbares Blutbad. Ja, es ist wirklich so, äh, die, die, äh, Mittelerde-Variante des Todes von Julius Caesar, so ein klein wenig, ne? Ja, absolut. Und es hat auch wirklich so gewisse, und ich meine, alle vergleichen heutzutage halt Fantasy-Serien dann mit Game of Thrones. Es ist halt wirklich, es hat halt wirklich auch genau diese Vibes, weil es ist einfach, es ist super blutig. Ähm, es ist vielleicht noch innerhalb so dieses Fantasy-Ratings, weil das Blut ja auch sehr dunkel ist in dem Fall. Ähm, aber trotzdem ist es brutal und es ist, äh, sehr intensiv, bis dann Ada letztendlich sagt, genug und, äh, die Orks lassen von ihm ab. Ja, fand ich, fand ich eine, äh, großartige Szene. Also, äh, generell den ganzen Einstieg fand ich richtig, richtig, also so, so stimmungsvoll. Und ich, ich hab auch das Gefühl, dass, äh, Charlotte Branstrom hat irgendwie auch ein Gespür für die Orks. Ja, sie, sie mag die Orks gerne, sie hat durchaus auch ein Händchen eben für die düsteren Themen, ähm, hat Spaß daran, das zu inszenieren. Es ist sehr viel Werf, sehr viel Style, aber auch nicht zu sehr in your face. Und, ähm, etwas mehr in your face wird es dann, als die Leiche von Sauron quasi vor ihnen liegt und sie noch so ein bisschen so ihn umringen und denken, was genau, ist er jetzt, ist er jetzt tot? Ja, wir denken schon. Und dann plötzlich stößt Sauron diesen unfassbaren Schrei aus, ein großes Licht entflammt und eine Eiswelle erfasst alle und, äh, vereist sowohl die Festung als auch die Umgebung, so wie wir es dann letztendlich kennen. Sehr viele Todesopfer scheinen es aber nicht zu geben, denn alle im Saal stehen nacheinander auf und sehen alles, was nur noch übrig ist, das Blut, was durch den Boden sickert und die Kleidung. Und, äh, die Orks, die, äh, sich dann eben zu Arda bekennen, also er spricht von denen als seine Kinder und dass sie jetzt alle frei sind. Diese Welle, in der Sauron abhaut, fand ich auch gut, also mit dem, mit dem Frost, das fand ich echt eine tolle Idee. Und es ist, er haut wieder in so einer Welle ab, ähnlich wie in den Jackson-Filmen. Ja, das ist ein gutes Callback, ohne dass es mega offensichtlich ist. Ja, mochte ich sehr. Also das, und, äh, wie gesagt, auch die Idee dann zu erzählen, warum das da jetzt alles vereist ist, dass das durch ihn kam, fand ich klasse. Aber, äh, ja, die Orks, äh, feiern dort. Also, äh, das ist dann ja wirklich jetzt, äh, hier die Sequenz gewesen, wo, äh, ja, von der Arda erzählt hat, dass er Sauron getötet hat, ne? Ja, das deckt sich ganz gut mit dem, was wir schon wissen. Tatsächlich ziemlich gut. Ja, klasse Einstieg, äh, aber du meintest ja schon, es sickert, äh, was in den Boden. Und das ist nicht nur Blut, äh, sondern eine schwarze Masse, die so wirklich ins, ins Dunkel hinein sickert. Und, äh, ja, ich muss, oh Gott, ich komme mit so vielen Filmreferenzen, aber es hatte schon hart was von Venom, ne? Ja, es hat was von Venom, es hat so ein bisschen was von The Thing, ähm, obwohl das kommt erst noch ein bisschen später. Aber ja, es ist sickert dann so in einen, in einen kleinen Teich sozusagen, es bildet so eine Pfütze in einer Höhle. Und das fand ich richtig cool, weil wir sehen dann diese Höhle, so ein bisschen der Totalen, und dann Schnitt, und dann sehen wir, wie viel Zeit vergangen ist, weil die Stalaktiten und Stalagmiten plötzlich übelst lang sind. Ja, das war super. Das war richtig, richtig gut, so die Zeit, äh, so zu zeigen, wie viel Zeit vergangen ist, ohne dass sie es einblenden. Ja, vor allem, weil die Serie, ja gut, Zeit blendet sie ja eigentlich nie ein, aber sie blendet ja durchaus gerne mal Sachen ein, ne? Auch, äh, in Folgen von Charlotte Brandstrom. Ja, was manchmal notwendig ist, und manchmal auch nicht. Ich, ich gucke dich an, Episoden. Ja. Äh, es hat aber zugleich auch was von, äh, also auch wie dann hier irgendwie, äh, Sauron in, also als schwarze Masse, dann irgendwelche Tiere befällt, um zu überleben, also Ratten, Tausendfüßler tauchen hier auf. Boah. Äh, das hatte sehr was von Voldemort, ne? Ja, es hat mich auch ein bisschen daran erinnert, und, ähm, und, ich meine, Herr der Ringe und so, das war jetzt erst. Und ich weiß nicht, ob das so allgemein alles beleuchtet wird, was jetzt Sauron genau getan hat und was nicht, was er konnte und was nicht. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne irgendwie Auffüllung dieser Dinge, ähm, ohne jetzt, äh, komplett irgendwie alles zu erklären. Es ist dann einfach, ja, mächtig und er kann Magie und, äh, so macht er das eben. Und es wirkt trotz allem irgendwie, dass das Böse, was alles verzehrt und so, es wirkt sehr Mittelerdemäßig. Und es ist sehr stimmungsvoll und widerlich und gruselig, wie dieses Ding, diese Masse, es hatte was von, ähm, es hat mich sehr an Hayao Miyazaki erinnert, wie das Ding designt ist. Oh, stimmt. Ähm, stimmt. Gerade bei so etwas wie, ähm, Prinzessin Mononoke. Ja, den ich absolut lieb. Da hatte ich, äh, ganz extreme Flashbacks dahin, aber, äh, diese Masse bewegt sich immer weiter fort, hat so eine gewisse Gestalt und kriecht aus dem Berg, ist im Prinzip umgedrehter Gollum jetzt. Wo Gollum in die Berge gekrochen ist, er kriecht hier heraus, äh, bahnt sich seinen Weg, ähm, Hügel hinunter, kommt bei einer Straße zum Liegen, wo dann eine, äh, unschuldige Menschenfrau auf einem Wagen, äh, sein Opfer wird und dadurch erlangt er dann seine menschliche Heilbrandgestalt, als die wir ihn schon kennen. Das fand ich auch echt super inszeniert, wie, äh, wie da erst dieses Vorwerk kommt, wie das erst so fährt und dann auf einmal so in die Ecke geht, so anhält, du hörst so einen Schrei. Das ist, das hat eher eigentlich was von, äh, so, so inszenierst du heute eigentlich eher, wenn, wenn irgendwie jemand, äh, mit einem Auto auf der Straße fährt und dann irgendwas nicht stimmt oder so. Und so wie wir das nicht sehen, wie er dann einfach in den Wagen kriecht, dann hören wir den Schrei und dieses Geräusch, es hat wirklich extreme Indie-Horror-Vibes und ich hab's geliebt. Du hörst so ein, so ein Knackgeräusch und was ich auch total geiles, geile Idee fand, da ist ja vorher halt der, äh, äh, Fahrer eben, also Kutscher auf, auf dem Fuhrwerk, der trinkt erst aus so einer Flasche und die liegt dann nur noch da und da tropft es dann so leise raus. Ja, das war, das war so klasse inszeniert. Ja, das war echt cool. Äh, ja, und dann, äh, Auftritt, äh, Charlie Wickers als, äh, Hallbrand, äh, wie wir ihn ja in der ersten Staffel kennengelernt haben. Ich hab nix direkt gegen den und sein Auftritt hier war auch gut. Ich hätte aber ehrlich gesagt noch gerne mehr gesehen, äh, wie sich diese Masse durch die Gegend schleppt. Ja, gerne noch ein bisschen mehr, durchaus. Also, ich, ich verstehe aber, dass dann, hey, hier ist jetzt die Gelegenheit und so und letztendlich ist es eine TV-Serie mit begrenzten Folgen und wir müssen irgendwie zu Potte kommen. Mhm. Und er hatte natürlich auch, äh, großes Glück, dass dann da ein Mensch unterwegs war, aber, ja, letztendlich hat er jetzt die Gestalt angenommen, in der wir ihn kennen und, äh, so macht er sich erst mal zu Fuß auf den Weg und begegnet dann einem Menschenzug, welche vor, ähm, äh, Zerstörung fliehen. Mhm. Und, äh, der Mann, den er anspricht und mit dem er ein kleines Gespräch führt und, äh, dieses Gespräch beinhaltet sehr schön, hier sehen wir ihn so ein bisschen geläutert. Mhm. In, inwiefern? In, in dem Sinne, dass hier, dass er hier so ein bisschen so Schwäche und Menschlichkeit zeigt, weil er nämlich dann, er spricht den Mann darauf an, weil er trägt dieses, dieses Emblem von dem alten König, was dann später Hallbrand tragen wird. Genau. Und dann im Prinzip, ja, von dem König, der längst tot ist und so weiter. Und dann sagt er so, auf, auf, und dann fragt Hallbrand so auf diese so sehr empathische, sehr so sanfte Art irgendwie halt, warum, warum sie dann behalten oder sowas in der Art. Und hier, hier zeigt er eine Seite, die für, für Sauron gerade auch in dieser, in diesem Zustand irgendwie so ein bisschen passt auch, weil er jetzt gerade irgendwie so knapp dem Tod entronnen ist, noch nicht ganz bei Kräften. Und er, er wurde gerade halt auch übelst betrogen und so weiter. Und deshalb, es hat so eine gewisse, da war so eine gewisse Läuterung in seinem Verhalten. Und das fand ich irgendwie cool. Ja, ich meine, gut, hat sich ja schon in der ersten Staffel angedeutet oder meinte ich jetzt auch gerade eben, äh, dass Sauron ja aus seiner Sicht auch nicht unbedingt, äh, was Bösartiges tut, ne? Also, der ist ja fest der Überzeugung, dass er Mittelerde lindern, heilen möchte, letzten Endes, ne? Und, äh, das muss ich ja sagen, ich dachte ja eigentlich auch, dass er auf diesem Floß war, äh, in der ersten Staffel, wo wir jetzt auch gleich wieder landen. In der Lore ist es tatsächlich so, da will er die Valar, äh, um Gnade anflehen, beziehungsweise um Verzeihung bitten. Weil er war ja jahrelang der Herführer und Vasall von Morgoth, Morgoth ist hops gegangen und, äh, eine ganze Zeit lang hatte der dann so eine gewisse Phase, wo er, glaube ich, gar nicht so wusste, was er jetzt machen soll. Hier hat er aber auf jeden Fall schon eine gewisse Agenda, aber der geht da nicht so wirklich nach, das stimmt schon. Ja, ist so ein bisschen halt, vielleicht lass ich mich jetzt einfach mal treiben und gucke, was so passiert. Also, er fragt sich dann ja, warum man dieses, äh, Wappen von einem Königshaus mit sich herumträgt, was schon längst in Schutt und Asche liegt oder einfach, äh, erloschen ist. Und, äh, dieser Mann sagt dann, ja, es ist eine Erinnerung an unsere Vergänglichkeit, ne? Also, sprich, dass die, dass, dass selbst die Stärksten auch fallen können, ne? Und, äh, lädt ihn dann ein, äh, in die, äh, Richtung, aus der er gekommen ist, mitzukommen, wo Halbrand dann erst zögert, äh, und sich dann doch breitschlagen lässt, mit einem Schiff zu fahren. Ich muss sagen, ich fand es, ah, es war schon, ja gut, ich hab es, ich hab es ja zweimal gesehen, einmal auf dem Laptop abends und dann, äh, relativ, äh, vormittags auf einem 4K-Fernseher, äh, in einem sehr hellen Raum. Und es war, es war schon sehr dunkel, tatsächlich, fand ich alles. Ja, ich, ich, ich hätte da nicht das Problem, man muss es schon mit entsprechenden Lichtverhältnissen gucken, um es dann richtig alles hinzukriegen. Aber ja, ich wusste halt natürlich, was kommt, denn wir wissen, das Schiff wird von einem Monster angegriffen und dieses Monster sehen wir hier auch und diesmal mit, äh, etwas mehr Detail. Und einer tollen Kamerafahrt, die, die so unter Wasser geht, ne? Ja, alles, alles richtig cool gemacht und er ergreift sich dann, äh, anstatt dem Mann zu helfen, ergreift er sich dann dieses Emblem und, ähm, wird von dem Monster gerade noch so verschont, und weil er sich, glaub ich, in etwas verfängt und dann abgelenkt wird. Und, äh, es sieht kurz aus, als würde quasi sein Schicksal akzeptieren. Ja gut, friss mich. Mhm. Wo ich wirklich schon echt verzückt war, für, dass ich nicht die großen Erwartungen hatte und eben auch nicht der Riesenfan der ersten Staffel war, wie man ja weiß. Aber, äh, das fand ich für sich genommen gelungen und, äh, ich muss sagen, ich hätte, ich hätte gern noch mehr gehabt. Also, ich war an dem Punkt, war ich wirklich am Überlegen oder so, so auf dem Schiff war ich so am Überlegen. Dreht sich jetzt die ganze Folge mal nur darum. Also, ne? Noch, noch weiter oder, also, ja gut, es ist, also, zu wenig ist es nicht. Und sie setzen auch hier den, also, ich, ich, ich mag das durchaus, wie das hier dann, äh, übergeht in das aus der ersten Staffel, was wir da gesehen haben. Übrigens, Funfact dazu, äh, Charlie Wickers hat in einem Interview wohl letztens erwähnt, dass er selber gar nicht wusste, wen er da überhaupt spielt in Staffel 1. Ja, aber sie haben ihm nur Szenen gegeben, die ihn sowohl irgendwie, die so charismatisch als auch finster haben agieren lassen. Also, die waren schon von Anfang an prüfen wollen, kann er das? Ist er, ist er der Rolle so entsprechend angemessen? Ja, aber er wusste auf jeden Fall nicht, als sie, also, äh, äh, hier die, die Szene auf dem Floß aus, äh, Folge 2, da ist er wirklich an einem Punkt, wo er noch nicht weiß, was seine wahre Identität ist. Krass. Tatsächlich, ja. Und das, äh, bringt er ja auch durchaus so rüber, ne? Also, wirkt auch so ein bisschen verloren. Äh, wir bekommen dann hier die Title Card, die relativ ähnlich aussieht wie bei Staffel 1, würde ich sagen. Mhm. Ja, und dann springen wir, ja gut, in der Gegenwart sind wir ja eigentlich schon so fast, aber wir springen noch ein bisschen weiter ins Hier und Jetzt. Äh, nämlich, äh, zu Elrond, äh, und Galadriel, wo man erst denkt, die reiten nebeneinander her, das suggeriert auch so ein bisschen die Musik von McCrulley, hatte ich den Eindruck. Genau, beide Themen so im Wechselspiel, äh, man, man weiß nicht ganz genau, ich dachte erst, machen die irgendein Spiel oder sowas? Ja. Und dann ist mir klar geworden, oh, oh, was geht hier ab? Es scheint so, als würde das ja jetzt sehr, sehr kurz nach dem Ende der ersten Staffel spielen. Mhm. Und, äh, äh, Elrond hat ganz offensichtlich den Schluss gefasst, ich schnapp mir die frisch kreierten Ringe und bringe sie zu unserem König, denn ich bin nicht ganz einverstanden mit dem, was hier läuft. Genau, also sprich, äh, Galadriel verfolgt ihn. Da muss ich sagen, da war ich auch ein bisschen, ja gut, ich, ah, ich fand diese düstere Optik, diese ersten 20 Minuten so toll, dass diese knalligen Farben mich dann echt so ein bisschen ... Das ist halt der echt extreme Kontrast und es sind halt diese schönen so, äh, herbstlichen Elbenfarben, wie so, so golden, grün ist da alles und ja, es ist ein extremer Kontrast und garantiert auch irgendwie dann so beabsichtigt, wo halt das, das davor war alles vergleichsweise, ähm, eintönig von der Farbgebung, es war sehr viel weiß, sehr viel grau. Und, und schwarz natürlich und ja, das ist jetzt natürlich der ultimative Kontrast. Genau, aber ich war halt in dem Sinne halt, ah, okay, hier sind wir und das passiert jetzt, ah, okay. Und, ähm, letztendlich schafft Elrond es, sie abzuhängen und, ähm, dann, äh, zum König vorzustoßen und sie kommt ja kurz danach und muss dann quasi, äh, Rede und Antwort stehen. Genau, ja. Denn, äh, Elrond hat sich eben die Ringe geschnappt und, äh, Gil-Galat, äh, will jetzt, äh, wissen, was, äh, Sache ist mit Halbrand und vor allem, warum sie das zurückhält, beziehungsweise zurückgehalten hat. Denn wir erinnern uns ja, am Ende der ersten Staffel sagt sie keinem, wer Sauron, also, wer Halbrand jetzt ist, beziehungsweise das Halbrand Sauron ist, was echt, also, es war für mich nicht nachvollziehbar. Oder beziehungsweise sie rettet damit eigentlich mal wieder nur ihren eigenen Arsch, ne? Ja, und sie, sie, in dem Sinne, weil sie ist ja auch so überwältigt dann von dem, oh mein Gott, wir haben die, wir, wir haben jetzt die Ringe, wir stehen jetzt vor dem Durchbruch und ich glaube einfach als, also, ich will jetzt ausprobieren, ich will sehen, wohin das führt und vielleicht können wir das ja noch irgendwie retten und deshalb wollte sie entsprechend jetzt nicht allen Sorgen machen und diesen Moment im Prinzip, äh, so spoilen, könnte man sagen. Ja, ja, was heißt spoilen, aber, äh, also, sie, sie rückt ja schon mit einer Wahrheit raus, also, von wegen, Halbrand ist fort und, und wenn, äh, der nochmal auftaucht, dann darf sich auf keinen Fall einer mit ihm einlassen. Aber wie wär's, wenn sie einfach mal gesagt hätte, dass es fucking Sauron ist? Also, ja, weil das, damit steht sie sich dann natürlich einen extrem großen Fehler von sich ein, was sie sich auch in ihrer Position gerade nicht so unbedingt gut leisten kann. Ähm, ich, ich hab, ich hab schon, ich hab schon ihr Dilemma durchaus verstanden, ich hätte halt nur nicht gedacht, dass es dann so schnell schon in Staffel zwei aufgelöst wird. Naja, muss es auf jeden Fall. Ich, ich, äh, war da ja wirklich, also, auch im Hinblick dann auf das, was mit Annatar später kommt, dachte ich mir so, ja, ich meine, äh, dann fällt es dem doch deutlich schwerer, Celebrimboa zu täuschen, wenn der weiß, dass es fucking Sauron ist, äh, und der sich einfach nur in Perücke aufgesetzt hat. Aber, da kommen wir später zu, aber sie gesteht sich gegenüber dem Hohen König ein, dass sie getäuscht wurde und, äh, dass, ja, äh, Hallbrand nicht einfach nur irgendein Mensch ist, beziehungsweise er ist gar kein Mensch, sondern er ist fucking Sauron. Was Elrond dann, also ich hab hier in meinen Notizen stehen, Elrond ist pisst. Ja, und das kennt man nicht wirklich von ihm in dieser Serie, er ist ja wirklich ein sehr besonderer, freundlicher, sanfter Charakter. Und, ähm, das heißt, wenn er mit etwas nicht einverstanden ist, dann weiß man, ja, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ja, und er wirfte dann ja auch vor, dass sie, äh, blind vor Stolz war, also von wegen, er konnte sie nur blenden, weil sie, weil sie eben, äh, stolz und stur ist. Und, äh, da muss ich sagen, also, seine Reaktion ist es noch okay irgendwo, äh, welche ich gar nicht nachempfinden konnte, war die von Gil-Galat. Hm. Weil der hat sie in der ganzen ersten Staffel als hysterischer Alter abgetan und warum sollte er das jetzt nicht machen? Also warum, warum sollte er nicht sagen, ey, dass er, du, du erzählst mir seit Ewigkeiten, dass Sauron zurückgekehrt ist, du hast hier keinen Beweis und, und, äh, wie sehr willst du dich in deinen Wahn eigentlich noch reinsteigern? Also, dass er das direkt so kauft, das habe ich nicht gekauft wiederum. Hm. Also, das passte für mich nicht, weil der, der ist ihr, der ist ihr, also, ich hab jetzt die erste Staffel nochmal frisch gesehen, der ist ihr wirklich alles andere als wohlgesonnen. Als sie da stehen bei Kelle Brimboer, sagt sie da irgendwas, ja, äh, äh, hier, ich mach das und das und er dann so, ja, ihr solltet überhaupt nicht hier stehen. Weil der hatte, der hatte sie ja weggeschickt, ne? Ja. Der hatte sie ja abgeschoben eigentlich fast schon. Ja, vielleicht, vielleicht einfach, weil sich die, die Lage einfach dann so sehr, so sehr zuspitzt und, ähm, einfach die Art und Weise, wie panisch sie wirkt und die, und, und die Reaktion und so weiter. Und ich glaube, er spürt einfach, dass in ihr etwas, äh, geknackt ist, weil, weil er halt merkt, oh, da, da, da ist was, da ist was vorgefallen bei ihr. Sie ist in ihrem Stolz, in ihrem, in ihrer Weisheit dann doch sehr verletzt worden. Sie hat sich täuschen lassen. Ich merke das, da ist mehr dran jetzt. Ja, aber da müsste er, also ich, für mich schluckt er das einfach zu schnell. Weil, dann ist ja, also, äh, ach, Sauron, äh, Elrond und Galadriel reden dann ja auf ihn ein, also, äh, Gil-Galadriel will die Ringe haben. Mhm. Und, äh, während dann Galadriel sagt, ja, die könnt ihr nehmen, weil Sauron hat sie ja nie berührt, was ja, äh, Tatsache ist. Ja. Hat Elrond dann Bedenken, weil, ja, er hat doch, er hat doch am Herstellungsprozess mitgewirkt. Mhm. Geht davon aus, sie sind verdorben und sagt dann, und das hab ich wirklich überhaupt nicht verstanden, er sagt nämlich, ja, der hat ja mehrere Wochen mit Kelle Brimbor gearbeitet. Wo ich mir so dachte, äh, nein? Oder sollten das Wochen sein? Ich fürchte eben tatsächlich, dass es eben eines der Probleme, was, was ja die Serie hat, ist tatsächlich das Verstreichen von Zeit. Ja, immens. Wenn man, und das heißt, innerhalb der achten Folge sollen dann halt tatsächlich mehrere Wochen vergangen sein. Das wird so leider nicht exakt deutlich. Ein paar Tage dachte ich mir, ja, kann ich, äh, kann ich noch erzählen, das ergibt Sinn. Sind wir mal ganz großzügig eine Woche, ja? Eine Woche, selbst wenn's jetzt vielleicht zwei Wochen sind, kann man ja auch sagen, wochenlang. Aber ja, ich, ich versteh, was du meinst. Das ist eben ein, durchaus ein Problem, über das ich auch nicht, äh, dass ich nicht durch eine rosa-rote Brille betrachten kann, wie bei vielen Aspekten der Serie. Äh, das ist leider ein Problem, was die Serie hat, das, das Verstreichen von Zeit. Und, äh, das kommt hier leider nicht gut zusammen. Ja, vor allem, äh, ich hab noch mal nachgesehen, ja gut, das, das Problem ist, in der Vorlage ist es halt extrem. Äh, äh, Anatar, also Sauron kommt, äh, im Jahr 2200, glaub ich, äh, nach, äh, nach Eregion. Und im Jahr 2500 schmieden sie die Ringe. Das heißt, der hat 300 Jahre bei den Elben verbracht. Hm. Natürlich kriegen sie das nicht so rübergebracht, ja, aber wirklich, vor allem, also auch unabhängig jetzt von der Zeit, was sollte denn bitte so schlimm sein? Ich mein, den einzigen Einfluss, den Sauron gegeben hat, war, dass man Gold und Silber mit Mitri ligieren sollte. Und abgesehen davon, dass das absolute Schmiedekunst-Basics sind, nach wie vor, ähm, da ist ja nichts Verdorbenes dran. Und er war auch, also er hat einfach nur einen Impuls gegeben, der auch nicht mal irgendwas mit schwarzer Magie oder so zu tun hatte. Deshalb versteh ich wirklich überhaupt nicht, warum Elrond hier so reagiert. Ich versteh's schon, weil, ich mein, Elrond versteht ja da nicht wirklich was Großes da vom Schmieden. Und er weiß, äh, weiß ja auch nicht die hundertprozentigen Details, inwieweit Sauron jetzt, wie weit hat er das alles angeleitet, was genau hat er da gemacht und so. Ich versteh schon, dass er die Befürchtung hat, oh, was könnte er da alles gemacht haben. Das ist absolut nachvollziehbar für mich. Die, die ganzen Aspekte gehen für mich nicht so wirklich zusammen, ob es jetzt dieses Wochen ist oder, das ist halt wirklich, also der hat keinen großen Einfluss gehabt. Naja, aber das, das weiß halt Elrond nicht genau, er befürchtet es halt und denkt sich besser, Vorsicht. Ja, aber da kann ich ihn Galadriel ja drüber aufklären. Naja, aber Galadriel lag ja auch schon mal falsch. Also, ja, die liegt ständig falsch, die baut eigentlich nur Scheiße. Ja, das ist alles schwierig und deshalb kann ich absolute Elronds Misstrauen, äh, Elronds Misstrauen absolut verstehen. Naja, worin ja Galadriel keine Scheiße baut, ist ja die Tatsache, dass sie zu Recht Vertrauen in die Ringe setzt. Ja, äh, Gil Galad will die auf jeden Fall haben und macht dann so eine Bespannsaufnahme und meint so, ähm, also gut, im Klartext, ihr wollt mir jetzt erzählen, die Elben, äh, gehen hier hops, wenn wir die Ringe nicht benutzen und zugleich kehrt, äh, nicht nur unser größter Feind zurück, sondern auch der aller freien Völker Mittelerdes. Also, letzten Endes liefert Elrond damit eigentlich nur noch mehr Argumente für die Ringe, weil, äh, also die Ringe werden jetzt nicht nur die Hoffnungsträger für die Elben, sondern für ganz Mittelerde gegen einen neuen dunklen Herrscher. Potenziellen, ne? Ja. Ja, und, äh, deswegen will Gil Galad die Ringe haben und wird dann auch schon wirklich energisch. Und, äh, während, äh, Galadriel dann noch versucht, auf ihn einzureden, zögert Elrond und, äh, ja, Gil Galads Reich ist ja, ja gut, es besteht anscheinend nur größtenteils aus dieser Einlichtung mit dem Baum. Dort stehen sie ja, es ist, ja, es ist schon durchaus stimmungsvoll auch, wenn auch ein bisschen, ja, gut, egal. Äh, Elrond zögert jedenfalls, äh, und, äh, fast dann einen Entschluss, er wird, er wird fast so ein bisschen in die Ecke getrieben, sodass er dann, äh, sich gezwungen sieht, in den Wasserfall zu springen, beziehungsweise den Wasserfall hinunter, der wirklich ziemlich, ziemlich tief ist. Ja, der ist ziemlich hoch und ziemlich tief und, äh, sie sind sehr erschrocken und findet ihn und findet die Ringe und, äh, ja, mit großer Betonung auf die Ringe. Und dann, äh, Szenenwechsel, wohin? Wo sind wir dann? Äh, wir landen in Mordor. Dann sind wir in Mordor schon. Genau, äh, in einem Ork-Lager, wo verschiedenste, äh, ja, Überlebende wahrscheinlich der Katastrophe in den Südland, beziehungsweise jetzt in Mordor, ja, die werden gefangen genommen und, äh, teilweise sogar gebranntmarkt, also sie sollen hier, sie werden hier gezwungen, Adat, die Treue zu schwören. Und, äh, wer das Ganze ankommandiert, ist Waldreck, der, äh, A, immer noch lebt. Ja gut, ich meine, den, den Vulkanausbruch, weiß ich nicht, da dachte ich mir auch schon, wie will er das überhaupt überlebt haben? Oder, oder nee, nicht den Vulkanausbruch, sondern eher das Brechen dieses Dams. Und zum anderen denke ich mir, wofür braucht Adat den jetzt eigentlich noch? Auch, beziehungsweise, warum akzeptieren die Orks denn eigentlich? Na, ich meine, einerseits hat er ja wirklich seine Treue bewiesen, durch das ganze Zeug mit dem Schicksalsberg und so weiter. Und außerdem ist er, ähm, hat er auch gezeigt, dass er so gewissermaßen, äh, so eine Durchsetzungskraft ja auch hat. Und außerdem kann er auch für Menschen, die in die Dienste treten, in dem Sinne eine gute Bezugsperson sein. Einfach wegen, oh, der ist da und der ist so aufgestiegen und so. Das heißt, vielleicht hab ich ja auch Chancen. Also, es ist halt politisch. Ja gut, gut, das stimmt natürlich. Ja, ja, ich, also ich hatte mich so ein bisschen halt auch gewundert, warum die anderen Orks denn, oder die Orks denn einfach so akzeptieren. Ja, aber die haben jetzt sich irgendwie zusammengeschlossen ja schon länger mit den Menschen dann. Aber da sind ja mehrere, äh, Leute, äh, die, ich glaub, die werden vor Arda geführt, der auf so einer Art Thron sitzt. Mhm. Ist alles, äh, auch sehr, sehr stimmungsvoll. Also, da setzen sie das schon irgendwie nahtlos fort, was in der ersten Staffel war. Und, äh, ja, die, die dann, äh, Arda, die Treue schwören, die werden, äh, wie schon erwähnt, gebranntmarkt. Und, äh, dann kommt es dazu, dass, äh, ja, äh, Hallbrand vor ihnen geführt wird, den er ja vor allem kennt als König der Südlande. Mhm. Und mit dem er ja auch irgendwie einen Beef hat, ne? Das, äh, genau, äh, also bei, bei dem war er ja, äh, in Gestalt von Joseph Maul noch am Überlegen, wer das jetzt ist, beziehungsweise, hab ich irgendjemanden gekillt, den ihr, den ihr geliebt habt? Oder, oder was ist, was ist euer Problem, ne? Genau. Und, äh, Hallbrand Schrägstrich Sauron, äh, lässt sich hier aber nichts anmerken, sondern tut so, als würde er verhandeln und von wegen, ja, hier, Ich bin der König der Südlande, lasst meine Leute frei. Lass doch mein Volk gehen. Äh, ja, okay, aber, äh, ich glaube, Brüder sind sie dann doch nicht, aber, ja, äh, der Prinz von Ägypten ist echt ein schöner Film. Ja, ja, ja. Mit einer tollen Musik von Hartz Zimmer, ja. Ist schon. Ähm, Adda sieht gar nicht ein, warum er sich da irgendwie wirklich drauf einlassen soll, weil er hat ja keinen mehr zu fürchten. Also, die Leute der Südlande sind weg, die Elben kommen hier eh nicht hin, die haben ihre neue Heimat, die wollen ja auch, also das heißt es ja im Verlauf der Folge dann jetzt so generell mal, äh, die haben jetzt hier ihr, ihr Domizil gefunden und wollen eigentlich in Ruhe gelassen werden, wobei ich mir dann denke, naja, also die versklaven hier eigentlich Menschen und die müssen ja auch von irgendwas leben, ne? Also, so friedlich werden die wohl nicht sein. Man sieht ja auch, wie die da alles, äh, plündern und so weiter und dann alles nehmen, was in irgendeiner Form gebrauchbar ist. Ja. Und, ähm, letztendlich wird dann, ähm, Halbrand vor ihn geführt, also der, den er ja als Halbrand kennt und in dessen Gestalt er ja auch noch irgendwie ist und, ja, dann wird er letztendlich auch eingesperrt. Obwohl ihm Halbrand sagt, ja, es gibt noch einen, den ihr fürchten müsstet, nämlich Sauron. Und, äh, er macht ihm das Angebot, äh, für meine Freiheit und die meiner Leute liefer ich dir Sauron, was Arda aber dann auch nicht so wirklich ernst nimmt. Äh, ja, und Halbrand wird dann in, äh, Gewahrsam genommen von Waldreck, der sich auch einen Spaß macht, ihn zu verprügeln, so ein bisschen, ne? Also der malträtiert ihn ordentlich. Äh, Waldreck, der ja wirklich so ein, äh, in der ersten Staffel war ja wirklich wie so ein Altnazi, der Typ. Ja, so in gewissem Sinne hat schon diese Vibes und hier jetzt nutzt er es so richtig aus. Ey, ich hab jetzt Macht und kann jetzt den ganzen Frust ablassen. Ich, ich hab unter Knecht, unter, unter der, der ständigen Bewachung von Elben gelebt und so, mir hat's extrem gestunken. Ja. Und jetzt kann ich hier einfach meine Wut an irgendwem auslassen. Ja, und, äh, Arda, äh, lässt, äh, Halbrand dann abführen und ich glaube, ich meine, irgendein Ork spricht ihn an, dass er das vielleicht doch irgendwie ernster nehmen sollte, was, was der Mensch da irgendwie erzählt. Äh, aber Arda ist sicher, Sauron ist tot, ne? Mhm. Misst dem Ganzen nicht so wirklich, äh, große Relevanz bei, beziehungsweise sind das nicht so richtig vervollen einfach, ne? Und, äh, ja, dann landen wir in einem komplett neuen Setting. Also wirklich völlig neu, nicht nur, äh, für die Serie, sondern auch so für Mittelerde-Sehgewohnheiten, sag ich mal, ne? Jepf, so ist es. Denn wo landen wir? Äh, es wurde ja in der ersten Staffel schon, äh, fast angekündigt, dass sich, äh, der Fremde, den ich jetzt neuerdings liebevoll nur noch Scam-Dalf nenne, äh, dass der sich mit, äh, Nori auf den Weg nach Runen machen will. Und dort landen wir jetzt in einer, ja, Wüste, du hattest es ja schon erwähnt, die haben das wohl definitiv nicht in Großbritannien gedreht, denke ich mal. Ich glaube sogar Teneriffa oder so, ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall in irgendeinem etwas, ähm, trockneren, äh, Landstrich der Erde. Und, ähm, und entsprechend darunter leiden dann natürlich auch die Charaktere. Aber, äh, damit geht's ja erstmal noch nicht so direkt los, sondern mit etwas, was sich dann als Traum entpuppt. Ja, Traum, Vision, was auch immer, äh, wo Scam-Dalf so ein bisschen durch die Dunkelheit, äh, äh, torkelt und, äh, dann um sich herum irgendwie Geflüster hört und dann auch so eine Vision hat, wo er eine Flamme sieht, unter anderem. Und einen anderen Zauberer anscheinend, den man auch schon in den Trailern gesehen hat und wo man auch schon weiß, das ist sehr wahrscheinlich Kiaran Heinz, der Schauspieler. Genau. Und, äh, letztendlich führt jetzt seine Vision wieder so Richtung dieser Sterne, die er schon ja auch gesehen hat und wo er hin will und, äh, zu etwas, was aussieht wie ein Stab. Und dieser Stab, äh, schwebt in der Luft, verändert die Form mehrmals, nimmt auch eine vergleichsweise bekannte Form an, teilweise. Aber bevor er ihn so richtig greifen kann, hört dann letztendlich dann auch diese Vision auf und dann sind wir bei Targ und er und Nori sprechen über das ganze Zeug. Ähm, also sie haben ja einen regen Austausch über all das und man sieht halt, sie sind schon eine kleine Weile unterwegs. Sie sind ja auch in gewissem Sinne zusammengewachsen. Deren gemeinsamer Vibe und so weiter, darauf hatte ich mich sowieso gefreut. Und ich finde, das setzen sie hier sehr schön fort. Eben auch dadurch, dass sie anscheinend sich verirrt haben und sie sehen da, äh, so versteinerte Bäume. Und, ähm, Nori, äh, fragt, ey, kannst du vielleicht noch mal diesen Trick machen und uns was zu essen besorgen, wie letztes Mal. Und dann, weil sie letztes Mal ja fast von einem Ast erschlagen wurde, soll sie extra weit zurückgehen. Nur das fand ich einen sehr, sehr schönen Comedy-Beat. Aber sie wart kaum noch ein bisschen weiter zurück. Und, ähm, letztendlich klappt's nicht ganz so wie geplant, aber, äh, aus dem Baum kriechen dann ganz viele Insekten. Und, äh, da ja, ähm, die Haarfüße auch einen sehr interessanten Speiseplan haben, da kommt denen das doch zu pass. Und dann haben sie doch immerhin genug zu essen erst mal. Genau, der Baum explodiert, äh, auch förmlich eher so wirklich, ne? Also, äh, Scamdal versucht dann da irgendwie die Erde zu beschwören. Was ich sagen muss, das sah schon echt gut aus, wie er das macht. Also, auch wie dann sich so ein Erdhügel da zusammenfügt um diesen Baum herum. Äh, aber er übertreibt's dann, äh, schon irgendwo ein bisschen. Aber sie haben dann trotzdem was zu essen. Ja, und vor allem visuell, fand ich, sah das aus wie der Vorspann. Mit den sich bewegenden Erd, äh, mit den, mit den, mit den Kieseln und so weiter. Das, fand ich, war ein sehr schöner Touch. Jaja, mit dem, mit dem Gestein, ne? Mhm. Also, das, das sah schon gut aus, das, das muss ich sagen. Und, äh, ja, die Dynamik zwischen denen wird durchaus konsequent weitergesponnen aus der ersten Staffel, sag ich mal, ne? Ja, total. Da hat sich jetzt nicht so gesehen viel verändert. Vielleicht auch nicht schlecht, wenn das Ganze ein bisschen mehr Lockerheit abbekommt. Genau, ja, es ist ein schöner Gegenpol zu anderen Sachen, die so abgehen. Genau, sie haben genug zu essen, äh, sitzen dann, äh, am Lagerfeuer. Und er macht sich dann da irgendwie Vorwürfe von wegen, ah, er hat schon wieder die Kontrolle verloren und, äh, erzählt dann auch von dem Traum, den er hatte. Und, äh, was dann auf jeden Fall durchkommt, äh, Nori hat, äh, Heimweh schon irgendwo. Ja. Ja. Nach, äh, ihrer Familie. Ist schon, ist schon, äh, ein bisschen anders, als sie es sich vielleicht vorgestellt hat. Und, aber sie war sich ja der Konsequenzen durchaus bewusst. Und, ähm, was sie dann auch erkennen ist, ähm, ach nee, das erkennen sie noch nicht so direkt. Nee, stimmt, das ist noch gar nicht so. Aber sie sehen, ähm, glaub ich, da ja schon Licht in der Ferne, oder? Mmh, ja, und dann löschen sie, glaub ich, das Feuer, weil sie, weil sie nicht entdeckt werden wollen. Äh, ein Satz vom, äh, von Scam, da fand ich übrigens auch schön, äh, als er sagt, äh, manchmal kann das, was wir zurücklassen, die größte Bürde sein. Ja. Na, das, äh, fand ich, fand ich echt noch ganz gut. Also, ich, ich muss auch sagen, also, den Danny Wayman, der hat schon irgendwie was in der Rolle. Ich finde da, der macht das ganz, ganz toll. Und, ähm, jetzt grad auch, weil er ja jetzt vollständig sprechen kann. Und da ist so diese, diese alte Weisheit, ohne dass er wirklich genau weiß, woher irgendwas weiß und so. Weil er fühlt sich zu einem bestimmten Ding hingezogen, hat einen gewissen Bezug zu irgendwas. Aber er hat doch irgendwie tatsächlich nichts, weil er einfach irgendwie dahin kam oder weiß nicht warum. Und deshalb, es ist ein sehr interessanter Konflikt. Und, ähm, ich finde so diese Verlorenheit, aber auch dieses Streben, das spielt er sehr gut. Also, ich fand den ja jetzt in Staffel 1 auch nicht schlecht. Ich fand halt, ja, es war halt irgendwie repetitiv, was mit dem passierte. Äh, aber, äh, wir werden sehen, wo das in dieser Staffel noch so hinführt mit dem. Äh, wir landen dann aber, äh, wieder woanders, nämlich wieder bei Halbrand. Und ich muss sagen, ich glaube, das hätte man, insgesamt muss ich sagen, war ich von dem Pacing der Folge relativ positiv überrascht. Aber, äh, ich finde, man hätte das hier mit Halbrand hätte man vielleicht an der anderen Szene direkt anschließen sollen. Weil, äh, das geht dann ja, äh, wirklich direkt über. Also, wir sehen, dass, äh, Halbrand da eben in, äh, äh, Gewahrsam ist, beziehungsweise in Gefangenschaft. Vor ihm sitzt irgendwie ein Wark, der angekettet ist und ihn anknurrt, während Waldreck ihn, ja, quälen und eigentlich schon foltern will. Ja. Also, der haut irgendwie mit einem Knüppel auf ihn drauf oder mit einer Keule oder sowas, ne? Meine ich. Oder vielleicht mit dem Stiel einer Peitsche, genau, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Äh, mit irgendwas Hartem jedenfalls und, ähm, lässt ihn da auch so ein bisschen was zu essen da und, ähm, Halbrand erreicht es dann letztendlich. Dann kommt der Wark an in diesem fiesen Jumpscare sowieso. Also, dieses Wark-Design, ach, wundervoll, eklig, fies. Äh, ganz ähnlich wie das, was wir schon in Staffel 1 gesehen haben. Ja, äh, hier fand ich's, glaube ich, ein bisschen besser. Also, den Staffel 1 fand ich halt, also, zumindest den Wark bei den Orks, den fand ich fast süß. Das war ein bisschen auch, vielleicht lag's auch so mit natürlich, weil's so eine Tageslichtszene war, es war so ein bisschen halt so, ja, tunhaft auch. Und hier, hier passt natürlich die, die düstere Beleuchtung sehr viel besser. Also, ich würd's sagen, sie haben's hier besser eingesetzt, weil in dem anderen, das war halt echt so, ach, dachte ich mir so, ach, komm, ach, komm, und ich, ich bin jetzt echt nicht der größte Hundefreund. Und was dann aber hier wichtig ist, dass er dem Wark eben das Fleischstück dort gibt. Ja. Und die dann noch irgendetwas einflüstert. Und dann scheint der Wark plötzlich gehorsam zu sein und macht Sitz. Ja, er säusert ihm was zu in Black Speech, also schwarzer Sprache, die es theoretisch eigentlich noch gar nicht geben dürfte. Weil es ist ja die Sprache von Mordor, aber okay. Hast du, hast du gemerkt, worauf sie anspielen mit dem Wark und dass der den so schnell im Griff hat? Ich wüsste, ich hab jetzt einfach nur allgemein gesehen tatsächlich halt, oh, das ist halt seine, seine Macht und eben dann Wark im Sinne von halt Hündchen und so weiter. Aber sonst, nee, eine größere Bedeutung hat sich mir da nicht erschlossen. Ja, Sauron ist ja, in dem Zeitalter vorher ist er ja unter anderem der Herr der Wehrwölfe gewesen. Uh, das wusste ich nicht. Und hat sich auch mit dem, was war das, ich glaub, einem Hund irgendwie, Huon, das ist Teil von hier Bären und Luthien, da hat er sich mit, also da hat er sich ein Battle mitgeliefert und sich in einen monströsen Wehrwolf dafür verwandelt. Also Sauron ist ja so, dass so ein Gestaltwandler. Also eine nette, eine nette, eine nette Anspielung für die Lore-Fans könnte man da reinlegen. Ja, fand ich, fand ich, äh, schön an der Stelle. Vor allem, eins ist noch wichtig, bevor Valdreck da irgendwie, äh, abhaut und ihn, äh, sich selbst überlässt, beziehungsweise er dem Wark, sagt er, dass er schwört ihn zu töten, wenn er freikommt. Also Valdreck jetzt, ne? Und, äh, da schließt sich dann ja am Ende auch der Kreis zu, aber, äh, wir landen dann völlig woanders, in einem Setting, was wir aus den Jackson-Filmen oder aus einem Jackson-Film zumindest kennen, aber noch nicht in dieser Form und erst recht nicht in der Serie, ne? Ja, genau, wir sind bei den, äh, grauen Anfurten letztendlich, welche ja nicht allzu weit weg sind von da, wo wir ja zuletzt bei den Elben aufgehört haben. Genau. Ähm, aber ja, wir sind jetzt, äh, wir sind jetzt dort und, äh, sehen, dass, ähm, Elrond, äh, es geschafft hat. Der ist ausgebürgst und hat sich da unter der Brücke versteckt, aber er scheint ein bestimmtes Ziel zu haben. Und zwar ist das eine Gestalt, die dort gerade bei dem, ähm, Bau von Booten als so leitende Hand quasi federführend ist momentan. Mhm. Und, ähm, diese Gestalt, äh, entpuppt sich als, ähm, ein Mann namens Kirdan. Mhm. Und da kannst du vielleicht sehr viel eher sagen, wer das ist denn. Ich kenn den Namen, aber er hat mir so auf Anhieb nicht exakt was gesagt. Ja, es ist Kirdan, äh, der Schiffsbauer. Das ist so, also es ist wirklich, hat eine Deep Law, äh, ganz kurz zusammengefasst. Der ist wahrscheinlich eines der ältesten Wesen in Mittelerde, weil der gehört zu den allerersten Elben, die erwacht sind. Ah, genau, das war's. Und, äh, deswegen sieht er auch nicht aus wie alle anderen. Er wird selbst bei Tolkien als ein Elb beschrieben, der eher wie ein alter Mann aussieht und einen Bart trägt. Das haben sie dann auch sehr gut getroffen hier, weil er hat etwas, er hat was sehr Elbenhaftes, aber er hat ja eben den Bart, das unterscheidet ihn sofort. Und seine ganze, seine ganze Art, und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, könnte gut sein sogar, dass es beabsichtigt war. Aber seine ganze Art, wie er sich gibt, dann eben auch zusätzlich mit dem Bart und den Haaren und wie er da eben bei den Holzarbeiten hilft. Ich hatte da einen ganz extremen Jesus-Vibe. Ja, so Zimmermann, ne, oder Sohn eines Zimmermanns, ja. Ja, das war schon ein bisschen, das war schon fast ein bisschen überdeutlich. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, sind es einfach noch nur die Konventionen, wie wir eben Jesus oft bebildert sehen. Und deshalb hatte ich da diese Assoziation. Also ich muss sagen, der hat mir sehr gut gefallen. Also es ist ja, die bringen es wirklich gut rüber, dass der, man sieht sofort, das ist ein Elb, ja, aber ein anderer. Und dieser Schauspieler Ben Daniels, also was die richtig gut rüberbringen, ich hatte ja schon gesagt, der wird wirklich von Tolkien. Ich glaube, es ist dann am Ende, wo sie da an den grauen Anfurten sind, da treffen sie den ja. Ich glaube, im Film sieht man den ganz am Rande, eventuell bei Peter Jackson, also jetzt bei der Rückkehr des Königs. Der ist hochgewachsen, sieht aus wie ein alter Mann und der hat halt so ein, also da in den Büchern heißt es, er hat so ein Funkeln in den Augen. Und das, finde ich, bringt der ganz großartig rüber. Also ich fand, dass der auf Produktionsbildern, die von so ein paar Wochen rauskamen, sah der irgendwie ein bisschen komisch aus, fand ich. Einfach so ungewohnt natürlich auch, weil wir halt nicht genau den Kontext kennen und so. Ja, ja, aber also als ich die Bilder gesehen habe, wusste ich sofort, oh, das ist Kier dann. Und es war ja auch schon bekannt, dass er in dieser Staffel hier auftreten würde. Und nee, also der hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Also vom ersten Auftritt her, hier ist er ja erst noch, also geht er seinem Handwerk nach. Ich glaube, da ist noch jemand anderes bei. Und da erzählt er dann irgendwie was von, ja, hier Perfektion gibt es nur in Valinor. Genau, ja. Ja, der hat auf diese angenehm so abgespacede Art, die einfach sehr gut zu so einem Wesen von seinem Kaliber dann auch passt. Fast wie so eine Mr. Miyagi-Figur oder so. So ganz, ganz entspannt, ganz sanft und einfach verständnisvoll. Und ich habe alles gesehen und ich weiß wahrscheinlich auch super viel, was noch passieren wird. Und ich lasse es auf mich zukommen. Ich weibe, Leute. Chill. Man muss sich halt echt klar machen, wie alt er ist. Ja. Ich meine, der segelt dann auch, glaube ich, mit dem allerletzten Schiff nach Valinor am Ende des dritten. Also ich glaube, damit endet dann auch das dritte Zeitalter, weil das vierte wird ja das Zeitalter der Menschen. Und was der alles erlebt hat. Und also vor dem ersten Zeitalter gab es auch noch die altvordere Zeit, da hat er auch schon gelebt. Das ist unfassbar eigentlich. Der muss ja wirklich, also neun bis zehntausend Jahre muss er alt sein. Aber jedenfalls sucht Elrond ihn auf. In seiner Weisheit, weil er eben sagt, hier, wir haben ja diese Gegenstände. Und erzählt ihm ja alles, was es da man aufsieht. Und dann sagt er eine Befürchtung und sagt, meiner Meinung nach müssen wir die vernichten. Und Kier dann sagt, naja, ich wüsste einen Ort, wo man sie vernichten könnte. Und da wird noch so ein bisschen in, so ein bisschen in Waage gehalten. Oh, wird das denn tun? Ja, das kommt aber später erst. Dazwischen ist noch eine Szene mit Gil-Galat tatsächlich, eine kurze. Oh. Die jetzt nicht ganz unwichtig ist. Aber wir kommen gleich zu Kier dann nochmal zurück. Also bemerkenswert fand ich, also Kier dann weiß direkt auch, dass Elrond da ist. Also von wegen, ihr könnt jetzt aufhören mit dem Versteckspielchen. Ich weiß eh, dass ihr da seid. Also kommt einfach raus. Und er sieht ja dann auch, dass Elrond die Ringe hat. Und die Ringe will ja bekanntlich Gil-Galat haben, zu dem wir dann hier mal kurz springen. Der verfasst für einen Herold oder Boten auf jeden Fall eine Nachricht. und befiehlt dann, dass Kunde an Kelly Brimboa geschickt werden soll, bezüglich der Identität von Hallbrand. Genau. Sollte er nochmal kommen, nicht mit ihm einlassen. Ja gut, ich meine, den Vorsatz hat er ja schon. Aber Kelly Brimboa weiß halt auch nicht, wer er in Wahrheit ist. Das stimmt, genau. Und jetzt ist es wirklich, er ist Sauron, Alter. Definitiv nicht Kontakt. Obwohl er eigentlich keinerlei Beweis dafür hat. So ein bisschen nach wie vor. Aber es schreibt der König und dann gilt das wohl. Ja, er hat eigentlich nur Galadriel da sitzen, mit der er auch nicht wirklich kann. Gibt ihr natürlich dann die Schuld an der ganzen Nummer. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da hat er nicht Unrecht mit. Nein, sie hat durchaus Schuld. Und ich meine, sie gesteht sich das ja auch irgendwie ein. Dass sie, ich war schwach etc. und so weiter. Also sie ist geläutert und sie ist wütend auf sich selbst und frustriert. Und das kann man alles gut verstehen. Und ja, ich meine, alle sind so recht böse auf sie, sie sind auch böse auf sich selbst. Er ist auch, glaube ich, noch Sauer wegen der Nummer, dass sie da vom Schiff gesprungen ist und sowas, könnte ich mir vorstellen. Ja, es ist schon, das müsste ja sowas wie Ketzerei eigentlich sein, ne? Ja, ist es eigentlich auch. Und er erwähnt dann kurz, das fand ich schön, auch wenn es nur ein Name-Drop war. Er sagt dann, ich hätte euch eigentlich nicht belohnen, sondern eher bestrafen sollen. Und er erwähnt dann in dem Zusammenhang die Ettenöden. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, das sind die Trollhöhen. Also das ist auf jeden Fall die Region, wo Gandalf oder hier Bilbo und die Zwerge auf die Trolle treffen im Hobbit, ne? Südlich davon. Also die Ettenöden sind auch weiter im Norden. Genau, also da sind die Trolle runtergekommen. Ja, also das scheint kein guter Ort zu sein. Aber Galandriel ist ja dann durchaus, ja, ich sag mal, für ihre Verhältnisse schon irgendwo reumütig. Sie versteht jedenfalls so langsam, dass sie ja ordentlich Scheiße gebaut hat und will jetzt irgendwie alles tun, um das wieder in Ordnung zu bringen. Das muss ich eher lassen. Ich meine, ich hab sie ja in der ersten Staffel, ich hab sie am Ende wirklich gehasst schon, regelrecht. Und ihren Turn hab ich ja auch nicht abgekauft. Ja, hier ist zumindest mal so eine gewisse Einsicht. Also ich fand's auch sehr gut, dass diese Folge ja auch gar nicht groß lange fackelt, sondern da wirklich die Frage stellt, warum hast du das zurückgehalten, ne? Es ist so wieder der Effekt von dem mit, warum hast du den Brief verbrannt am Ende von The Dark Knight und so weiter. Diese ganzen Sachen beißen ihn dann ja letztendlich in den Arsch in The Dark Knight Rises. Diese Sachen, die sie dann zurückgehalten haben. Und so einen ähnlichen Effekt hat das hier. Dann kommt, glaub ich, jemand zum König und lässt dann ausrichten, ja, sie haben keine Spur von Elrond und auch nicht von den Ringen. Denn sie vermutet dann relativ schnell Elrond bei Kiadan, beziehungsweise der muss jetzt irgendwie zu jemandem gehen, der weiser ist und bei dem er sich Rat holen kann. Wobei sie kommt dann wirklich sehr schnell auf Kiadan anscheinend, ne? Ja, aber ich meine, sie kennt sich ja auch aus und sie ist ja auch irgendwie da in der High Society und da wird sie ja wissen. Und ich meine, sie kennt ja auch Elrond und weiß garantiert, dass er in irgendeiner Form bestimmt halt irgendwie Bewunderung für Kiadan hegt und so. Und ja, also das passt alles gut zusammen, dass sie da die Teile schnell miteinander verbindet. Ja, ja gut, ich meine, ja, Kiadan ist halt hier erst wirklich eingeführt worden. Ich glaub, der wurde auch in der ersten Staffel wirklich gar nicht erwähnt. Also es wurde natürlich bekannt, dass der hier dann jetzt auftreten wird, aber ich glaub, einen Name-Drop hatte der nicht mal in Staffel 1. Nö, aber nur weil jemand nicht erwähnt wird, heißt das ja nicht, dass die Person irgendwie schaltet und bald wird. Nö, also ich finde, sie haben ihn ja auch ganz gut eingeführt. Dann landen wir, glaub ich, wieder bei Elrond und Kiadan, ne, die, äh, miteinander reden und, äh, also Elrond vermutet, dass die Ringe Teil eines größeren Plans sind und will sie deswegen zerstören. Die, die, diese Ringe haben es jetzt schon geschafft, irgendwie Elben gegeneinander aufzubringen, ne? Ja, und deshalb sieht er, sieht er die große Gefahr da drin. Dann fand ich es interessant, dass, dass Kiadan zu ihm sagt, wenn wir jetzt die Ringe zerstören, dann endet nicht nur die Zeit der Elben, sondern dann überlassen wir Mittelerde sich selbst. Und das war so eine Formulierung, die hat mich sehr an den Appell von Galadriel an Elrond, ich meine, in die zwei Türme war das so von wegen, so überlassen wir Mittelerde sich selbst, lassen wir alle im Stich, ne? Ja, ja, genau, ja, das stimmt, äh, das, das kann durchaus so dann, ja, das garantiert dann die Absicht und dann, und dann sagt er eben halt, ja, wenn ich, ich wüsste einen Ort, wo wir sie quasi versenken können, in so einer Erdspalte im Meer und, äh, so, so unfassbar tief. Genau, die, die zurückgeht auf irgendwie, also Kiadan erwähnt dann kurz irgendwie ne Schlacht, die ich jetzt tatsächlich nicht zuordnen konnte. Und er erwähnt, äh, den Vala Manwe, was ja der, äh, oberste, äh, der Vala ist. Mhm. Äh, äh, so relativ am Rand, äh, aber bevor sie dann, äh, das in die Tat umsetzen können, treffen Gil Galad und Galadriel ein, das ist ja, ist ja auch, ja, es ist, ich meine gut, Eriador ist da noch anders aufgebaut als, äh, als dann später im dritten Zeitalter, ne? Jedenfalls kommt, äh, Galadriel relativ schnell dann zu ihm. Äh, findet Elrond und, äh, er hat aber die Ringe nicht mehr. Kommt dann ins, ins Gespräch und, äh, sie, sie entschuldigt dann sich, glaube ich, bei ihm, weil sie meint von wegen, ja, ich hätte dir vertrauen sollen, aber dann erinnere dich doch mal, äh, was wir, äh, gesagt hatten, äh, bei Kele Brimbo in der Werkstatt, nämlich, dass, äh, drei, äh, Elbenringe Gleichgewicht sind, ne? Also, zwei, äh, sind nicht genug, sondern sie haben ja drei und das stellt Gleichgewicht her und deshalb weiß sie, also, das war auch so, ja, das fand ich auch so ein bisschen der Herr gesagt, sie weiß halt so, ja, in ihrem Herzen weiß sie, dass die Ringe unbedenklich sind. Dann denke ich mir so, die hört schon die ganze Zeit auf ihr Bauchgefühl und das war bisher, das hat bisher nicht so gute Dienste geleistet, sag ich mal, ne? Ne, ne, sie hat sich halt schon gerne verarschen lassen und geirrt, aber halt in dem Fall hat sie tatsächlich anscheinend ein sehr viel stärkeres Gefühl, aber man versteht, warum Elrond da nach wie vor misstrauisch ist. Ja, und, äh, ergibt sich dann auch nicht damit zufrieden und meint dann, also auch nochmal in Hinblick auf Staffel 1, ja, bist du, du bist vom Schiff gesprungen, du hast, äh, ist das, weil du dem Licht widerstanden hast oder förmlich von der Dunkelheit angezogen wurdest? Hm. Ne? Und, äh, letzten Endes soll sie dann, äh, tun, was sie für richtig hält, aber letzten Endes steht dann immer noch die Frage im Raum, wo sind die verdammten Ringe? Und, äh, ja, die sind, also sie sind zwar noch in Reichweite, aber Kierdan ist, glaube ich, schon ein ganzes Stück weit weg, äh, mit so einem Bötchen auf dem Wasser. Genau. Äh, ja, und will die jetzt, äh, also er hat auf jeden Fall vor, sie zu vernichten. Ich glaube, da können wir dann auch kurz mal hinspringen zu der Szene, weil das ist so kurz. Ja, und, äh, er will sie quasi über Bord schmeißen und dann trifft eine Welle das Boot, sei es nun Zufall oder tatsächlich irgendwie vom Schicksal gelenkt, aber dadurch passiert es, dass sich eben das, äh, kleine Säckchen ein Stück öffnet und er einen Blick erhascht. Was dann genau passiert, wird erstmal noch im Dunkeln gelassen. Genau, aber man merkt, dass er, da ist schon, glaube ich, eine gewisse Anziehung, äh, zu den, zu den Ringen, ne, also einer wird ja dann auch wahrscheinlich ihm gehören. Aber, äh, bevor wir da weitermachen, landen wir nochmal in der Wüste, in Runen bei, äh, Scamdalf. Die haben nämlich festgestellt, ja, schon in der vorherigen Szene, dass sie anscheinend, äh, ja, nicht alleine sind und, äh, sie haben dann dort eine, eine Falle irgendwie aufgestellt. Also, so ein, so ein Fallstrick oder sowas, ganz simpel, ne? Ja, das wird das, was sie halt haben. Gehen dann, gehen dann in Deckung, dann, äh, kommt, äh, der ungebetene Gast, äh, man sieht zuerst so einen, so einen Schatten und, äh, es war doch so ein Klar, wer hier kommt, oder? Hier war es nicht ganz klar, weil ich, ich wusste im Vorfeld durch so, durch so bestimmte Ansagen, dass der Charakter wieder mit dabei ist, aber ich wusste nicht, dass es in dem Fall dieser Charakter ist. Und wer es letztendlich ist, ist kein Feind, sondern es ist, ähm, äh, Poppy, die nachgekommen ist, welche, ja, Noris beste Freundin ist. Und ich, ich war von, als ich im Vorfeld gehört habe, dass sie wieder mit dabei ist, dachte ich, jetzt, im Moment kommt hier ein Continuity-Fehler, aber nein, nein, sie, sie kommt im Nachhinein. Aber ich finde leider, so sehr, so sehr ich es auch schön finde, dass die wieder zusammen sind und so sehr ich auch den Charakter mag, ich finde es cheapend ein bisschen deren herzlichen Abschied aus Staffel 1. Ja, absolut, vor allem, der war ja dermaßen breit gewalzt, also das war ja in Zeitlupe und, und, und ich fand es ja tatsächlich auch sehr schön, also ich fand, es war eine sehr schöne Szene, sehr rührend, aber das ist leider jetzt irgendwie für die Cuts, das finde ich ein bisschen schade. Ja, und was auch noch hinzukommt, äh, das Wiedersehen hier zwischen denen wird halt irgendwie auch nicht wirklich herzlich inszeniert, das ist halt so, oh, ach Poppy, ach du bist das, Schnitt, sie sitzen am Lagerfeuer. Ja, es ist ein bisschen, ein bisschen überhastet, ja. Aber dann frage ich mich jetzt auch so, weil Poppy, also, im Grunde genommen haben wir uns doch eigentlich alle am Ende der ersten Staffel gefragt, warum sie nicht einfach mitgeht. Was? Vielleicht, weil sie sich noch ein bisschen halt den anderen verpflichtet fühlte und sie auch so nicht in Pflicht lassen wollte, aber jetzt letztendlich fühlt sie sich dann eher ihre Freundin und dem Fremden verpflichtet, weil sie auch die, die Karten nochmal studiert hat, ähm, die sie, die sie da ja hatten von, von dem, von dem alten Anführer und, äh, wo sie gesagt hat, hier konnten vielleicht Hinweise darauf sein, weil ihr anscheinend die ganze Zeit im Kreis lauft, hier konnten Hinweise darauf sein, wo wir eigentlich hin müssen. Ich meine, die muss denen ja schon eine ganze Zeit lang nachreisen, wenn die die schon, äh, äh, eingeholt hat. Da wäre jetzt so die Frage, wie lang sind die wohl schon unterwegs und wie wahrscheinlich ist es, dass sie die mitten in der Wüste wiederfindet? Also, das muss man schon ein bisschen schlucken. Ja. Sie hat sie ja auch eben wiedergefunden, weil sie ja im Kreis laufen anscheinend, weil sie sich verirrt haben, irgendwie auf der Stelle treten. Ja, gut. Und das schon seit einer ganzen Weile. Ja. Und deshalb konnte sie zu ihnen aufholen, das sagen sie auch tatsächlich. Ja, gut. Auf der anderen Seite muss man sich dann so fragen, ich meine, die haben ja wahrscheinlich ein unterschiedliches Reisetempo und, ja, gut, okay. Also, der, der Abschied, den ich schmalzig hoch zehn fand, das, das wirkt erstaunlich wenig durchdacht an der Stelle, weil wenn man dann echt so hört, oh ja, sie haben alle fünf Staffeln schon durchgeplant und die Skripte für die ersten beiden Staffeln, die waren eigentlich fast schon so in einem Rutsch fertig anscheinend. Und das wirkt hier irgendwie ein bisschen unüberlegt, aber okay. Ja. Ja, ich hab, ich hab auch schon andere Geschichten gesehen, wo irgendwie ein Charakter erst sagt, ich bleib hier, aber dann kommt er doch nach. Also, so selten ist das gar nicht, dass so was passiert. Ja, aber das ist das teilweise auch ein guter Grund von wegen, meistens ist es dann halt auch, dass der Charakter dem dann, den anderen Figuren irgendetwas noch hinterherbringt. Und in dem Fall ist es ja auch so, weil sie dann sagt, hier könnte ein Hinweis sein und letztendlich entpuppt sich das Wanderlied, was sie im ersten Teil gesungen hat, als der Hinweis. Denn die, und das find ich ziemlich cool, das wirkt für mich nicht wie, oh, wir machen das jetzt im Nachhinein wichtig. Das wirkt für mich so, als wäre es von Anfang an beabsichtigt gewesen. Und, ähm, weil das Lied so speziell ist, äh, mit den Referenzen und sie merken halt, oh, diese Sachen hier, die sie hier sagen, Bäume aus Stein und schwarzer Sand oder wie auch immer, äh, das ist alles, äh, das hat eine Bewandtnis und wir müssen dem eben folgen, um weiterzukommen. Und das tun sie dann und dann scheint es tatsächlich zu wirken und sie kommen voran. Und das, das fand ich ziemlich cool, wie dann diesem Lied, äh, im Nachhinein sozusagen, also dieser Staffel, wie das dem dann noch an Bedeutung gewinnt. Ja, das mochte ich auch tatsächlich. Also, äh, zum einen fand ich das Lied ja, äh, wirklich schön in der ersten Staffel. Das singt ja auch diese Megan Richards wirklich selber. Mhm. Und, äh, ja, das heißt, sie sollen halt auf den Song hören, ansonsten laufen sie nur im Kreis und das weist ihnen dann den Weg. Also wirklich jede, äh, Textzeile, äh, die ich jetzt hier bestimmt nicht wiederholen werde und schon gar nicht intoniert. Ja, also ich fand das, ich fand das auch echt, äh, ganz nett. Also da haben sie sich wohl wirklich so eine der besseren Sachen aus der ersten Staffel rausgegriffen. Und es war wahrscheinlich da auch schon beabsichtigt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Allerdings werden sie auf diesem Weg beobachtet. Genau, äh, von, ja, berittenen mit so Totenkopfmasken, also so goldenen Totenkopfmasken, die man auch schon in den Trailern relativ prominent gesehen hat. Also in den Trailern war sehr auffällig, von denen hat man mehr gesehen, äh, als von den Haarfüßen. Ah, ich hab halt ein Foto gesehen, ein Promo-Foto, wo dann halt diese, diese Masken waren und ich fand ich schon, und ich konnte halt sofort zuordnen, wo das dann hingehört, location-mäßig. Mhm. Aber da war ich gespannt. Aber jetzt sieht man noch nicht besonders viel von dem. Man sieht halt zwei berittene Gestalten und man hört entsprechend, äh, etwas exotischer angehauchte Musik, äh, mit bulgarischem Frauenchor, was immer gut kommt in Filmmusik. Zuletzt sehr prominent eingesetzt, zum Beispiel in Solo. Genau, aber, ähm, ja, das ist erstmal das, was so ein bisschen in der Schwebe hängt. Oh shit, die werden, ja, das, was sind das wohl für Kerle? Und, äh, werden die, die werden verfolgt, Mist. Aber das ist ja, glaub ich, dann das Letzte, was wir von denen sehen in dieser Folge. Ja, die haben, äh, was man noch sieht, äh, schon auf dem, ich glaub in der, in der, also entweder das in der späteren Szene oder in der zweiten Folge, dann, äh, da sieht man auf jeden Fall so ein Augensymbol an deren, äh, Sattel hier. Richtig. Ja, genau. Obwohl man dann auch weiß, oh Mist, die sind, äh, ja, nicht gut. Ja, obwohl es dann nicht, also, ich war auch erst am Überlegen, aber es ist ja, es ist ja, äh, äh, ein weißes Auge auf einen schwarzen Grund. Und das ist ja, das ist ja nicht Mordor. Das stimmt, die können ja nicht zu Mordor, nicht zu Sauron gehören, das heißt, wir, wir assoziieren das jetzt mit dem ganzen Zeug, aber hier scheint es noch eine andere Bedeutung zu haben, aber so wie es eben hier in Szene gesetzt wird, keine gute. Aber das Weiß, äh, ist vielleicht auch schon ein Fingerzeig, ne, möglicherweise. Hm. Äh, aber, äh, ja, ich, ach nee, ich glaub, das kommt erst in Folge 2, ne, das kommt hier noch gar nicht, aber Folge 2 besprechen wir eh gleich. Äh, wir, äh, landen dann jedenfalls, äh, wieder bei Hallbrand, äh, zu dem jetzt Ada sich gesellt und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert zu seiner Ursprungsgeschichte. Äh, nämlich, dass er, äh, einen Elb war, versklavt wurde und dass, äh, äh, von ihnen, also das ist wohl wirklich ewige, drei Tage her, dass 13 von ihnen ausgesucht wurden, äh, von Morgoth, äh, gesegnet zu werden und denen wurde große Macht versprochen dafür. Mhm. Also er erzählt dann noch so weiter, dass, äh, äh, es dann, also jetzt, ich weiß nicht, im Detail, aber, äh, dass sie irgendwie, also dass er und, äh, die anderen zwölf dann irgendwie auf einen dunklen Hügel geführt wurden, dort, äh, abgerichtet wurden. Och. Und, äh, Sauron dann dort irgendwann auftauchte, ihm dann irgendwie blutroten Wein zu trinken gab. Und, äh, da kann man sich dann schon denken, Sauron ist dann wahrscheinlich der, also ich nehme an, das wird dann kein Wein gewesen sein, sondern irgendein Trank oder sowas, äh, der die dann, äh, wahrscheinlich größtenteils hat mutieren lassen, ne? Ja, genau, die wurden da sehr dicht an zu den Ur-Orks. Genau. Ähm, und man, man ist ja auch, wir haben das ja, glaube ich, auch bei der letzten Staffel schon angemerkt, dass Annatar trägt Rüstung, die der Rüstung ähnlich sieht, die wir im Prolog von der ersten Folge sehen, wo sich die Elben zusammentun, so ihre Schwerter heben und auf nach Mittelerde, um ihn zu bekämpfen. Und ich schätze mal, er ist halt einer von denen. Ja, und seine Rüstung geht eben da so, so lange Zeit dann darauf zurück. Und ja, es ist, es ist tragisch. Ich meine, es ist ja diese Geschichte von, von Korruption und, äh, Korruption. Und, äh, die, all, all, all dieses Zeug und diese dunkle Magie und ich mag's eben auch, dass es halt so vage gehalten wird auch, weil manchmal reicht es, wenn man nur so ein paar Worte über etwas sagt. Man muss nicht alles zeigen, weil man kann sich dann schöne, gruselige Sachen vorstellen. Ja, vor allem, äh, wenn man dann eben solche Schauspiele an der Hand hat, wie, äh, Joseph Morley, dann jetzt Sam Hazeldyne, äh, die das schon, äh, rein über, äh, anekdotische Wahrheit gut herüberbringen einfach, ne? Also hier merkt man dann auch, warum Adar so einen Rochus auf Sauron hat. Und er eröffnet dann auch, äh, Halbrand, beziehungsweise Sauron, äh, dass jetzt, äh, die Männer aus den Südlanden freigelassen wurden und möchte dafür jetzt im Austausch wissen, äh, wo Sauron ist. Ja, und Halbrand füttert ihn dann mit Halbwahrheiten. Also, äh, von wegen Sauron, Sauron hat eine neue Form, habt ihr das schon gehört? Und, äh, also, äh, Ada fragt sich dann so ein bisschen, ja, gut, äh, er hat eine neue Form und dann finde ich ihn, wofür brauche ich jetzt noch dich? Hm. Und Halbrand entgegnet ihm dann, ja, äh, ich habe etwas, was du nicht hast, nämlich das Vertrauen der Elben. Wo ich mir dann aber so die Frage stelle, wie kann er sich da eigentlich so sicher sein? Weil ich meine, okay, also, okay, vielleicht kann er überlegen, dass Galadriel das nicht gesagt hat, weil er ihr das ja auch eingeimpft hat von wegen, was meinst du, was die Elben mit dir machen, wenn sie erfahren, dass nur wegen dir Sauron lebt? Da, davon geht er einmal aus, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Andererseits, glaube ich, dass er einfach nur blöfft. Weil er so ein bisschen, weil er denkt, Hauptsache, ich bin erst mal hier raus. Und dann kann ich's ja dann noch da, äh, drüben versuchen. In, äh, Eregion. Und wenn's dann nicht klappt, eh, scheißegal, aber hier lieg ich ja nicht in Ketten. Ja, gut, das stimmt natürlich. Ja, 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 gut, wenn ich jetzt mir die Szene so noch mal ins Gedächtnis rufe, über die Notizen hinaus. Ja, stimmt, der blöfft da wirklich. Also, der ist ja, der ist ja auch ein Spieler, einfach, ne? Total, er ist sowas von der Player, ey. Das ist echt der Hammer, wie er so alle um den Finger wickelt oder vor allem halt auch extrem verarscht einfach nur. Aber er möchte dann, also sein Plan ist dann wieder nach Eregion zurückzukehren und, äh, währenddessen kann dann Arda, äh, also zeitnah kann dann Arda seine Armeen von Mordor ausschicken, um dann Eregion, äh, anzugreifen und dann Saurons habhaft zu werden und ihn endlich zu töten. Mhm. Und, äh, äh, lockt ihn dann noch mit da so von wegen, ja, äh, ihr könnt uns dann beide von ihm befreien oder so ähnlich, ne? So, so in die Richtung. Aber, äh, äh, Halbrand soll noch was anderes machen, ähm, also Arda lässt sich dann so doch schon darauf ein, wobei er das nicht so, ich glaub, er nimmt das nicht so richtig ernst, aber auf jeden Fall soll ihm Halbrand die Treue schwören. Genau. Äh, worin der dann auch einwilligt und, äh, Waldreck ihm dann auch, äh, befehlt, äh, auf die Knie zu gehen und dann, ja, Halbrand macht das zwar und das war dann echt eine tolle Nuance. Äh, äh, er, äh, legt sich dann Arda wirklich zu Füßen und sagt dann, er schwört dem Herrn von Mordor die Treue. Mhm. Bis zum Ende von dem seinen Tagen und, ja, da merkt man, wem er in Wahrheit die Treue schwört, nämlich wahrscheinlich einfach nur sich selbst. Alles sehr, sehr clever, ja. Das ist, äh, das ist gut gemacht, aber gleichzeitig eben in dieser, äh, devoten Position. Es ist, das ist eine sehr schön so zweischneidige Szene, was das angeht. Mhm. Mochte ich, mochte ich sehr gerne tatsächlich. Ganz, 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 ganz wundervoll inszeniert, ja. Dann darf er letztendlich auch raus per Pferd, aber er hat noch ein kleines Geschenk dagelassen für seinen Peiniger. Ja, nämlich für Waldreck, der, äh, zurückkommt, um, äh, ihn eigentlich nochmal zu quälen. Und dann, äh, äh, da aber nur irgendwie ein Kleiderbündel findet, wo er dann gegentritt und feststellt, dass da drunter, äh, die Kette ist, äh, an der, äh, der Waag festgebunden war oder, oder festgekettet war. Äh, ja, Waldreck tritt da mit dem Fuß gegen, tut sich da ordentlich weh und, ja, hinter ihm ist dann der, äh, Waag, äh, der ihn dann vergenusswurzelt. Und, höchstwahrscheinlich, kriegen wir nicht zu sehen. Man hört's, man kriegt's zu hören und, äh, Halbrand reitet weg und grinst. Ich fand's sehr schön, dass er dann nicht lacht. Dieses Grinsen reichte schon. Ja, das fand ich auch gut. Ja, lachen, das wäre, oh, stell mal vor, der hätte so manisch gelacht. Ich stell mir das gerade so quasi so auf die Pippen. So wie in Dogma oder so, ne? Ja. Ja, nee, sowas muss nicht sein. Oder wie Dr. Evil, uah, ja, genau, ja. Oh Gott, das ist so, das ist so schlecht, ey. Das ist so schlecht. Ja, keine Weltherrschaft ohne magisches, äh, manisches Lachen. Ja, genau, die wissen, die wissen, wie weit sie gehen können mit so. Also, das performt er sehr schön. Und dann haben wir hier eine durchaus schöne Überleitung, denn, äh, schon während da irgendwie, ich glaube, Ada wird noch mal so im Profil gezeigt. Und dann hören wir aber schon Gesänge. Das war, das war auch eine schöne Verbindung, weil Ada ist ja durchaus immer noch ein Elb, ne? Ja. Und auch in Teilen, er ist ja, er ist ja noch ein bisschen empfänglich dafür. Also, er spricht immer mal wieder Elbisch und er hat auch diese elbische Tradition gepflegt, äh, vor der Schlacht da irgendwelche Samen einzupflanzen, ne? Also, auch genau wie Aaron dir. Und dann kommen wir jetzt aber hier zu einer Szene, wo ich wirklich sagen muss, du weißt ja, man merkt es ja auch im Verlauf, ich bin immer noch so ein bisschen eher zurückhaltend, was die Serie ja angeht. Ähm, und du hast ja, äh, bei der ersten Staffel oft behauptet, dass sie dich wirklich verzaubern würde. Ja, genau. Was bei mir nie so wirklich der Fall war, aber da musste ich jetzt in der Hinsicht echt mal die Waffen strecken. Äh, diese Szene hier, da kam für mich richtig Stimmung auf. Ja, es ist fantastisch, denn wir sehen hier dann den Elbenkönig Gilgalat und er versammelt die Elben um sich und währenddessen singt er ein Lied. Genau. Auf Elbisch und, äh, Golden Leaves und so weiter. Wir kriegen ja auch netterweise Untertitel, aber ja, er singt es auf Elbisch. Benjamin, äh, Benjamin Walker singt selbst. Ähm, ich wusste gar nicht, äh, dass er so eine schöne Stimme hat. Äh, und er macht das ganz wundervoll und das ist wirklich so pure Tolkien-Magie. Wir haben die Elben ja auch schon in der ersten Staffel singen gehört, aber in einem anderen Kontext. Und hier, äh, funktioniert das nochmal in ein Vielfaches besser. Und weil es ist so eine melancholische Stimmung. Ja. Und es ist halt so ein bisschen auch so in so einer kleinen Montage zusammengeschnitten und, äh. Großartig. Es ist ganz, ganz famos. Das hat mich, das hat, also hier kam wirklich, vielleicht liegt es auch daran, dass Benjamin Walker mit Abstand am meisten aussieht wie ein Elb, der wirklich aus den Jackson-Filmen stammen könnte. Das war eine Szene, die hätte ich mir auch wirklich da schon vorstellen können. Also, das hatte wirklich, das, das hatte was Melancholisches, also auch von den Bildern natürlich her, aber ungeheuer einnehmend. Und Benjamin Walker hat auch wirklich eine tolle Stimme für sowas. Ja, fantastisch. Äh, ich meine, das ist auch, glaube ich, nicht einfach, da so auf Elbisch zu singen. Doch. Äh, vor allem sehen wir dann auch wirklich jetzt mal in Lindon, also, dass da jetzt auch wirklich doch mal ein paar Elben sind. Das hat mich ja in der ersten Staffel immens gestört, dass sein ganzes Königreich anscheinend aus, äh, zwei Schauplätzen besteht, wo dann maximal zehn Elben zu sehen sind. Ja, es ist, es wirkt alles noch so ein bisschen plakativ und hier wirkt es noch sehr viel mehr Lift in. Wir kriegen von allen Locations insgesamt, also von allen, die wir schon kennen, kriegen wir sehr viel mehr irgendwie Schauplätze und Details zu sehen diesmal. Aber diesmal sind, kommen wir einfach auch vor, sind einfach die Szenen auch länger. Und, ähm, da, äh, das kommt dem jetzt hier zugute. Und da versammelt die Elben um sich und sagt, ja, wir sind gefickt im Prinzip. Wo man so endgültig dann sagt, wir, wir müssen weg, es gibt keine Hoffnung mehr. Das Licht der El da erlischt. Ja, wir haben hier den Baum, guck, der ist tot und so und wir können nichts mehr machen. Und, ähm, und Elrond steht da und ist betroffen, Galadriel ist betroffen und, äh, dann kommt aber noch, äh, tatsächlich, äh, Kirdan an. Genau. Und sagt, Überraschung, ich hab's so doch nicht vernichtet. Ich, äh, weiß, ich weiß ganz genau um die Macht dieser Ringe. Und hier, guck, ich trage einen. Und, ähm, ja, Elrond, äh, ist, äh, ja, sauer entsprechend und versucht, äh, auch wieder so ein bisschen, ich, ich glaube, ich glaube, er sagt tatsächlich irgendwie laut Nein oder sowas. Und, ähm, dann fallen die zwei anderen Ringe, bevor Galad's irgendwie nehmen kann, fallen zu Boden. Und hier ist ein schöner Touch, weil die Ringe suchen sich dann dabei ihre Träger, während sie fallen. In einer rollt in Zeitlupe, springt die Stufen hinunter, direkt auf Galadriel zu. Ja, gut, ich hab's, äh, ich hab auch bei den, bei den anderen, ist, ist, ist die Frage, ob jetzt die Ringe sich ihre Träger suchen, weil ist auch einer zu Gil-Galad gekommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, vielleicht, ich meine, weil er stand ja einfach schon sowieso direkt davor. Weil bei Galadriel wirkt das eher so auf mich, als wäre der halt einfach runtergefallen und sie nimmt sich den einfach. Ja, aber wie gesagt, weil es, es hat mich natürlich, man muss natürlich auch an die anderen Filme denken und so wie die zum Beispiel den Ring inszenieren, wie er ja dann Gollum entkommt. Mhm. Und wie er dann ja so in Zeitlupe so den Stein runterspringt. Und ich glaube, das soll eine Reminiscenz daran sein. Mhm. Weil das wirkte für mich zu bedeutungsvoll, wo ich mir dachte, na, ich glaube, der, dass das soll so ein bisschen andeuten, dass der Ring sie aussucht und, äh, so endgültig wirklich. Und also so, so kam es jedenfalls für mich rüber. Ja, so, okay, dann, äh, sagt er dann vorher noch, äh, also da, äh, revidiert er dann ja so sein Credo vorher noch mit Perfektion existiert nicht nur in Valinor, ne? Also, äh, und, äh, dann, äh, ja, fallen, äh, fallen die, äh, Ringe auf den Boden einer zu Galadriel und es ist natürlich Nenya, der Ring aus Adamant, äh, also aus dem, aus dem, äh, äh, Metall. Ja, und da rächt sich dann leider irgendwie auch schon, dass sie nicht so wirklich gezeigt haben, was sie so bei den Ringen verwenden, weil mein Stand ist da eigentlich nur Gold, Silber legiert mit Mifril, ne? Und, äh, Adamant spielt hier, äh, keine Rolle und vor allem auch, das ist mir jetzt auch im Rewatch noch mal aufgefallen von der ersten Staffel und deswegen wirkt das auch noch alberner mit Elrond, weil es kam wirklich absolut keine Magie zum Einsatz. Also wirklich überhaupt nicht. Ich meine, wir wissen ja nicht genau, inwiefern sich jetzt die Elbenmagie manifestiert da beim Schmieden. Also, weil, weil letztendlich, ich glaube, da, da steckt mehr hinter, als dass dann irgendeine Person da sagt und irgendeine Form, da steht und irgendeine Formel aufsagt, sondern das ist halt im Prinzip die pure, quasi die Magie liegt in der Tätigkeit selbst, es liegt in der Person, die es vollbringt und so weiter. Das, das geht halt tiefer. Ja, aber das hätte man irgendwie rüberbringen müssen, das bleibt irgendwo nur Behauptung. Ja, ich kann, ich kann das verstehen. Ich, ich denke mir das halt so ein bisschen irgendwie dazu, dann könnte gut sein. Aber ich glaube, so ist es ungefähr gemeint. Weil dann, dann macht halt die Skepsis von Elrond, also aus meiner Sicht macht die da noch weniger Sinn. Und wie gesagt, das ist ja, also Galadriel betont das ja auch gegenüber Frodo in der Szene da in die Gefährten, dass ihr Ring aus Adamant ist. Und das spielt halt überhaupt keine Rolle. Jedenfalls steckt sie ihn sich an und Gil gallert seinen. Und ja, das zeigt dann auch relativ schnell Wirkung, denn die dunklen Wolken, die sich hier eigentlich über Lindon ausgebreitet haben, die verziehen sich relativ schnell. Und der Baum erblüht. Genau, was dann Begeisterung auslöst. Wobei beim Baum treiben sie es dann tatsächlich sehr weit, weil der blüht nicht nur, der brennt ja förmlich. Ja, genau, da ziehen diese, diese, diese Feueradern ziehen durch den Stamm, welche wir auch schon gesehen haben, als die Bäume in Valinor verdorben wurden am Anfang der ersten Folge. Das ist ein ganz ähnlicher Effekt. Stimmt, ja. Ist mir aufgefallen. Und genau, und alle, alle feiern es, alle sind fröhlich, bis auf Elrond. Der ist, äh, einerseits geläutert, andererseits ist er aber natürlich auch, ich bin damit immer noch nicht einverstanden und er geht einfach. Ja, genau. Ja, gut, ich meine, er wurde ja jetzt eigentlich hier, äh, fundamental widerlegt, ne? Und traut dem Ganzen aber immer noch nicht. Aber, ja, ich, ich kann ja schon irgendwo verstehen, dass er angepisst ist, aber letzten Endes eigentlich eher so ein bisschen, hm, scheiße, ich hab nicht recht gehabt, ne? Eigentlich so, so ein klein wenig. Ja, ja, es ist ein bisschen, es wirkt so ein bisschen beleidigt fast schon, aber. So beleidigte Leberwurst, äh, praktisch. Das ist so wie die Schweiz halt. Hey, wir machen Euro, wir machen nicht mit. Und wir haben dann, wir haben dann noch diese, äh, Einstellung, oder doch, ich glaub, die ist hier, ne? Wo Gil-Galat, äh, Kier dann und, äh, Galadriel so, äh, die Hände so zusammenlegen, ne? Die ja hier wahrscheinlich auch unser, äh, Episoden-Cover zieren wird. Und, äh, auch so ein bisschen metamäßig, es sind ja drei und wir besprechen drei Folgen, ne? Also, hm? Ja, weil, weil ich, ich war nämlich, ich hatte gestern dann noch mit dir geschrieben und überlegt so, ja, scheiße, was nehmen wir denn jetzt für die drei Folgen für ein Bild? Und da hatte ich dir, glaub ich, schon so eins geschickt von Annatar und, äh, Kille Brimbo. Und da dachte ich mir so, ey, scheiße, warum nehmen wir nicht einfach das da? Ne? Und es sieht auch, glaub ich, sehr schick aus. Total, ja. Ja. Das ist sehr praktisch, also. Aber, äh, das Ganze, also wir sind jetzt auch fast schon am Ende der Folge. Genau. Äh, denn, äh, die neue Schmiede in Eregion, äh, wird hier nämlich dann angefacht. Also, das ist ja ein bisschen weiter weg. Und, äh, Kille Brimbo sehen wir hier dann endlich wieder. Ja. Äh, zusammen mit einer neuen Figur namens Mirdania, die Galadriel ziemlich ähnlich sieht. Sie ist halt auch einfach eine blonde Elbin. Ganz genau. Ja, ich verstehe, dass man da gerne mal irgendwas verwechseln kann. Ja, genau. Aber sie hat, sie, sie wird hier eingeführt als, äh, Charakter und, äh, scheint so eine, gewissermaßen so eine Vertraute auch zu sein von, äh, Kille Brimbo oder zumindest eine, vielleicht so eine Art Lehrling fast schon auch. Äh, äh, letztendlich werden die beiden davon überrascht, dass, äh, Besuch kommt. Und zwar ist es, äh, Hallbrand auf, äh, auf seinem Pferd. Und sie sagt, Moment, wir sollten doch keinen Kontakt mit ihm haben. Aber sie haben ja die Nachrichten euch gekriegt wegen Sauron. Im Moment weiß Kille Brimbo nur, ja, dass, dass, dass er mit dem einfach nicht verkehren soll. Genau, und er sieht ihn dann und, äh, ja, Abspann. Genau, im Prinzip halt so in der Schwebe sollen wir, so wollen wir reinlassen. Und das ist dann der, der Cliffhanger. Genau, äh, also hier bei, bei mir, Dania, äh, ja gut, ich, ich will, ich hab ja schon alles gesehen, aber, ähm, das hat durchaus noch seine Relevanz, dass sie so aussieht, sagen wir es mal so. Ja, Ende der ersten Folge. Ja gut, ich mein, wir besprechen ja drei an einem Streifen hier heute. Äh, jetzt ist die Frage, fällen wir zu jeder so ein kleines Urteil oder machen wir es ganz am Ende? Also, fassen wir es doch lieber ganz am Ende zu machen, tatsächlich. Ja, also ich, ich kann, äh, so zusammenfassend kann ich sagen, äh, das war die Folge, die mir zum Auftakt, also auch wenn ich jetzt hier doch einiges bemäkelt habe, äh, insgesamt hat sie mir erstaunlich gut gefallen. Also ich, ich, äh, hab ja die als allererstes von uns, äh, dreien gesehen, also Grüße an Sven. Ja, und du hast enthusiastisch geschwärmt und das hat mich, mir schon, mich schon in große Freude auch versetzt. Wo ich dachte, ach, schön, schön, dass ihr Spaß macht. Ja, ich, ich hab halt, ja, es war auch immer vorkommen, dass ich Spaß habe. Äh, ja, also wie gesagt, meine Erwartungen waren ja nicht die größten und so jetzt beim zweiten Mal hat sie dann jetzt schon ein bisschen verloren, aber die hat wirklich Momente, die, die, also den ganzen Anfang fand ich toll, diese Gesangsszene fand ich toll, so manche Ideen auch von der Regie, äh, es sah alles gut aus und ich fand das Pacing auch sehr angenehm. Also die Folge geht ja, glaub ich, fast so, doch, die geht so 70 Minuten? Ja, ja, die ist schon ein bisschen länger, ja, und da war ich auch ein bisschen überrascht von. Ja, und die Serie ist vor allem auch, also unabhängig, wie man jetzt insgesamt zu der steht, aber die Serie ist nicht kurzweilig gewesen in der ersten Staffel. Und, äh, das hier war eventuell mit die kurzweiligste Episode, fand ich. Mhm. Die hatte, äh, bis, bis so auf den Schnittrhythmus, den ich nicht immer ganz so rund fand, hatte die auch ein angenehmes Pacing eigentlich. Also, Daumen nach oben, vielversprechender Start. Ja, ich weiß jetzt, jetzt hab ich doch irgendwie nen, äh, Fazit gemacht, aber wir machen am Ende nochmal eins zu den, äh, drei Folgen insgesamt. Denn, äh, es geht ja nahtlos weiter. Vor zwei Jahren hatten wir ja nur zwei Episoden, die haben wir dann ja so aufgeteilt, glaub ich, ne? Da weiß ich nämlich noch, wir hatten das aufgenommen, dann war das fertig und dann haben wir die Spuren weggeschickt und während wir die zweite Folge aufgenommen haben, wurde die erste geschnitten vom Kollegen Paul. Ja. Schöne Grüße. Oh Gott. Hier jedenfalls geht's dann, äh, weiter nach dem, nach der allgemeinen, ähm, nach der Zusammenfassung nochmal, was alles passiert ist. Äh, gehen wir aber nicht in eine Titel, äh, Sequenz über, sondern tatsächlich in die erste Szene der zweiten Folge. Genau, wieder ein Cold Opener. Genau, und diesmal sehen wir, wie ein, so in dieser, im Prinzip so dieser, dieser, ähm, Landkarten-Grafik, sehen wir, wie sich ein Schatten von Mordo ausbreitet. Mhm. Und, äh, dieser zieht bis nach Khazad-Dum und ich hab mich natürlich gefreut, yay, die Zwerge sind wieder da und wir kriegen sofort eine sehr aufwendige Kamerafahrt, äh, durch die Kaverne dort. Oh, die ist toll, die ist toll. Ja, und das ist schön, das alles wiederzusehen und dann beginnen wir ein bisschen bescheiden und zwar, äh, mit, äh, Durin und seiner Frau, äh, dieser, an einem Markt, äh, wo sie beide quasi, ähm, Zutaten fürs, ähm, fürs Abendessen holen und die ein bisschen so in den Gürtel enger schnallen müssen, weil, wenn wir uns erinnern, äh, der, der Zwergenkönig war auf seinen Sohn nicht ganz so gut zu sprechen am Ende der ersten Folge. Hat ihn im Prinzip, also so hat es jedenfalls, ähm, sein Sohn verstanden, hat ihn im Prinzip verstoßen. Ja. Und, äh, das ist jetzt so der Konflikt und, äh, sie reden darüber halt, du solltest, du solltest zu ihm gehen, nein und so weiter und, äh, er hat sich sehr, sehr deutlich gemacht und bevor sie das aber richtig vertiefen können, äh, kommt ein großes Erdbeben. Und, äh, was einige Opfer fordert, Brücken stürzen ein und Decken fallen runter und, äh, die Kavernen verdunkeln sich, denn das, äh, Lichtsystem fällt aus. Und, äh, wir sehen das alles so ein bisschen von, natürlich so in, in großen, ähm, CGI-Shots, aber eben auch natürlich so vom Ground-Level her, weil wir da auch bei, bei den Zwergen im Markt sind und das ist eben auch sehr, sehr schön, dass wir sofort dann auch eine neue Location sehen. Wie schon gesagt, das ist ein Thema bei dieser Staffel, wir kriegen von schon bekannten Orten, äh, neue Sets. Ja, und da haben sie sich, glaub ich, auch echt ein bisschen Kritik angenommen. Also, zumindest hatte ich ja die, dass man Khazad-Doom irgendwie nicht so wirklich erforschen konnte. Also, klar, du hattest so diese, diese Money-Shots, die waren auch beeindruckend, aber dann hatte ich eigentlich, eigentlich das Gefühl, dass ich immer so dieselben zwei, drei Räume sehe. Ja. Mit den immer gleichen Figuren und das Khazad-Doom so aus, ja, ähnlich halt wie bei den Elben. Also, bei den Elben waren es vielleicht 20 Elben, hier waren es so zehn Zwerge gefühlt. Ja, und hier sieht man sofort, hier sieht man so viel mehr diesmal. Sehr viel mehr auch, ähm, Komparsen. Das gefiel mir. Ja. Und alles, es wirkt alles einfach sehr viel, sehr viel beschäftigter, sehr viel mehr Lift-in. Und die, 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 die Kamerafahrt, die Kamerafahrt in den Berg hinein war wirklich, wirklich großartig. Also, wie wir halt in diese Setting ja eingeführt werden. Alles sehr eindeutig. Also, klasse. Was mir aufgefallen ist allgemein ja auch, weil ich glaube, sie haben sich ja auch so ein bisschen Kritik eingefangen mit, dass die Zwerginnen ja kaum irgendwie so sichtbare Werte haben. Bei, bei dieser konnte man ein bisschen so, so Pflaumen, äh, ausmachen, so an den unteren Wangen. Ja, so Kotletten leicht, ne? Ja, und ich meine, das haben sie hier ein bisschen deutlicher gemacht, weil diesmal ist es ein bisschen deutlicher aufgefallen. Ja, am, am Ende von Staffel 1 hatte ich es so, glaube ich, bemerkt, jetzt auch nochmal im Rewatch. Äh, und es ist natürlich auch ein bisschen Zeit vergangen, das heißt, es ist vielleicht auch ein bisschen, äh, ja, mehr geworden, sag ich mal, ne? Ja, aber die beiden auch in dem kurzen Gespräch sofort wieder, man ist drin in deren wunderbaren Beziehung, weil die waren ja echt eins der so, ähm, sozusagen zwischenmenschlichen oder sozusagen zwischenzwergischen, ähm, Highlights der ersten Staffel, deren Zusammenspiel als, äh, als Ehepaar. Ja, und das machen sie hier wieder ganz vorzüglich. Ja, aber sehr viel mehr passiert jetzt erstmal nicht, als dass wir dieses, äh, schreckliche Erdbeben sehen und, oh Mist, äh, Kaza Doom liegt im Dunkeln, was ja auch schon prophetisch ist, wenn man, äh, die Lore kennt. Äh, es ist nicht, weil sie ihre Stromrechnung vielleicht nicht bezahlt haben, sondern, ja, wir haben ja am Ende der ersten Staffel angedeutet bekommen, was da in den Gewölben unter Kaza Doom vor sich hin schlummert, ne? Ja, aber das scheint hier ja jetzt noch keine Rolle zu spielen. Obwohl, ja, vielleicht ist es irgendwie beeinflusst worden, dass das jetzt, ja, es kann gut sein, dass es durchaus was damit zu tun hat, aber. Und, oder damit, dass die Zwerge zu gierig und zu tief schürfen mittlerweile, ne? Aber. Ja, aber das ist noch nicht ganz das Thema. Aber, also, ich mochte den Einstieg hier sehr auch, also wirklich bei, bei der ersten Folge und auch bei der dachte ich mir wirklich, wow, sie haben sich tatsächlich Kritik angenommen. Weil man muss ja wissen, Amazon hat tatsächlich nach der Ausstrahlung der ersten Staffel ziemlich umfangreiche, äh, Surveys gemacht, also Umfragen, wo dann auch rauskam, dass die erste Staffel nicht so den tollen Anklang gefunden hatte, offenbar. Also, das ist wohl so auch kommuniziert worden. Aber, äh, ja, das haben sie hier vielleicht ein bisschen eingearbeitet, wobei ich mir dann schon die Frage stelle, ich meine, die Dreharbeiten zu der Staffel hier haben begonnen, genau zeitnah, äh, nachdem die, die erste, äh, also nach, nachdem das Finale ausgestrahlt war. Ich glaube wirklich, dass, das ging eins ins andere über. Weil so, so, äh, Oktober, November 2022 fiel hier die erste Klappe. Die sind ja auch fix allgemein und, äh, da, ich weiß nicht, wie das dann alles insgesamt so zusammenkommt und was da vielleicht noch dann alles so an eventuellen Nachdrehen oder sowas war. Aber durchaus hat man hier sich so ein bisschen gewisse Kritik zuerst genommen, aber anscheinend die richtige Kritik und nicht von, äh, der komplett falschen Seite. Ja. Was gut ist, aber hier allgemein, wo wir so gesagt haben, ja, das hätte man besser machen können und ja, das vielleicht hier und so ein bisschen. Und das merkt man durchaus. Ich meine, es ist schön, wenn man einfach so ein bisschen auf, auf so gewisses Feedback hört, was gut begründet ist. Und es setzt sich auch tatsächlich fort bei dem, was wir dann auf die Augen bekommen, nämlich den neuen Vorspann. Ja, wir haben immer noch die Titelmusik von Howard Shore, aber, äh, die, der, ja, der Look ist leicht verändert, ähm, es ist düsterer durchaus. Ein rotes Gestein jetzt. Ja, genau, es ist immer noch dieselbe Idee, aber es sind diesmal auch andere Symbole, die wir zu Gesicht bekommen. Ich konnte das auch alles noch nicht im Detail auseinandernehmen. Ja, es wirkte aber nicht mehr ganz so konfus wie in der ersten Staffel. Ja, insgesamt wirkt es grafisch ein bisschen hübscher und vor allem, was sehr viel besser gelungen ist, ist letztendlich, dass, ähm, die Titeleinblendung selbst, die in der ersten, die in der ersten Staffel leider noch ein bisschen, weiß nicht, irgendwie so seltsam billig wirkte. Und hier ist es jetzt, ähm, eine etwas andere Font, es ist, äh, sehr viel, weiß ich nicht, es sieht besser aus einfach. Es ist einfach ein sehr viel schönerer, passenderer Look. Und es ist diesmal auch nicht so in your face hell, sondern es ist eben auch hier ein bisschen dunkler gehalten. Und ich finde, das funktioniert alles dann, ja, doch sehr viel besser. Und wenn sie das jeweils von Staffel zu Staffel jeweils immer so ein bisschen anpassen wollen, warum nicht? Ich finde es schön, wenn man da visuelle Abwechslung reinbringt. Ja, tun sie ja bei, äh, House of the Dragon genauso. Also, den Vorspann haben sie ja wirklich, äh, okay, den haben sie wirklich komplett neu gemacht. Also, das Einzige, was gleich geblieben ist, die Musik. Leider. Äh, weil es ist immer noch das Game of Thrones Main Theme, was jetzt, also ohne Scheiß, äh, hier hat es mich jetzt echt schon genervt. Und wenn sie jetzt das nächste Jahr bei Hedge Knight wiederbringen, also, dann haben wir ein Problem. Äh, nicht Ramin Djawadi und ich, aber, aber HBO. Oh Gott. Äh, nee, aber das hat mir auch gefallen. Und wie gesagt, ich finde die Symbole hier nicht mehr ganz so, bei der ersten Staffel, also, da zeigt er halt sehr eindeutig doch so die, die, also, da wollten sie auch die Vorgeschichte mit erzählen. Aber es war zu symbolträchtig und letzten Endes hat es auch mit der eigentlichen Handlung gar nichts zu tun. Und dadurch wirkt das so total weit weg. Und hier hast du jetzt so, also, da kannst du schon interpretieren, dass irgendwie hier dieser, ähm, rote Gesteinshaufen, dass das der Schicksalsberg ist. Du siehst da Formen, die aussehen wie die Ringe. Du siehst eine Krone. Und du hast da noch die, die bessere Form. Also, das hat für mich sehr, sehr viel besser funktioniert. Das, also, ich fand es, ja, ich fand das Intro von der ersten Staffel wirklich verhalten. Aber, also, das hier hätte eigentlich das Richtige sein müssen. Also, hiergegen wirkt das andere fast ein bisschen so Last Minute, muss ich sagen. Ja, das hier wirkt alles ein bisschen besser. Bei House of the Dragon ist es ja auch so, dass sie, dass sie da die Vorgeschichte erzählen. Aber das hat einfach die sehr viel direktere Verlinkung zum aktuellen Geschehen. Und der Vorspann wird auch ständig zum aktuellen Geschehen sozusagen geupdatet. Und, äh, ja, ich habe es in, äh, aber tausend Stunden House of the Dragon gesagt. Aber ich sage es hier gern noch mal, ich liebe das neue Intro. Ich, wirklich, das, das gefällt mir fast besser als das von Game of Thrones früher. Das ist ein Intro für eine Targaryen-Serie, wirklich. Äh, gerne, äh, in die, in die, äh, Recaps zur House of the Dragon reinhören. Aber wir sind jetzt bei Rings of Power. Und wir hatten noch gar nicht erwähnt Regie von dieser Folge wieder. Charlotte Brandström, allerdings Co-Regie, äh, zusammen mit Louis Hooper. War eine Newcomerin, die auch, äh, schon relativ viel im TV-Bereich gemacht hat. Zum Beispiel für die Sandman-Serie oder für The Witcher. Also wirklich so im Netflix-Kosmos eher unterwegs, ne? Oh, ja, ja, sie hat mehrere Sachen gemacht, ganz verschieden. Und, äh, jetzt ist sie bei Rings of Power gelandet, genau. Ja. Ja, und eben Co-Regie und warum Co-Regie, das haben wir ja schon spekuliert, aber wir wissen's ja nicht genau. Ja, das könnte aber richtig sein. Wir schätzen einfach mal, dass aufgrund des Aufwandes einfach halt die verschiedenen Units einfach untereinander aufgeteilt. So Linda-spezifisch. Oder eben auch, ja, jeweils anderweitig dann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht, äh, äh, Brandström, dass sie halt quasi dann weiterhin die, die, äh, die, die Harford-Stranger-Sachen gemacht hat. Mhm. Und alles andere größtenteils ist dann vielleicht von Hooper, könnte ich mir ja vorstellen. Könnte gut sein. Wobei, ja gut, ich mein, Hooper kennt man noch nicht so, aber Brandström hat ja durchaus auch ein Gespür für, für Dynamik irgendwie in Szenen, ne? Und auch mit der Kamera, das hab ich dann schon irgendwie ein bisschen bei der Moria-Einführung gesehen. Aber gut, das, äh, die ganze Folge ist, äh, geschrieben von, äh, auch einem weiteren Rückkehrer, nämlich Jason Cahill. Mhm. Äh, äh, unter anderem auch schon Autor gewesen, äh, allerdings jetzt schon vor einigen Jahren wirklich bei den Sopranos. Oh, ja. Äh, und bei der ersten Staffel war er, glaub ich, also da hat er auch schon zwei oder drei Skripte, glaub ich, beigesteuert. Auch welche, äh, die ich eher ein bisschen schwächer fand, aber okay. Ja, und dann landen wir hier bei der ersten Szene, äh, die Galadriel zeigt, äh, die in Lindon, äh, Samen einpflanzt, ähnlich wie Ada in der ersten Staffel. Äh, allerdings, äh, nicht von der Schlacht so Gladiator-mäßig, sondern, äh, vor dem Grab ihres Bruders, was wir ja schon gesehen haben. Und, aber, letztendlich entpuppt sich ja diese Sequenz als Vision oder Traum. Ja. Also, ergibt es Sinn, dass es vielleicht nicht ganz so Sinn ergibt, dass sie da die Samen einpflanzt? Nämlich, wir haben das ja auch, ähm, Arondir, ähm, hat das auch gemacht in der ersten Staffel. Stimmt. Und da hat, und der hat ja sowieso sogar auch die ganze Bedeutung davon aufgeklärt. Aber ja, sie, sie platzt für ihren Bruder ein, dann kommt, äh, Kilbrimboa, überraschend, wo wir auch erst denken, Moment mal. Mhm. Was machst du jetzt hier? Ja. Ähm, aber es ergibt dann letztendlich Sinn, weil es eine Albtraumsequenz ist und zwar eine ziemlich heftige. Oh, ja. Äh, also Galadriel wundert sich ja erstmal, dass Kilbrimboa hier so auftaucht und, äh, ja, er ist nicht nur ein ungebetener Gast, sondern er sagte dann so, ja, sind das nicht die Samen, die du gepflanzt hast? Dann hört sie Saurons, äh, Stimme und, äh, es tauchen Wurzeln auf, die sich so, äh, um, äh, ne, um Galadriel nicht, sondern um Kilbrimboa schlingen, äh, was man auch schon im Trailer gesehen hat. Dann wird das Licht rot und, äh, Kilbrimboa, während er da förmlich festgenagelt wird an einem Baum, zitiert das Ringgedicht. Also hier drei Elben, äh, Ringe, äh, dem, äh, ne? Ja, ich glaube auch in der schwarzen Sprache. Genau, in Black Speech. Sehr, sehr gruselig. Und, äh, ich muss sagen, die Szene, die war echt, die wurde, ja, die wurde leider auch schon wieder in den Trailern vorweggenommen, du hast sie ja nicht gesehen. Hm. Also nicht jetzt im Ganzen, aber auf jeden Fall, also die, 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 boah, die Lichtstimmung hier, die mochte ich. Das war toll. Es ist so, so unwirklich und aggressiv einfach, mit dieser, dieser roten, alles in rot getaucht und es ist sehr, sehr, äh, sehr, sehr, sehr gruselig und, 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 und schrecklich und grell dadurch und eben sehr düster. Und dann wird er sogar von hinten quasi aufgespießt durch diese Dornen. Hm, und da kann ich schon mal sagen, da, da kann ich schon mal sagen, äh, im Hinblick auf Celebrimbor ist das hier, also die Art der Pose und auch so dieses gespickt werden mit etwas, das ist foreboding. Ah. Und das weiß ich nicht nur, weil ich schon alle Folgen gesehen habe, sondern auch so, äh, äh, was so jetzt der Lore entsprechend passiert. Ah, okay. Ähm, und, äh, dann. Dann eben aber sehen wir, dass das halt, äh, ja, ein Traum ist, ein, oder ein Traum war, aber man sieht sie nicht aufwachen, sondern sie steht, äh, beim Elbenkönig wieder. Mhm. Ähm, wo sie gerade so ein bisschen einfach besprechen und, äh, ja, irgendwie auch schon Pläne machen. Ja, sie wirkt sehr abwesend, äh, und hat so den, den, äh, die, die Finger, glaube ich, am Ring, ne, an, an dem, äh, also an dem, äh, also an dem, ja. Ja. Und, äh, äh, im Hintergrund hört man, dass die Elben hier, ja, Kriegspläne schmieden, wie sie jetzt Arda in Mordor angreifen wollen und dass sie dann eine Lücke, äh, im Gebirge, äh, dafür nutzen wollen, Mordor vom Osten anzugreifen. Und dann heißt es noch, äh, dass Sauron, äh, also Hallbrand anscheinend gesichtet wurde, aber eben, wie er nach Mordor hineinging und nicht, dass er irgendwie rauskam. Ja. Und genau, und dann, äh, 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 gehen die, glaube ich, die anderen Elben weg. Sie kommt dann mit, äh, Gil-Galat, äh, ins Gespräch und, ja, wirft dann die Frage auf, wird er in Mordor bleiben? Denn sie hat ja von Sauron gehört, beziehungsweise jetzt wirklich verstanden, der will Mittelerde beherrschen und nicht nur beherrschen mittels Armeen, sondern auch durch Ringe. Und dafür benötigt er natürlich Celebrimbor, der ja, äh, der Elbenschmied ist, ne, also, äh, und auf den hat er ja auch schon Einfluss ausgeübt in der ersten Staffel, auch wenn es auf keinen Fall über Wochen hinweg war, wie uns die Serie das suggerieren wollte. Äh, Gil-Galat mischt, äh, bis dem Ganzen aber auch nicht so wirklich Relevanz bei, beziehungsweise weckt das so ab. Ja, äh, also, hier, Sauron ist alleine, er hat keine Armee, Eregion ist, ist geschützt und Celebrimbor ist sicher. Galadriel hat dann, also, da, da merkt man auch schon, die hat so, fast schon so Eingebungen, seit sie diesen Ring angesteckt hat irgendwo, ne? Hm, ja, genau, man merkt schon, der Ring verleiht ja eine gewisse Macht, eine gewisse Weitsicht. Weitsicht, könnte man sagen, ja. Genau, und, äh, sie spricht dann ja davon, dass sie wirklich Eingebungen, äh, durch die unsichtbare Welt hat, äh, also zwischendurch auch mal so eine, so eine Erscheinung von Hallbrand, äh, ich glaub, wo er schon in Eregion ist, äh, und auch schon in der Schmiede, äh, also, das heißt, es sieht sich schon so voraus und meint dann, ja, Saurons Plan hat sich bereits in Bewegung gesetzt. Und deswegen verlangt sie von Gil-Galad, dass er sie nach Eregion schickt, um, äh, Celebrimbor zu warnen, äh, was ich da ein bisschen seltsam fand im Dialog, dass Gil-Galad erst so, so relativ gelassen, oder was heißt gelassen, auf jeden Fall so reagiert von wegen, ja, hier, da kann erst mal nix passieren. Und dann plötzlich, oh, ja, wenn, wenn Sauron die Macht über jemanden erlangt, dann, dann tut er das nicht nur über, über Körper und Geist, sondern kann, äh, äh, auch Augen und Ohren desjenigen irgendwie täuschen. Also, äh, kann, kann, äh, 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 andere Realität vortäuschen. Ja. Ähm, und da dachte ich mir so, müsste das nicht eher von ihr kommen, als von ihm? Ich glaube, es könnte gut sein, dass er vielleicht ein bisschen mehr weiß über ihn, oder durch die, aber ich meine, sie hat es ja tatsächlich so durch, so am eigenen Leib erfahren. Also, hat sie eigentlich schon so die erste Handinfo, was das angeht, aber ich glaube auch einfach, dass er durchaus weiß, wozu er fähig ist, aufgrund von, na, einfach der langen Vergangenheit, die die Elben haben, und dass er eben der König ist, und da die vielen Geschichten kennt, und ihm vielleicht auch schon mal in irgendeiner Form gegenüber stand, wer weiß. Äh, ja, aber das ist alles, ja, ja, das ist aber, das ist aber letzten Endes alles Spekulation, also ich, also ich finde einfach, die Szene hätte besser funktioniert, wenn sie ihm das erklärt und er nicht ihr. Na, weil sie, sie sagt ja irgendwie jetzt, sie hat den Durchblick, und also wenn, wenn sie es jetzt zum Beispiel so rübergebracht hätten, dass Gil Gallat sagt, ja, ich hab auch sowas wahrgenommen, und, und, äh, äh, weiß nicht, von wegen, er kann eine neue Realität erschaffen, dann, also, wenn sie sich eigentlich mehr so darüber ausgetauscht hätten, wenn das so mehr auf Augenhöhe irgendwo gewesen wäre. Ja, genau, wenn sich die Ringe bringen, quasi so, sie beide so ein bisschen eher näher zusammen, und so, ja, ich hab auch etwas Ähnliches gespürt, und so, oder, unser Verstand für das Mies-Bereichs miteinander. Ja, das, das, das wär, das wär schöner gewesen, glaub ich, an der Szene. Aber sie weiß dann, glaub ich, einen Vorteil für sich zu nutzen, denn, äh, sie meint, ja, er kennt zwar meinen Verstand, aber ich kenn auch seinen, ne, beziehungsweise glaubt sie das. Ja, vielleicht überschätzt sie sich damit ein bisschen, ne? Also, zu einem gewissen Teil, ja, zu einem gewissen Teil hat sie auch recht. Und, ähm, sie hat ja eine gewisse Seite von ihm kennengelernt, und, ähm. Sie meint dann noch so, äh, was wäre denn, wenn ich nicht alleine geschickt werde nach E-Region, ne? Also, versucht ihm das irgendwie schmackhaft zu machen, dass er jetzt zumindest eine kleine Schar entsendet, und das führt ja dann auch später dazu. Aber, äh, wir, äh, begeben uns dann, äh, nach E-Region, was auch sehr viel belebter wirkt als in der ersten Staffel. Ja, ganz genau, ja, sehr viel mehr los dort allgemein auf den Plätzen, und, äh, wir sehen ein bisschen mehr Hintergrund, alles, alles drum und dran, alles sehr, sehr hübsch gemacht. Und, äh, Halbrat ist dort angekommen, und, äh, die, äh, Elbin kommt zu ihm. Mit Daniela? Und sagt, ja, genau, und du kannst gleich wieder abzischen. Äh, äh, die, 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 äh, Kliberwurwisch. Du kommst in den Brein. Ja, genau. Kliberwurwurwisch, dich mit dir zu sprechen, und er sagt so, pfff, sayonara, gute Reise, ja. Genau, vielleicht, vielleicht ändert er seine Meinung noch, ich bleib erst mal hier. Und dann sagt sie, denkt sie sich, ja, was soll ich machen? Und geht halt erst mal dann wieder weg. Und, äh, aber er, ja, er steht jetzt so ein bisschen, ja, ich, ich merk schon, warum das hinausläuft, aber ich bin hartnäckig, weil ich muss irgendwie an ihn ran. Ja, und er war, er meint dann so, ja, ich bleib jetzt einfach hier stehen, so für den Fall, dass er seine Meinung ändert. Und dreht ihr dann natürlich auch noch so ganz demonstrativ den Rücken zu, wo er eine Wunde hat, ne? Ja. Von wegen, so, 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 so ein bisschen, äh, Fishing for Compliment, so, ne? Oder Fishing for, ja. Du, Fuchs, du. Ja. Ja, der weiß, uns, ihr fällt das natürlich auf und sie geht dann zu Kille Brimbo und sagt, er ist übrigens, scheint verwundet zu sein und so, aber was sollen wir tun? Und dann, Kille Brimbo, was soll's, weil jetzt hat er schon bei ihr Zweifel gesät, aber, aber Kille Brimbo bleibt erst mal hart, denke ich, und sagt nein? Ja, er hat es, er hat es versprochen, er sagt, er hat es versprochen, ihn zu ignorieren und da wird er sich dran, dran halten und der, der, der wird sich schon verpissen und es kann jederzeit jetzt auch mal irgendwie Kunde aus Lindon eintreffen, was jetzt hier Sache ist, wo ich mich dann aber so frage, Lindon ist ja nicht weit weg von Eregion oder ist auch auf jeden Fall, glaube ich, näher als Mordor. Ja, das ist wieder eins der Probleme. Müsste dieser Bote, der losgeschickt wurde, ich mein, gut, es ist ja nicht, es wird ja nicht alles parallel erzählt, aber, boah, die Serie hat echt ein Problem mit Zeit, tut mir leid, wirklich. Das ist ein theoretisches Problem mit Zeit, hier gibt's allerdings die Entschuldigung, dass dann etabliert wird, dass der Bote überhaupt nie ankommen wird. Ja, das stimmt, dass der niedergeschlagen worden ist. Genau, von, von etwas, äh, was wir noch nicht sehen, es ist auf jeden Fall etwas Ungutes, vielleicht nicht Menschliches. Ja. Äh, wir sehen das tote Pferd, wir sehen den Boten, wir sehen die zertrümmerte Nachricht, irgendetwas hat ihn dort gefangen und zerrt ihn an Ketten weg, wir wissen noch nicht was. Ja gut, ist das, ist das wahrscheinlich schon Damrod gewesen? Nein, ich weiß, was es ist. Okay, das, das, äh, wüsste ich nämlich jetzt. Das klären wir auf, wenn's dazu kommt. Ist, erklärt die Folge das noch auf? Ich weiß das gar nicht mehr. Die Folge nicht, es wird in einer späteren Folge aufgeklärt, aber das würde jetzt zu viel vorweg nehmen. Okay, aber dann, ah, dann ist das wahrscheinlich, weil, äh, es, es, es wird dann passen hier mit den Ettenöden und, äh, ja, gut, aber, ja, aber wie kommt der dann so schnell nach Mordor? Naja, egal. Nee, 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 das ist das nicht. Aber, äh, also, da, da hab ich mir schon so, ja gut, ich meine, ich, ich muss zugeben, dass mit dem Boten, dass der niedergeschlagen wurde, das hab ich erst so, also, ich hab die Szene zwar schon wahrgenommen, aber ich dachte im Moment eigentlich, das sei Elrond, tatsächlich. Oh, ach so, nee, nee, aber ich hab gemerkt, ich hab gemerkt, ah, okay, ist das der Bote, weil dann sieht man nämlich auch die kaputte Nachricht am Boden liegen, diese Schriftrolle. Stimmt, stimmt, ja. Da dachte ich, aber ja, wird, wird irgendwie an Ketten weggezerrt, wir wissen nicht was oder wie es ist. Wo sind wir dann? Wir landen dann wieder in der Wüste, äh, in Ruhn und auch an einem neuen Schauplatz in Westruhn, äh, wie wir mitgeteilt bekommen, nämlich Karas Gär. Oh. Wo dann, äh, diese Reiter in der Wüste, äh, also, da muss ich sagen, da war ich auch halt so ein bisschen, also, das fand ich auch ein bisschen konfus, weil wir kriegen halt erst gezeigt, dass dieser Bote niedergeschlagen hat. Und dann sehen wir aber jemanden, der irgendwie gegen einen riesigen Sonnenuntergang reitet und, und dann, irgendwie hab ich das kurz nicht zusammenbringen können. Beziehungsweise hab ich mir gedacht, das könnte der Bote sein. Nee, mir hat sofort einfach die Location, hat mir gesagt, wo wir sind. Ja. Und die Musik, glaub ich, auch hat den Hinweis gegeben. Ja, ja, gut. Ähm, dieser, dieser Berittene kommt jedenfalls an, äh, bei einem großen Gebäude. Ja, so mehrere. Was fast so ähnlich aussieht wie so eine Art, ja. Vielleicht mehrere Gebäude, das sieht fast aus wie so eine Art Tempel oder Palast oder sonst da wie, oder die Ausläufer von der Stadt eventuell. Ich musste sehr an ein Zelda-Spiel denken. Ja, stimmt, daran erinnert das. Und wir sehen, wie im Inneren, äh, eine Art Ritual vonstatten geht. Und wir sehen nämlich dort, äh, Frauen, die genauso gekleidet sind wie diese Priesterinnen, die wir schon kennen aus Staffel 1. Diejenigen, äh, Kultistinnen, Akkulütinnen, wobei, äh, auf das Wort Akkulüt bin ich im Moment ein bisschen, äh. Ich musste auch sofort daran denken. Ja, weil, weil, äh, er spricht hier von Ecolights und ich, ich dachte mir so, kommt jetzt gleich Emendler Stanberg rein. Aber da, da kann ja die Serie ja nix für, dass die einfach dieses Wort aufbauen. Ja, aber die, ähm, die vollführen gerade ein Ritual. Ja, mit Moppen. Und, ähm, eben unter der Leitung dieses, äh, Zauberers, dieses Bertin Zauberers, gespielt von Kirian Hainz, einem weiteren Game of Thrones-Schauspieler, der es jetzt nach Mittelerde geschafft hat. Kurz, bei Leuten, wo es vielleicht nicht klingelt, weil der war ja gar nicht so lange in Game of Thrones, der hat den König jenseits der Mauer gespielt, also Man's Raider, ne? Ja, sowieso fantastischer Schauspieler, irischer Schauspieler, ist in allem, ist überall. Ich mag den sehr, sehr gerne. Das ist, äh, ewiger Nebenschauspieler, wobei er ist, ich glaube, er war für, ich meine, er war für Kenneth Branaghs Belfast, war er jetzt, glaube ich, sogar für den Oscar nominiert, vor ein, zwei Jahren. Oh, schön, ja. Na? Bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja, aber er ist in, er ist in allem, also er ist, er ist in vielen Sachen. Ja. Ähm, er ist, er ist in beiden Justice League-Variationen. Oh Gott, oh Gott, ja. Als, äh, Steppenwolf ist er mit drin, um jetzt noch etwas Populäreres zu nennen. Wenn er ja einmal mit Mother anfängt, ne, dann, dann. Ähm, er ist im Harry-Potter-Franchise mit dabei. Stimmt. Ähm, er ist, da spielt er Dumbledores Bruder. Ja. Ähm, dann ist er noch dabei in, äh, alles, alles Mögliche zu. Er ist, er ist der Bösewicht in Tomb Raider 2. Ah, nehmt der Schweiger. Ich hab ihn zuletzt gesehen in In the Land of Saints and Sinners mit Liam Neeson. Ah, okay. Da spielt er eine, äh, eine gute Rolle. Okay. Einen, der mal nicht, äh, mal kein Bösewicht, da spielt er einen, äh, Polizisten, der mit Liam Neeson befreundet ist. Naja, äh, auf jeden Fall haben wir ihn jetzt hier, begrüßen wir ihn jetzt hier in der Serie und, hands down, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für dich, dass er Saruman ist? Also, er hat, er, er hat auf jeden Fall starke Saruman-Vibes. Und, äh, durch seine Kleidung, durch seine Art, wie so ein bisschen wie sein Bart aussieht. Mhm. Er wirkt schon, und ja, er hat, er hat durchaus seine Saruman-Vibes und sie führen da dieses Ritual durch. Eine der Priesterinnen schneidet sich die Hände auf und, ähm, blutet. Ja, so blutzoll, ne? Genau, und, aber auf jeden Fall benutzt er das dann auch für irgendwie eine gewisse Magie, denn dann kommt so eine, äh, dann wird so eine Mottenwolke freigelassen aus einer Laterne. Und aus dieser formt sich dann die Oberkultistin aus der ersten Staffel. Eminem. Ja, genau, die mit den extrem, äh, kurzgeschrittenen Presidenken haben. Die, die halt aussah, es tut mir leid, die sieht aus wie Slim Shady, als Frau. Mit dem, mit dem Unterschied, dass sie hier jetzt tatsächlich spricht, in der ersten Staffel hat sie noch kein Wort verloren. Mhm. Da war es eine sehr, sehr stumme und beeindruckende Performance. Hier spricht sie nun und, äh, klärt ihn eben darüber auf. Ja, wir haben den Typ verfolgt, aber er war stärker als wir und, äh, er hat, äh, die Macht, äh, er hatte die Macht uns alle zu bannen im Prinzip. Und dann sagt er, ja, toll, was du mir erzählst, was hab ich überhaupt nicht hier das Blut verschwendet für all das, um dich hierherzubringen. Mhm. Ähm, und dann kommt eben auch der berittene Bote rein und sagt, ey, wir haben ihn übrigens gesichtet, er ist hier in der Nähe. Wir wissen schon, wie wir ihm irgendwie beikommen können, weil, äh, ich kenn seine Schwäche. Und die Schwäche sind natürlich die beiden Haarfüße, die mit ihm reisen. Genau, und, äh, Saruman oder wie, 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 äh, ja gut, Scamman kann ich ihn jetzt schlecht nennen. Wie, 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 wie sollen wir ihn nennen? Ja, also ich, ich nenne ihn Saruman, er ist für mich Saruman, tut mir leid. Äh, Syrianman. Seriousman. Aber der, äh, wie im Syrianman wegen des Vornamens des Schauspielers, aber der, ähm, äh, letztendlich, was sie, was sie hier jetzt zeigen von Run und diesem Zauberer und so weiter, ich muss sagen, ich war ein klein bisschen enttäuscht und vielleicht war meine Erwartung zu hoch. Mhm. Weil ich hatte mir gewünscht, wir sehen irgendwie so eine große Zivilisation und Kultur. Und letztendlich, was wir hier zu sehen kriegen, ist einfach nur dieser, 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 dieser kleine Kult um diesen Zauberer. Und, ähm, das ist halt nicht, auf mich wirkte das halt jetzt im Moment, ich weiß nicht, wie das noch im weiteren Verlauf der Staffel wird, aber im Moment wirkte das noch nicht sonderlich interessant für mich, dadurch, dass wir eben auch nur irgendwie dieses Gebäude sehen. Und ich dachte mir, ach, ich hätte so gerne, da muss irgendwie so eine Stadt sein oder sonst irgendwas, ja, das hatte ich mir irgendwie davon versprochen. Aber vielleicht waren da einfach, vielleicht hab ich da einfach zu hoch gegriffen. Ja, nee, also ich kann schon verstehen, es wirkt alles ein bisschen klein, tatsächlich. Ja. Ich mein, es braucht vielleicht auch für die Handlung, braucht's vielleicht auch nicht viel mehr als das, aber ich hätte einfach gern, weil das ist eben ein Teil von Mittelerde, der mich schon immer interessiert hat, weil er eben so weit weg und so exotisch ist und über den nicht wirklich geredet wird. Und ich hatte mir gewünscht, oh, gibt's irgendwie was? Und wir kriegen später so andere kulturelle Teile davon zu sehen ein bisschen, aber es ist, ja, es ist eben nicht ganz das, was ich mir irgendwie gewünscht hätte, weil das Volk der Darun und dann irgendwie auch die Haradrim, die da irgendwie da auch in die Richtung auf jeden Fall gehen. Das ist etwas, was mich schon immer sehr interessiert hat und bestimmt kriegen wir irgendwas davon bald zu sehen. In die Richtung gab es tatsächlich auch zumindest einen kleinen Name-Drop von, äh, äh, Maybe Saruman, äh, er spricht nämlich davon, dass, äh, es da irgendwie schon Gerüchte länger gibt, dass eben, äh, Scamdalf und, äh, die Halblinge dadurch die Gegend stromern, nämlich von, äh, wahlweise, ich glaube, Salzräubern oder Mumakil-Dieben. Ja, das war eine sehr schöne, äh, Mumakil ist ja eigentlich, ja, es ist natürlich der Ausdruck, dass sie den da benutzen, ist absolut stimmig, aber die Hobbits haben sie ja, glaube ich, Olifanten genannt in Herr der Ringe. Genau, das ist der Begriff, als die wir sie vor allem kennen, genau, wir, wir kennen sie auch als Olifanten, weil das ist vor allem das, was wir auch aus den Filmen kennen und aus den Büchern. In den Büchern werden sie aber auch anders erwähnt, äh, ja, aber das ist, äh, ja, diese großen Elefantenviecher und, ähm, dass die hier so kurz erwähnt werden, ja. Ja, das, das Ding ist eben auch, und ich meine, vielleicht ist das so allgemein einfach diese Popkultur-Krankheit, aber halt, sobald ich eben das dann sehe mit jemandem, der dann irgendwelche anderen irgendwas name droppt und es ist in einem, in einem, äh, in so einer Wüsten, ähm, Umgebung, da denke ich auch immer halt sofort an Star Wars. Und das ist eben das, was so, dass Star Wars eben, weil die so oft, weil die das in den letzten Jahren so viel breitgetreten haben mit, oh ja, und wieder Tattoo. Ja, ja. Und das, deshalb, deshalb ist das immer so ein bisschen vorbelastet, was so schade ist, weil ich finde, diese Wüste hier sieht um ein vielfaches Interessante aus. Ja, die wirkt auf jeden Fall wilder, also sie machen durchaus auch ein bisschen aus dem Setting was im Hinblick auf hier, äh, Durst und Tiere irgendwie und so weiter, also das haben wir dann jetzt. Ja. Bei Scandalf und den, den Halblingen. Der Speer, der irgendwie Brank heißt, mit Ä tatsächlich, wer weiß, vielleicht ist das der Einfluss von Brantström, äh, ähm, der meint, äh, dafür, dass er den Easter liefert, äh, soll, äh, maybe Saruman einen, äh, Fluch von ihm nehmen, beziehungsweise von deren, äh, er, er sagt halt im Original, Flash, also, also, our, 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 our Flash is cursed. Da dachte ich mir so, tragen die eventuell bald so, so, so Masken wie so Leprakranke oder so in Wahrheit? Ja, es ist, äh, da kommt auch später nochmal eine Andeutung in die Richtung, aber das können wir hier jetzt noch nicht voll wegnehmen, aber das, äh, ja, es ist, äh, durchaus, ja, es ist hier ein bisschen Worldbuilding mit den Details, zu denen hier gehintet wird. Ja, aber letztendlich wissen wir, oh Mist, die meint's ernst und die wollen den ans Leder und deshalb ist das halt einer der Handlungsstränge, die mich ein bisschen gestresst haben, weil mir persönlich, und das ist kein Geheimnis für die, die hier schon lange zuhören, bei unseren Herr der Ringe Recaps, das ist, äh, halt, äh, die, ähm, gerade diese beiden Haarfüße und eben der Stranger, das sind Charaktere, die mir sehr ins Herz gewachsen sind und ich möchte nicht, dass denen was passiert. Und entsprechend ist es immer sehr stressig, wenn denen irgendwie Gefahr droht. Ja, warten wir's ab, äh, ob, also, ähm, was ich schon mal, ja gut, ich, ich darf, ich darf ja so oder so nicht über die anderen Folgen sprechen und du hast ja auch nur bis zur vierten gesehen, aber, äh, was ich so sagen kann, was so mein Eindruck ist bei der Staffel, dass sie nicht so wirklich wissen, was sie mit Nori und Poppy anfangen sollen. Es ist halt, das alles mit den Haarfüßen und dem Stranger, das ist halt der einzige Handlungsstrang, der nicht in irgendeiner Form in die anderen eingreift. Ja, wirklich. Äh, andere, äh, andere Handlungsstränge, weil das, das halt mit dem Vulkanausbruch, das hat mal dann Auswirkungen auf die in der ersten Staffel. Mhm. Und, äh, die ist dann auch für die Plot relevant, aber die selbst, äh, nichts, was die tun, hat in irgendeiner Weise Einfluss auf etwas anderes, niemand kriegt irgendwie was davon mit. Oder, ich meine, die, der einzige Unterschied ist, alle haben diesen Kometen gesehen, aber dann wird dem keine Bedeutung mehr beigemessen. Ja. Letztendlich war es vielleicht irgendwie nur für die ein Zeichen, aber letztendlich ist das gar keine Auswirkungen mehr auf sonst was. Und nichts, was sie bisher getan haben, es hat in irgendeiner Form Spuren hinterlassen, in anderen Handlungssträngen. Und das ist eben das, was das so extrem separiert. Und sowas kann in Ordnung sein. Ich finde, dass es hier nicht unbedingt auch stört, weil ich schätze mal, das ist auch einer von denen, wo, das wird irgendwann ein bisschen wichtiger für die anderen Sachen. Da werden sich Wege kreuzen. Durchaus, da, das wird der Fall sein. Jetzt eben ist es einfach noch nicht der Fall. Und ich kann verstehen, dass einige davon frustriert sind, dass es halt so wirkt, als wäre das alles irgendwie separat. Und was soll das alles eigentlich? Zum einen sind das die Gründe, zum anderen auch, hatte ich jetzt auch gelesen, man darf nicht vergessen, die Tolkien-Erben haben ihre Argus-Augen auf dieser Serie. Also ich habe wirklich gehört, sämtliche Skripte müssen von denen abgesegnet werden. Und Amazon darf nichts bringen, was irgendwie den Kanon bricht. Und man weiß ja, Gandalf hat zu dieser Zeit, oder Scamdalf hat zu dieser Zeit noch gar nicht existiert. Der ist hier rund ein Zeitalter zu früh dran. Also darf er auch zumindest bis zu einem bestimmten Punkt nicht wirklich maßgeblich in Geschehnisse eingreifen. Ja, ja. Und ich meine, das ist halt eben dann auch die, letztendlich ist dann eben die Frage, inwiefern ist man invested in diesen Handlungsstrang. Und ich meinerseits bin sehr invested, weil ich diese Charaktere sehr gerne mag. Aber Leute, die es nicht so sehr sind. Zum Beispiel ich. Genau, die haben dann eben nicht mal die Ausrede, oh, aber das ist ja wichtig wegen Demodem. Im Moment ist es eben noch nicht wirklich wichtig für das große Ganze. Vielleicht wird es irgendwann, garantiert sogar. Aber jetzt gerade eben nicht. Und deshalb kann ich verstehen, dass Leute damit Probleme haben. Ich persönlich aber mag es. Wir landen dann, ja, eben bei Nori, Poppy und Scamdalf. Ich hoffe, du nimmst es nicht über. Ich habe den Namen letztens in einem YouTube-Video gehört. Ich fand den so geil. Latschen da durch die Gegend. Und Nori und Poppy wollen so langsam mal dem Fremden einen Namen geben. Ja, das ist eine sehr lustige Szene. Ja, ich fand es, ja. Ich fand es sehr niedlich. Es schlägt verschiedene Namen vor, darunter. Und hier wieder eine Buchreferenz. Fredegar. Denn Fredegar Bolger ist ein Charakter aus den Herr Dringebüchern. Stimmt. Ein Hobbit-Charakter. Stimmt. Und Antwise klang auch sehr ähnlich wie Samwise so ein bisschen, ne? Genau. Und dann schlägt sie sogar einen Namen doppelt vor, weil sie auch schon so ein bisschen Kirre ist wegen der Sonne und Durst. Und dann, das hast du schon gesagt. Und das ist halt, ja, und dann sagt er halt, ja, es ist mit Namen, es fühlt sich einfach alles noch nicht richtig an. Und dann sehen sie da die Wüste vor sich, wo sie dann letztendlich auch durch müssen. Poppy findet eine Abkürzung, glaube ich, ne? Genau, ja. Und das scheint mir aber ein sehr gefährlicher Weg zu sein. Und, ja, sieht sehr, sehr trocken aus und weit. Und ist das dann da schon, wo sie fast entdeckt werden? Ja, sie rasten dann auf jeden Fall und unterhalten sich dann so. Also Poppy und Nori murren dann so ein bisschen über die Beschwerlichkeiten der Wüste. Also von wegen, ah, mich hat fast ein Skorpion gestochen. Und da war dann irgendwie, das habe ich nicht so ganz mitgekriegt, weil ich da auch ein bisschen so Sexscreen unterwegs war, mit dem Handy Notizen gemacht habe. Irgendwas erzählen sie da von einem Kaktus, glaube ich, oder so. Oh ja, genau, ja. Sie hat halt, sie ist von der Fasten und Kaution gesprochen ist und da ist dann mit dem Gesicht in den Kaktus gefallen. Und so hat sie den Kaktus gefunden. Ach so, ja, okay. Und so haben sie eben das bisschen zu essen. Dann kommen Pferde und sie verstecken sich super schnell. Und wir wissen ja, Hobbits später, die sind ja sehr gut darin, lautlos zu verschwinden. Und entsprechend verstecken sich die beiden auch sehr gut. Der Scamdalf schafft es auch, sich zu verstecken. Schafft dich infiziert. Yay! Es passt einfach gut. Und dann haben wir so ein bisschen fast sowas wie mit den schwarzen Reitern dann, wo sie versuchen, die Haarfüste zu finden. Aber es ist nicht genauso inszeniert. Es ist halt, es ist halt ein bisschen anders gemacht. Und es gibt einen kurzen Schreck mit einer Schlange. Aber sie kommen dann letztendlich davon und sind super leise, schaffen es, dass die Reiter sie nicht finden. Aber dann sagen sie, ja, wir werden, wir werden verfolgt. Sie haben uns im Visier. Wir sollten hier lang. Ich muss sagen, mich hat das gar nicht mal so sehr an die schwarzen Reiter erinnert, sondern eher an die Szene. Also es hatte so einen ganz leichten Vibe, fand ich, von der Szene in die zwei Türme, wo Frodo sich da am schwarzen Tor verstecken muss vor diesen Ostlingen. Ja, genau. Und weil es ist sogar eine ähnliche Perspektive, wo sie durch das, durch diesen Stoff quasi durchschauen. Ja, das hat durchaus auch was davon. Und ja, ich wünsche echt, wir hätten mehr von denen gesehen in der Originaltrilogie, weil das waren so coole Rüstungen. Oh, die sahen mega geil aus. Man sieht sie wirklich so in ein, zwei Shots, so Gesamtshots, sieht man sie in Minas Tirith, nachdem die Trolle das Tor einreißen. Aber das ist dann irgendwie das letzte Mal. Ansonsten ist dann der Fokus auf den Pelennor-Feld und ist dann bei den Harrah drin. Und da gibt es ein paar Waffenüberschneidungen bei denen. Aber ansonsten, ja, schade drum. Weil die Ostlinge kriegen durchaus ja auch eine Erwähnung in den Büchern. Anyway, wo sind wir dann? In Moria sind wir, beziehungsweise Khazad-Dum. Oh. Wo wir dann zwei, ja doch, ich glaube, zwei Zwergenfrauen sehen, die so ein bisschen, ja, Tratsch austauschen. Es sind Steinsängerinnen. Genau. Und die unterhalten sich eben darum, ja, hier, das Erdbeben hat dafür gesorgt, also wir haben jetzt kein Licht mehr. Also ein böses Ohm, ja, gerade so das nächste, vor allem sind deren Felder verdorben. Man hat ja schon in der ersten Staffel gesehen, dass sie dadurch, dass sie das Licht da so verteilen von außen durch diese, wie hattest du die genannt, diese Geräte, die das Licht verteilen? Du hast es vorhin gesagt. Scheinwerfer oder? Ja, so riesige Spiegel oder so, ne? Ja, genau, so Spiegel, so Spiegellichter, dieses Spiegelsystem, in welchem ist das Licht verteilt, was ja auch im Buch ist, was dort erwähnt wird, dieses Geflecht. Und ja, genau, aber letztendlich ist da alles verdorben und sie merken, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu und sie treten vor den König. Ja, sie hören vor allem, wenn ich das mal ergänzen darf, sie hören auch aus anderen Zwergenreichen, dass sich dort auch böse Omen bemerkbar machen und es geht auch so ein böses Gerücht, also es wird vermutet, dass der Berg verflucht ist, seit den Elben beziehungsweise Elrond erlaubt wurde, einzutreten. Genau. Also auch schon wieder so, das ist so echt so das Äquivalent zu den Hobbits oder Haarfüßen in der ersten Staffel, die gesagt haben, ja seit der Fremde wird hier alles gerade scheiße, ne, so ein bisschen, also Aberglaube. Und das ist ja auch mit den Hobbits und Gandalf so, ist halt immer, ja, wenn der Zauberer kommt, dann kommt Unruhe ins Auge. Ja, ja, genau, genau, Gandalf Sturmkriehe, ne, obwohl, ne, das war in Rohan. Ja, es ist ja immer, es sind immer, es sind immer die anderen, es ist ja, in der Mittelerde herrscht immer so ein großer Fremdenhass. Aber, äh, die, sie kommen dann zu, äh, Disa, die ja bekanntlich so die, die Obersteinsängerin ist anscheinend und, äh, die unterbindet dann relativ schnell die Gerüchte oder versucht es zumindest und, äh, führt dann beide vor den Thron, auf dem ja, äh, Durin der Dritte bekanntlich sitzt und, äh, also bei der ersten Staffel mochte ich Peter Mullen wirklich sehr gerne und das kann ich schon mal sagen, er hat in dieser Staffel deutlich mehr zu tun als in der ersten. Ja, und, ähm, er sagt ihnen, dann kommt ihr, um wieder dann das System freizugraben, um wieder Licht und so weiter zu kriegen, singt und schaut, welche Pfade sicher sind zum Graben. Mhm. Und da gibt's ihre kurze Gesangseinlage, wieder selbst gesungen von Sophia Nomfett, wie auch schon im ersten, in der ersten Staffel. Letztendlich alles, was sie bewirken, ist einfach nur, der Stein antwortet nicht mehr und da wird noch ein bisschen mehr verschüttet gerade und jetzt, ja, wir sind, wir, wir sind am Arsch, da geht grad nix mehr. Mist. Ja, äh, äh, Durin der Dritte kommentiert das dann so mit, also neun Jahrzehnte hatten die praktisch ne, ne heilige Verbindung zum Berg und die ist nun gebrochen und sie sollen mit Bedacht graben und, äh, da steht auch noch jemand, äh, der in der Staffel auch relativ prominent, äh, vertreten sein wird, also den sollte man sich auf jeden Fall merken, das ist Narvi, der ist bekannt aus der Lore tatsächlich. Der Name kam ja auch bekannt vor. Ja, der ist sehr wichtig im Hinblick auf, äh, soweit ich weiß, die Freundschaft zwischen den Elben von Eregion und den Zwergen, äh, da möchte ich jetzt nicht mehr verraten. Er wird gespielt von jemandem, ich hab jetzt leider den Namen nicht mehr auf dem Schirm, aber der ist anscheinend auch mal in Game of Thrones gewesen. Natürlich. Er ist hier aber so aufgemacht, dass man ihn kaum erkennen kann. Er sieht auch richtig schön zwergenmäßig aus. Der erinnert ein bisschen an, ach, hier, bei den, äh, irgendwie so ein, so ein etwas edgier, äh, 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 Zwerg hier in, im Hobbit, äh, ich glaub, das war sogar, das, das war doch, glaub ich, der, der irgendwie ein Beil in seinem Kopf stecken hatte. Daran erinnert der so ein bisschen. Oh, Bifu, oh, Bifu, ja, stimmt, er hat so einen leichten Bifu-Look. Ja. Die sollen dann, wenn dann mit Bedacht graben, ordnet der König an und, äh, der möchte dann noch kurz mit Disa sprechen. Ja, und das Gespräch hab ich dann so zusammengefasst unter, äh, Vater-Sohn-Bief, also beide sind sich, äh, ähnlich in ihrer Sturheit. Mhm. Und während für, für den einen Durin, äh, Sturheit einfach nur Sturheit ist, ist es für, also für, für den König kann Sturheit, äh, im Sinne von Zwergen auch Stärke bedeuten. Ja. Ja, aber letztendlich dann, einer muss sich doch mal entschuldigen, meine Güte. Ja. Und, äh, das ist dann der Inhalt des Gesprächs. Ich musste gerade daran denken, ähm, wegen, wegen Gängegraben, also die Richtigen und so weiter. Ich musste das, was ich so vor dem Kopf hatte, war, Gängegraben, Gänge, Gängegraben, bis sie die perfekte Länge haben. Na gut, hier eher nicht. Äh, und, und hier wird auch noch der elbische Name tatsächlich, oder, oder nee, nicht der elbische Name, äh, auf jeden Fall, äh, ein, äh, Gipfel im Nebelgebirge wird erwähnt, nämlich der Siraxigil, die, äh, die Silberzinner. Und das, äh, ist der Berg, auf dem ihr dann letztendlich Gandalf den Bayrock tötet. Genau, das ist, ja, warte mal, wie, wie, wie heißt das nochmal anders? Also, es ist auf jeden Fall der Ort, das ist hier vom tiefsten Verlies bis zum höchsten Gipfel, ne? Genau, das ist quasi so ein Aussichtsturm der Zwerge, wir sehen ja sogar Überbleibsel von einem Turm im, im Film. Genau, toll war das. Dann haben wir eine relativ, also wir, wir bleiben sogar tatsächlich in Kasatum, hätte ich gar nicht gedacht. Äh, wir haben dann so eine Szene, wo wir Zwerge graben sehen, die dann irgendwie auch schon schwielen an den, an den Händen haben. Und, äh, wo Dureen dann zutritt und die ihn relativ belächeln, weil sie meinen, ja, er ist halt kein Arbeiter, sondern ein Adeliger, ne? Genau, und Prinzen machen ihn fertig und, äh, geben ihm ja auch mit die Schuld an allem, weil er ja Elrond ja im Prinzip reingelassen hat und, ja, sie, äh, sie mobben ihn. Wobei mich das ein bisschen gewundert hat, dass, ich meine, wir haben doch schon in der ersten Staffel gesehen, der ist doch jetzt keiner, der jetzt, also angenommen, äh, der wäre jetzt einfach wirklich so ein Adeliger, der, der sich zu fein ist, sich die Hände schmutzig zu machen, das wäre ja noch okay, aber wir wissen ja, dass er das eben nicht ist. Ne, das ist nicht der Fall, aber ich weiß nicht, vielleicht liegt's auch einfach an der schweren Arbeit insgesamt und wer weiß, wie viel Hand er wirklich angelegt hat bei den richtig schweren Dingen. Ja, gut. Letztendlich ist er halt einer, der auf jeden Fall mit in die Mine geht und dort anleitet und weiß, was zu tun ist, aber wer weiß, ob er wirklich immer exakt mithackt, obwohl er ja gemeinsam zum Beispiel mit Elrond hat er ja da auch mitgearbeitet, also ist es ihm nicht ganz fremd, aber vielleicht unter diesen Umständen ist es einfach alles ein bisschen anders. Das ist ja eigentlich nur eine kurze Szene, weil dann haben wir nämlich eine zwischen, äh, ihm und, äh, seiner Frau Disa, äh, in deren, äh, äh, Zwergen, ja, du hast es, glaub ich, mal Wohnung genannt, ich würd jetzt sagen eher Gemach. Gemach, ja, genau, wo sie da sitzen und dann führen sie im Prinzip das Gespräch fort mit entschuldige dich doch und so weiter. Ja, genau, genau und, äh, vor allem haben sie auch nicht mehr viel Zeit und, äh, Disa erklärt ihnen dann auch darüber auf, ja, also der Berg, äh, äh, antwortet uns nicht mehr und, äh, sie ist zunehmend verzweifelt. Also erst geht es nämlich irgendwie darum, dass sie, dass sie auch so langsam nicht mehr, also klar, bei denen wird natürlich jetzt am, äh, wenigsten die Nahrung knapp als bei anderen, aber, äh, ich glaub, das geht auch da irgendwie darum, dass Durin irgendwie sagt, dass hier, dass das Brot, das schmeckt wie von letzter Woche und dann sagt Disa, ja, das ist auch von letzter Woche oder irgendwie so ähnlich. Ja, so etwas in der Art. Aber der, deren Zusammenspiel einfach, äh, es ist so, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist so geerdet zwischen den beiden. Die haben eine wirklich schöne Chemie, ja. Da könnt ich, da könnt ich mir sogar vorstellen, dass die einen guten Screentest einfach zusammen hatten, ähnlich wie, äh, Owen Arthur und, äh, Robert Aramayo, ne? Ja, die, die funktionieren einfach so wundervoll zusammen, einfach so natürlich, die sind, ja, die sind perfekt füreinander und, äh, es macht immer Spaß in jeden, in jedweden Umständen den beiden zuzuschauen. Ja, aber wer dann, äh, eher so ein bisschen gerade gefrustet ist, ist, äh, Durins Buddy Elrond, äh, in, äh, ich glaube, er ist immer noch bei den Grauen an Furten, meine ich? Ja, da irgendwo hängt er rum. Und, und führt so eine, äh, Arbeit, glaube ich, irgendwie Schleifarbeit oder sowas für Kirdan aus? Ja, genau, ihm hat er sich ein bisschen mehr angenähert jetzt und, ähm, einfach irgendetwas, um irgendetwas einfach auch zu tun zu haben und aber auch gleichzeitig vielleicht, um so ein bisschen einen der Ringträger so mit im Auge zu behalten und, äh, als beim König, nee, hab ich keinen Bock drauf, Galadriel, mit dem hab ich mich grad zerstritten und, aber Kirdan, weil er so weise ist, von dem kann ich vielleicht am ehesten noch irgendwie was erfahren. Mhm, aber Galadriel, äh, kommt ja dann, glaube ich, zu ihm oder ist auf jeden Fall da und meint dann, ja, es gibt immer noch keine Antwort von Celebrimbor und der hohe König will jetzt eine Schar entsenden, um zu gucken, was da los ist und, äh, Elrond soll mitkommen. Genau. Und, äh, 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 er meint dann so, ja, ich, 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 ich bin ja, ich bin ja kein Kämpfer, aber sie dann so, ja, äh, du bist ja umso bessere Politiker und Diplomat und er will davon aber nichts wissen und meint auch, sie, sie wurde beeinflusst schon vorher und sie wird eventuell jetzt beeinflusst, sprich, Sauron will vielleicht sogar, dass sie nach Eregion geht und er sieht es, also die, die Ringe lehnt er ab, weil er meint, ihr macht euch ja alle zu seinen Helfershelfern, ne, hab ich, hab ich immer noch Probleme mit irgendwie, das ist. Wie gesagt, ich verstehe absolut, ich verstehe, worauf er hinaus will und ich verstehe seine Bedenken, aber ja, wir haben ja schon darüber geredet, dass, dass, dass bei dir vielleicht ein bisschen an Info fehlt, aber ich, ich verstehe absolut. Ja, es ist nicht so, dass ich Elrond gar nicht verstehe, aber da sind halt die Aspekte, die so einen Verdacht wecken würden, die sind halt weggefallen, ne, das, das ist halt das Ding. Mich stört halt nur daran, dass die beiden sich jetzt quasi halt so ein bisschen zerstritten haben, weil ich mag halt keinen Konflikt zwischen solchen Charakteren und ich hab halt gehofft, auch bitte, rauft euch wieder zusammen, bitte, ja, aber ich verstehe schon, aber trotzdem, ist mir, tut es halt immer leid. Ist ja hier keine Schönwetter-Sitcom. Ich fiebere halt immer mit, mit den Leuten. Wir haben da eine Szene, äh, mit, äh, Kierdan, da fand ich eins unglaublich amüsant, der sitzt nämlich da irgendwie am Bach oder so. Ja, oder ein Ausläufer. Und, äh, hat sich mit einem Stein oder, oder, also irgendwie mit einem scharfen Stein oder so, hat der sich jetzt den Bart abrasiert. Eine Muschel. Für mich sah es aus wie eine Muschel. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, das, das fand ich echt amüsant, muss ich wirklich sagen. Was für ein Detail, ja. Es hat mich irgendwie erinnert an die Iragorn-Bücher. Da, da ist, da ist etwas, was irgendwie so ähnlich ist teilweise. Und dann, das fand ich so einen schönen Touch. Und apropos Touch, weil nämlich dann führt der Elrond im Prinzip so ein bisschen die Macht so eines Rings vor. Und er steckt seine Hand ins Wasser und, äh, bewegt sich so ein bisschen und manipuliert damit die Fische. Und einer von ihnen springt ans Ufer und dann, äh, tut er den Fisch aber ins Wasser zurück. Und dann sagt er dem, ja, hier die große Macht und sie kann für Schreckliches benutzt werden. Aber letztendlich liegt es an uns, äh, wie wir sie einsetzen wollen. Und, äh, ich weiß ganz genau, wie ich sie einsetzen möchte. Und das soll dann diese Szene zeigen. Und das ist eben, ja, das ist, das ist schön. Das ist mystisch und es ist nicht zu sehr in your face. Aber es ist trotzdem, es ist zeigt, es zeigt einfach, wie mächtig diese Ringe sind. Und wie fasziniert Kira davon ist. Aber wie unkorrumpierbar er dabei wirkt. Ja, vor allem, äh, äh, ergibt sich ja durchaus verständnisvoll gegenüber Elrond. Also, von wegen, kann deine Furcht verstehen. Aber lass dich auch nicht so der, so sehr davon blenden, dass du nicht siehst, wie man das auch fürs Gute einsetzen kann. Vor allem benutzt er hier eine bestimmte Wortwahl. Und ich krieg's hier nicht mehr komplett zusammen. Aber es ist so etwas, er sagt so etwas Ähnliches wie, ähm, erfreue dich, äh, erfreue dich an diesen schönen Dingen. Also, bewerte Dinge an dem, was die Dinge tun oder was sie sind. Mhm. Und, äh, überlass, überlass die Richtung derjenigen, die sie erschaffen haben, anderen. Und das ist im Prinzip, was er im Prinzip sagt, ist, separating art from the artist. Das ging mir auch durch den Kopf. Ich hatte sogar den Eindruck, dass einmal sogar fast so was, also klar, man muss das jetzt hier auf moderne Gegebenheiten zwingend beziehen. Aber an einer Stelle wirkte das für mich auch fast schon wie so ein Kommentar zu Cancel Culture. Weil er spricht da nämlich davon, ja, äh, soll man jetzt hier die, die Verse eines, eines Gelehrten wie Rumiel, äh, im, im Feuer verbrennen, nur weil er ein Säufer war? Genau, ja, da gibt er noch dieses extreme Beispiel. Genau. Ja, da all dieses, und das fand ich, das war sehr schön in World, aber es hat eben auch einen sehr schönen Bezug zu unserer Welt. Und das fand ich ziemlich nice gelöst. Das fand ich auch super. Und, äh, und letztendlich hat da jeder irgendwie einen anderen Standpunkt, wie ist es jetzt mit separating art from the artist und jeder hat so seine, lustigerweise hatten wir da ja auch erst neulich ein Gespräch zu, im Chat, zu einem ganz anderen Thema. Oh, stimmt, ja. Ähm, und, äh, und da ging's dann um einen anderen Film, aber das, und so etwas ist immer noch sehr, sehr relevant, gerade auch in Bezug auf ein anderes, äh, Fantasy-Franchise in unserer Welt. Ja, aber das, das ist im Prinzip das, was sie hier sagen, aber es fühlt sich sehr, sehr in World an. Und ich finde, das ist ziemlich gut gelöst, ziemlich, ziemlich schön geschrieben. Ja, das mochte ich, dass, äh, Ben Daniels kriegt das auch einfach gut rübergebracht. Also, der hat wirklich, der strahlt was unglaublich Würdevolles und, äh, der wär auch ein geiler Gandalf irgendwie. Total, absolut. Ja, ich seh, ich seh ihn absolut als Gandalf. Und hiermit, äh, der Verweis auf Romil, das ist vielleicht sogar auch nochmal, also nicht nur ein Kommentar zur Kenze-Culture, sondern auch nochmal ein Hinblick auf Religion, weil Romil ist nicht irgendein Gelehrter, sondern das ist wirklich ein Weiser, der, äh, also hab ich jetzt hier aus der Ardapedia tatsächlich, der erfand das erste Schriftsystem. Ah. Ähm, und hat damit dann die Ein- und Lindale niedergeschrieben. Also sozusagen eigentlich, also das ist eigentlich so ein bisschen der, der, äh, Autor des Alten Testaments, könnte man sagen. Wenn man es jetzt mal so, so auf, zum Beispiel Christentum überträgt. Und das ist ja bestimmt auch kein Zufall, weil Tolkien war ja nochmal ein ziemlich strenger Katholik. Ja, das alles, alles führt irgendwie, alles hat ja die Verbindung. Fand ich, fand ich sehr gelungen an der Stelle. Total. Äh, Moment, wo sind wir? Ja, äh, oh genau, da gibt's eine schöne Überblende von diesem Motiv, äh, man, man soll sich nicht blenden lassen von Furcht. Bekommen wir die Überleitung, äh, nach Run, in dem, äh, ja, uns die Sonne ordentlich blendet, die auf die erschöpften Haarfüße knallt und, äh, eins fand ich ein bisschen komisch, weil Scamdalf geht da erst vor, dann kommen die Haarfüße so hinterher, dann gibt's einen Schnitt und dann sieht man, dass Scamdalf anscheinend die Haarfüße durch die Wüste zieht. Achso, ja, das, das ist dann einfach nur ein kleiner Zeitsprung, so ganz schnell. Äh, das ist, das ist, das ist, die, 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 die hatten sie nicht von Anfang angezogen, das ist einfach dann nur der, der plötzliche Wechsel, äh, so hab ich das gesehen. Na gut, das, weil, äh, das fand ich ein bisschen seltsam, weil ich dachte mir so, ja gut, die sind jetzt erschöpft, aber er ist ja auch, äh, ziemlich angeschlagen, also ich mein, der zieht die hier eigentlich fast schon wie so ein Lastentier, das fand ich ein bisschen, ein bisschen seltsam. Ja, und dann erblickt Poppy einen Brunnen. Ja. Und sie ziehen ihn bis dorthin, den Großen, und wo sie auch sagen halt, warum, wie kann einer so lange nicht so gegessen und trotzdem so schwer sein, aber sie sind ja auch sehr klein. Hier muss man auch mal sagen, das Zusammenspiel der Größenverhältnisse ist hier auch wieder großartig gemacht, auf eine Weise, wo man überhaupt nicht drüber nachdenkt. Es ist einfach, oh ja, die sind kleiner als er, und man denkt, man denkt nicht mal drüber nach, dass da Effekte im Spiel sind. Ja, ja, man, man nimmt's als gegeben hin, wobei ich muss, äh, zugeben, äh, dem Brunnen hab ich erst vorher gar nicht so gesehen, ich, äh, also beim ersten Mal zumindest dachte ich, äh, Poppy sieht eine Fata Morgana, weil sie irgendwie ... Ja, das soll's ja auch implizieren, glaube ich. Na, ja, ja, irgendwie sowas in die, in die Richtung, also ich mein ja auch mit der Hitze und, äh, aber nein, äh, sie finden einen Brunnen, an dem, äh, Poppy dann auch relativ schnell zieht und, äh, oben an dem Brunnen hängt aber noch eine Glocke. Ein Gong ja viel eher. Ja, stimmt, ein Gong, der, der wirklich so, das hat so was leicht buddhistisches irgendwie, ne? Ja, total, es hat sofort gerade, man hat da sofort gewisse kulturelle Assoziationen und als sie dann den Wassereimer wieder, ähm, oder irgendwas, ich glaube, das Seil fällt dann wieder runter und dann durch ein bestimmtes System wird dann der Gong geschlagen, wo ich dachte, oh, oh, nein, aber sie schaffen es ihm Wasser zu geben, sie fühlen sich alle ein bisschen besser und, äh, während sie da aber am Brunnen zugange war, hab ich gesehen, auch, äh, fällt da so ein Wanderstab zu Boden, wo ich dachte, oh, oh, was ist das? Und, äh, das sieht natürlich dann auch, äh, unser lieber Scam Dive und, äh, denkt sich, Moment, der Stab, der sieht ganz ähnlich aus wie in meiner Vision und nimmt ihn und dann plötzlich, äh, fliegen die Pfeile und, äh, die beiden Haarfüße verstecken sich, während dann die Briten kommen, diesmal sind es fünf. Und die haben wirklich einen Banner mit diesem schwarz-weißen Augensymbol, ne? Ja. Und sie wollen natürlich, ey, komm mit und so und, äh, aber der, der, der Zauberer stellt sich ihnen entgegen, äh, erschafft einen Wirbelsturm, was allerdings auch den Stab zerstäubt, aber anscheinend scheint es die Bösewichte aufzuhalten, man hört Schmerzens und Schreckensschreie, leider aber, äh, sind auch die Haarfüße davon nicht gefeit und, äh, sie schaffen es noch, sich am Brunnen festzuhalten, aber dann werden sie weggeweht, hoch in die Luft und das ist das Letzte, was wir erstmal von ihnen sehen, äh, der Zauberer ruft ihnen hinterher, aber es, äh, scheint erstmal zu spät zu sein. Oh Gott, wo sind sie hin? Was wird nur passieren? Wir sind so besorgt. Ja, wie der, äh, Stab sich zerlegte, das, da musste ich tatsächlich sehr an Gandalfs Begegnung mit Sauron in Dol Guldur im zweiten Hobbit decken. Ja, ich auch sofort, es ist genau dieselbe Art. Ne, ne, der, der, der zerstäubte wirklich so, so in seinen Händen. Ja. Also letztendlich, das zeigt uns auch, oh, das ist nicht der Stab, den er sucht. Nein, und es ist, es ist, äh, es ist auch nicht der abertausendste Clou zu Gandalf, den wir suchen, also, oder den, den, den wir hier kriegen. Das, äh, oh Gott, ey, wie viele Gandalf-Hints ertrage ich noch, wirklich? Das war's erst mal mit diesem Handlungsstrang. Ja. Wo kommen wir dann hin? Äh, wir kommen dann auch schon relativ zum Ende, wobei, also, bei der ersten Folge war's auf keinen Fall so, aber hier, ich glaub, da hatten wir auch drüber geschrieben, es ist ein bisschen ungelenk, wie diese Folge hier endet, aber wir kommen erst mal zu der Szene, die sich hier anschließt, nämlich in Eregion, wo Celebrimbor in seiner Schmiede gezeigt wird und da hab ich erst nicht so, also, äh, diese Medania steht neben ihm und da hab ich erst nicht so wirklich verstanden, worauf sie hinauswollt und ich dachte, ist das irgendwie eine Art Goldstich oder sowas? Goldstich? Ja, also. Ach so, was er da, was er da macht, ich weiß nicht genau, das ist so eine Art von, da scheint auf irgendetwas etwas gekratzt zu haben oder sonst, ich weiß nicht ganz genau, auf irgendetwas, woran er gebastelt hat, sieht aus wie so eine Steintafel aus Metall oder sowas. Ja, und, äh, und sie, also Medania kommentiert das dann halt mit, oh, es ist, es ist, es ist verschwunden und, äh, dann tritt er aber mit ihr raus, äh, in die Nacht und. Ich wusste sofort, worauf das hinausläuft. Ja, und das fand ich wirklich schön, denn, äh, er spricht, äh, davon, dass er aus dem letzten Mitrieseber etwas, äh, erschaffen hat, was er jetzt Ithildi nennt. Ja. Und, äh, wem das Wort bekannt vorkommt, das gab es sowohl im Hobbit mit der, mit der Karte, als auch mit der Eingangstür von Moria, also nicht der Eingangstür, sondern das, das, was das, das Westtor, ne? Genau. Von Moria. Also diese, diese Zwergentür, die man nur bei Mondlicht sehen kann. Ohne das Mondlicht ist es unsichtbar und jetzt sehen wir aber, dass es hier so erscheint. Ich muss sagen, das fand ich wirklich schön. Ja, und das ist ja auch der Mond, äh, und der, der Mond ja auch, in dem es erschaffen wurde, ne? Und so, und, äh, all, all dieses Schöne. Ja, ist richtig nice. Und dann sieht er da unten immer noch, mh, die Wolken ziehen sich weiter zusammen und er sieht total Brand und dann geht er runter zu ihm und es ist so schön, wie da ein Elb da dieses, quasi diesen Elben-Regenschirm über ihn hält. Ich fand, das war so ein cooles Design. Ich mag es, wenn so Fantasy- oder Science-Fiction-Sachen halt etwas, was wir auch im Alltag benutzen, nehmen, aber das sind halt Umdesign, dass es irgendwie passend zu der Welt aussieht. Ja, und, äh, vor allem wird er dann ja auch von Medan ja, äh, darauf hingewiesen von wegen, ja, der ist, der ist immer noch da und die Nacht wird kalt, wollen wir mich zumindest einen Schal geben. Es, äh, es, äh, gewittert dann ja auch und Kelle Brimboer, ja, lässt sich dann mit dem Schirm dahin eskortieren und macht dann Hallbrand eine Ansage. Wenn ihr jetzt nicht geht, dann werdet ihr mit Gewalt entfernt und, äh, Hallbrand wechselt dann direkt in den Manipulationsmodus oder, oder ist ja eigentlich die ganze Zeit im, im Manipulationsmodus und gibt vor, mit Galadriel gesprochen zu haben. Ja. Und fragt dann, ob Kelle Brimboer denn gar nichts mitgekriegt hat von den Ringen. Ja, genau. Oh, sie haben gewirkt. Ja, ja, und da packt der Kelle Brimboer natürlich ganz kurz bei seinem Ehrgeiz. Genau. Und, äh, dann lädt er ihn zu sich ein, da sind sie im Prinzip in so einem Wohnraum der Schmiede. Ja, aber davor ist noch was anderes, äh, beziehungsweise das, womit er ihn rumkriegt, ist, äh, also Hallbrand sagt dann wirklich so, ach, ihr habt nichts mitgekriegt, ja, es ist so typisch, die Niederen führen die aus, die Aufgaben aus und die Oberen profitieren davon und dann vergessen sie uns, ne? Ja. Und, äh, will dann schon gehen, weil er meint, ja, ich, ich will hier nicht irgendwo rumhängen, wo ich ja eh nicht willkommen bin und dann pfeift in Kelle Brimboer zurück. Äh, ich muss sagen, dieses mit von wegen die Oberen und die Unteren, das hab ich beim ersten Mal gar nicht so mitbekommen. Nee. Weil ich muss sagen, ich fand das echt ein bisschen, ich fand's leider echt ein bisschen billig, wie schnell der Kelle Brimboer rumkriegt. Auf der anderen Seite, beim zweiten Mal hab ich jetzt so festgestellt, also zum einen halt dieses, dieses, dieser Klassenkommentar und zum anderen, dass er sich da so in den Regen stellt und halt verletzlich und menschlich wirkt irgendwo dann, ne? Ja. Aber er, er, er lässt ihn schon wirklich sehr schnell an sich ran, für das er eigentlich vor dem gewarnt worden ist, ne? Er ist ja auch letztendlich ein einsamer alter Mann. Naja, so einsam ist er ja nicht. Und Heilbrand, ja, ist in der Blüte seiner Jahre, genau, ja. Oder, äh, Charles Edwards hat ja, äh, irgendwie in einem Interview erzählt, dass es zwischen ihm und, 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 äh, Anata körperlich wird, aber, äh, nicht so wie man denkt. Naja, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Genau, vielleicht sehen wir noch was. Ich bin mir auch ziemlich sicher, da gibt's einiges an Fanart. Oh Gott, oh Gott, die Vierentart. Incoming. Und, äh, dann sitzen sie zusammen und, äh, halt, äh, schwärmt dann, also Sauron schwärmt von den Ringen und so weiter und oh, welch Wunder. Aber wir müssen noch mehr machen. Mmh, ja, Heilbrand lügt ihm die Hucke voll, sagen wir es so. Also. Ich fand diesen schönen Touch, weil dann erstmal halt, kilibrieren wir so ein Feierstümer und gesagt, oh, ich mach einen Wein und ein erstes Zeitalter auf. Stimmt. Ich hab mir das so lange aufgehoben und nimmt sich dann so eine Flasche Wein und ich dachte, oh, das ist ein schöner Touch. Ja, das, das war, ja, das fand ich, obwohl, äh, da müsste man jetzt, äh, äh, viele Elben trinken, glaub ich, gar keinen Wein, oder? Sagst du so, ich meine, wir haben ja ein wunderbares Beispiel gerade bei den Waldelben im Hobbit. Ja, ja, aber die sind in der Hinsicht eine Ausnahme, glaub ich. Ja, aber ich, ich glaube, die trinken, also ich glaube, die sind allgemein so, die sind ihren ganz besonderen Elbenwein und so. Ich glaube, die kältern besondere Sachen, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, gut. Die trinken einfach besondere Getränke und ich schätze mal, einige davon sind so weinartig und, äh, das ist einer davon. Aber es geht dann doch wirklich, äh, äh, sehr fix, weil, äh, Halbrand, äh, fragt ihn dann so, ja, seht ihr mich als euren Freund? Und, äh, Kelle Brimboa dann so, ja, aber natürlich. Und ich denk mir so, aha, das ging jetzt aber wirklich sehr schnell. Also, das hatte, das hatte für mich Vibes von, hier, äh, Batman wie Superman. Ich, ich will ihn umbringen, er ist ein Alien und dann, ah, ich bin ein Freund ihres Sohnes. Ach ja, das Cape. Also, daran musste ich wirklich denken, es tut mir leid. Es ist aber, ich meine, sie haben ja eine gewisse, sie haben ja, äh, Kontakt gehabt vorher und, äh, da hatte ja auch, ähm, Kelle Brimboa durchaus inspiriert und Kelle Brimboa war da sehr begeistert. Und Kelle Brimboa ist einfach, ja, so ein bisschen halt, oh mein Gott, ich hab was geschaffen und so weiter, oh, und, aber ich kann's jetzt noch nicht sehen und so weiter. Also, ich, ich, ich versteh da schon seine gewisse Hibbeligkeit. Ja gut, er packt ihn bei seiner Eitelkeit, er packt ihn bei seinem Ehrgeiz, aber es, äh, also, dass er nicht mal drüber nachdenkt, warum Galadriel ihn vor dem gewarnt haben könnte. Also, das ist halt, das ist wie weggeblasen. Nun, was, äh, dann sehen wir ja ein bisschen mehr davon. Letztendlich eskaliert dann alles, weil er dann sagt, oh, ich bin aber nicht halbrand, aber, und ich will auch nicht noch mehr lügen und so weiter. Aber letztendlich stellt er sich nicht als Sauron vor. Nein. Aber er macht einen sehr creepy Einstand, weil plötzlich gehen alle Lichter aus und das ist wirklich so eine Horrorsequenz, wo dann halt alles so erlischt und alles ist im Dunkeln und plötzlich flammt die Schmiede auf. Dann, äh, steht dort vor der Schmiede, oder kommt fast aus dem Schmiedefeuer raus, steht dann plötzlich diese Lichtgestalt und, äh, da ist dann plötzlich Sauron in seiner Anata-Form. Jetzt hat er glatt rasiert, hat lange, helle Haare und in diesem wallenden Gewand. Und ich fand, äh, das war mein erster Gänsehaut-Moment tatsächlich in dieser Staffel, weil dieser, dieser Name-Drop fand ich, war nice gemacht, dieser Titel-Drop. Wenn er dann halt irgendwie sagt, ja, schmieden und so weiter und so fort. Und werde, und im Prinzip sagt er sowas ähnlich, und werde zum Herrn der Dinge. Ja, ja. Und da sag ich so, und da sag ich so, oh, oh, oh. Also das fand ich ziemlich gut gemacht. Ja, obwohl ich die Dings da, diese Einstellung, wo er da vor so einem Himmel ist und, und das Moment sogar fast bald wirkt wie eine Jesus-Darstellung, das hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte es, glaube ich, cooler gefunden, wenn einfach nur die Stimme aus dem Feuer gekommen und, und er dann da rausgetreten wäre. Also so diese, diese, äh, esoterische Einstellung, da hätte ich, hätte ich nicht gebraucht. Die wirkte visuell auch so ein bisschen merkwürdig, fand ich. Es ist halt dieses überdeutliche Blendwerk natürlich auch, was er dann anwendet. Ja. Also das soll halt nicht nur für uns sein, sondern ja auch für Kille Brimboa selbst. Ja, für uns, bei uns bringt es ja nichts. Ja, wir wissen ja, was los ist. Aber trotzdem ist es, trotzdem fand ich es ziemlich nice gemacht. Und, äh, ich finde, da wirkte auch halb, äh, als, äh, Charlie Vickers wirkte auch einfach wie eine komplett andere Person. Und ich finde, da ist da seine, seine, seine Aufmachung, äh, und seine Ummachung dann ja auch, sein Umdesign, ich finde, funktioniert dann auch sehr gut. Wo er halt wirklich irgendwie aussieht wie eine andere Person, aber du erkennst ihn immer noch. Ja, also ich, also ich muss dir zugeben, in der Serie selber funktioniert er schon besser für mich. In den Trailern hab ich mich wirklich gefragt, merkt er eigentlich nicht, dass das Halbern einfach nur mit Perücke und spitzen Ohren ist? Also das wirkte im Marketing schon wirklich ein bisschen banal. Ja, aber ich meine, aber er selbst weiß ja, dass es, dass er, dass er das eher auch ist irgendwie. Aber halt im Prinzip, das hier ist meine wahre Gestalt jetzt. Vielleicht hätten sie, also ich, jetzt nix gegen Charlie Vickers, aber vielleicht hätten sie da einen anderen Schauspieler für nehmen sollen. Ich, mich stört das wirklich überhaupt gar nicht. Ich finde, das ist ziemlich cool. Und dann stellte sich ihm vor, als nennt mich dann einfach Anathara. Und jetzt ist er in dieser Phase. Und den Namen kannte ich dann natürlich. Und wo ich dachte, oh, 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 oh. Ja, Anathara, äh, der Herr der Geschenke, als der er sich ausgibt. Er sagt ja auch vorher schon, äh, zu Celebrimbor, dass er ein, ähm, Gesandter der Valar ist. Was ja auch dann der Lore entspricht. Und dass, äh, das, was da in Mordor passiert, dass das nur der Anfang war, beziehungsweise das Mittelerde am Abgrund steht. Und das, äh, ja, er so gerät halt so von wegen, ja, er und Celebrimbor können, können jetzt Mittelerde nur retten. Und, äh, vor allem, äh, kommt auch schon vorher, bevor er sich da in Anathara, äh, verwandelt, kommt durch, was er im Sinn hat. Denn, äh, nach den, äh, Ringen für die Elben will er noch nicht, äh, aufhören. Er will Ringe schmieden für Menschen. Genau. Und, äh, davon ist Celebrimbor aber erst überhaupt kein Fan, weil er meinte, ja, die sind deutlich leichter korrumpierbar als Elben oder Zwerge. Ja, dann wird das hier eingeleitet. Vor allem er, ja, er, also er, er packt ihn, ich kann es so immer wieder sagen, er packt ihn bei seinem Ehrgeiz. Also allein schon, als er ihm da, äh, als er da im, im Feuer, äh, äh, zu ihm spricht, sagt er ihm, ja, äh, ihr werdet nie wieder übersehen werden, einfach nur als ein untergebener Feanors, sondern ihr werdet, äh, selber der Herr der Ringe sein, ne? Also damit Geschichte schreiben, praktisch. Ja, genau, so ist es. Ich fand's, ich fand's, ich fand's ziemlich cool insgesamt. Ich fand das halt alles sehr schön ineinander gegriffen und, äh, ich fand's beeindruckend. Und das ist eben einer von den Fällen, wo mir dann halt so ein Name-Drop, der mich auch nicht stört, weil er einfach gut in den Kontext passt. Nee, ich, also den Name-Drop fand ich, fand ich schon okay. Es deutete sich ja schon in der ersten Staffel an, wo er, äh, irgendwie, Kille Brimborn einen, äh, Hint gibt und dann sagt, betrachte das als Geschenk. Ja, und da dachte ich mir dann echt so, wow, habt ihr jetzt Annata ernsthaft auf dieses kleine, auf, auf, auf diesen, diesen Seitenkommentar oder Seitenhieb reduziert? Aber nein, er kommt jetzt hier zum Tragen. Also, es war nämlich auch erst Theater bei der ersten Staffel von wegen, es würde kein Herr der Geschenke geben. Aber den haben sie sich hierfür aufgehoben. Und ja, der wird natürlich auch eine gewichtige Rolle spielen in dieser Staffel. Das merkt man, also die Trailer sind ja wirklich voll mit Charlie Wickers als, äh, in Elbenmaskerade. Ah, okay. Es wird sich zeigen, wie das, äh, über, über die Staffel hinweg funktioniert. Und ja, dann kommen wir zu dem Punkt, den ich ein bisschen ungeschickt fand an der Folge. Okay. Denn ehrlich gesagt, hier hätte, hier hätte doch Cut to Black sein können, oder? Ja, hier hätte wirklich das Ende sein sollen, meiner Meinung nach. Aber was passiert dann? Dann haben wir eigentlich relativ kurze, äh, Szenen. Denn, äh, wir landen nochmal in Lindon bei, äh, Gil Galat, der, äh, auch so ein bisschen, glaube ich, schon mit seinem Ring da am Rumpf fuhrwerken ist. Jedenfalls befiehlt er, dass, äh, Galadriel nach Eregion soll. Und, äh, die ist dann überrascht, dass sie jetzt im Einvernehmen mit ihm ist. Er sagt dann aber, ja, dank nicht mir, sondern Elrond ist, ist ja da. Und, äh, es heißt da, also sie denkt eigentlich erst, dass sich Elrond ihrer Schar anschließt. Aber es ist umgekehrt, sie schließt sich seiner an. Genau, er wird der Anführer sein. Genau. Und, äh, zwischen denen ist immer noch so ein bisschen dicke Luft. Aber sie fügt sich erst mal. Ja, dann, dann, ja, man wird sehen, wo das hinführt. Und, äh, dann haben wir einen Cut to Black. Und ich dachte mir, okay, jetzt ist Schluss. Und dann kommt noch eine Szene. Kasatum, wo irgendwie Disa, äh, Durin erzählt, oder auf jeden Fall, also es trifft auf jeden Fall eine Einladung an die Zwerge aus Eregion ein. Hm. Vom Schmied Celebrimbor, dass sie da hinkommen sollen. Und dann ist die Folge zu Ende. Dann ist die Folge vorbei, genau. Sie mussten, sie mussten drei, drei Hints für alles, was noch kommt, mussten sie jetzt noch einbauen. Also, ja, das war ein bisschen, also ich meine, die Folge, wobei, das ist schon bemerkenswert, die davor ging immer in wirklich stolze 70 Minuten. Die hier ging jetzt, glaube ich, mit Abspann eine Stunde. Also, ich hatte mich doch vertan bei den Screenern. Ich hatte das vorhin noch mal gesehen. Ich dachte wirklich, die gehen alle, äh, alle mindestens über eine Stunde. Aber die, die hier war relativ kurz. Aber die kam mir nicht kurz vor. Also, die hat sich schon ein bisschen gezogen wieder. Und das am Ende, das fand ich schon ungelenkt tatsächlich vom Pacing her. Ja, hätte man vielleicht besser lösen können. Mich hat sich hundertprozentig gestört. Ich war einfach nur so ein bisschen durcheinander, wo ich dachte, Moment, das wäre jetzt so ein guter Moment gewesen. Mhm. Das ist halt wie, weiß nicht, es ist fast wie so eine, aber ich meine, Herr der Ringe hat ja schon gerne mal mit Enten gestruggelt. Ja, 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 aber, aber hier wäre wirklich, also, mit Annatar, das wäre, ne? Crescendo und dann raus. Ja, wohingegen, ja, die, die Enden bei Rücke, das könnte sich das Problem sein. Das Problem sind die Fake-Outs. Die Fake-Outs? Was meinst du? Ja, die Fake-Outs, weil im Prinzip, weil es aussieht, als würde es immer enden. Und dann, und dann tut es das aber nicht. Ja. Weil die Szenen selber sind ja wunderbar. Aber das Problem ist halt, dass es so viele Momente gibt, wo es halt so aussieht, als wäre es vorbei. Und, und das ist eben da das Problem. Und hier hat man das Problem auch so ein kleines bisschen. Aber wo man einfach, man, das, 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 die Musik, die Musik schwillt zum Crescendo. Und man denkt sich, ja! Und dann kommt aber noch mehr. Ja, und mehr, und mehr, und mehr. Ja, und, äh, damit kommen wir eben dann auch schon, schon, in Anführungsstrichen, zur dritten Episode. Mir ist jetzt erst mal aufgefallen, Lasse, dass, äh, also die haben ja für uns doch alle gar keine Titel. Ja, stimmt. Und das wird sich wahrscheinlich auch so fortsetzen, liebe Leute da draußen, weil, ja, wir, äh, werden das Ganze wahrscheinlich, soweit es geht, vorproduzieren. Und dann, äh, wir, äh, wir haben ja Redaktionstreffen Ende September, äh, von uns, äh, beim, beim, beim Tele-Stammtisch. Also, so rund, äh, 20 bis 30 Personen sind wir, glaube ich, schon, ne? Wir treffen uns, äh, irgendwo im Nirgendwo in der Nähe von Kassel und, äh, ja, werden uns dann mal richtig kennenlernen. Aber, äh, bis es soweit ist, äh, besprechen wir jetzt die, äh, dritte Episode, äh, die natürlich dann auch noch keinen Titel hat, äh, im, äh, Vorspann uns begrüßt mit, äh, zwei bereits bekannten Namen. Zum einen Louis Hooper, zum anderen erneut Charlotte Brandström. Und wir haben auch jemand Neuen im Writers Room, nämlich, äh, eine Dame, äh, diesmal wieder, namens Helen Shang. Von der hatte ich vorher noch nie gehört, äh, hat gar nicht mal so viel im TV-Bereich gemacht. Die hat unter anderem auch Drehbücher, ja gut, eine Folge, äh, der sehr guten Serie. Ja, Hannibal hat sie geschrieben, in, äh, 2015, dann unter anderem für tote Mädchen lügen nicht. Und zuletzt eine Serie namens The Man Who Fell to Earth. Ah. Was mir persönlich gar nichts sagt. Ja, ist schon eine Weile im TV-Business unterwegs. Äh, ich sehe ja auch soweit gar keine Bilder von ihr, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, so vom Namen her, dass sie eventuell asiatische Wurzeln haben könnte. Könnte möglich sein. Na, und, äh, ja, wollen wir mal schauen, äh, was sie hier so, äh, aufs Tablett bringt. Zuallererst erst mal einen Flashback, oder? Ja, das stimmt. Äh, ich wusste natürlich schon von der Zusammenfassung, die wir sehen, ah, okay, es wird was mit Numino zu tun haben. Mhm. Und zwar sehr speziell mit bestimmten Figuren. Und wir fangen an mit einem Flashback aus der Folge 7, wo, äh, Elendil, der denkt, dass sein Sohn tot wäre, das Pferd seines Sohnes freilässt. Und das haben wir in der Episode 7 gesehen, wie es dann über die Hügel hinweg erloppert. Und ich wusste schon, worauf das hinausläuft in dem Moment. Damals, 2022. Und jetzt sehen wir, wohin es letztendlich führt, denn wir sehen jetzt, wie dieses Pferd in den, äh, verwüsteten Dorfruinen von, äh, jetzt Mordor herumstromert und dann von, äh, Orcs aufgegriffen wird, die auf der Jagd sind. Allerdings ist dieses Pferd ziemlich wehrhaft. Oh, ja. Und ich war dann doch ein bisschen, obwohl ich eigentlich, die, die Serie hatte schon etabliert, dass die nicht zimperlich sind mit Gewalt. Aber hiervon war ich dann doch überrascht, äh, dass das Pferd macht einen, äh, Kick mit den Hinterhufen. Und tritt ein Orc gegen einen Baum, der dann von einem Ast aufgespießt wird. Ja, ach, warum nicht? Also, lieber Orcs als irgendwelche, äh, random Dorfbewohner, die hier massakriert wurden, während alle anderen Hauptfiguren unversehrt blieben. Aber das hab ich schon, äh, an anderer Stelle genug ausgeführt. Wo ich aber ja nochmal drauf kommen will, auch nochmal von vor zwei Jahren bei dem Flashback. Nach wie vor, ich kann das Verhalten von Elendil hier wirklich nicht nachvollziehen. Also, warum er erst seinem Sohn groß erzählt, oh, ja, die Pferde von Numenor gehen mit ihren Reitern eine Verbindung ein. Und wenn, äh, du Angst verspürst, dann spürt das dein Pferd auch und so weiter. Oder noch andere Geschichten. Angst ist ja jetzt eher eigentlich bei normalen Pferden, ne. Aber, dass er dann, als der da rumbockt, daraus nicht schließt, ja, hm, vielleicht könnte mein Sohn ja doch noch leben. Ja, da hast du recht. Und vielleicht sollten wir diesem Pferd mal hinterher gehen. Er hat ein bisschen zu schnell vielleicht die Hoffnung füllen. Und außerdem ist er ja auch gerade verpflichtet, ähm, seiner Königin gegenüber. Weil da ja gerade dann auch die Zeit drängt in dem Moment. Und deshalb ist es dieses ... Ja, ja, natürlich, aber die sind doch jetzt nicht, wer weiß, wie busy. Und er könnte doch, also, das, das, weh, das ist für mich, äh, schon in der ersten Staffel merkwürdig gewesen. Also, weil, ne, er, er labert ihn halt erst mit, mit diesem besonderen Wissen da voll und dann wendet er es nicht an. Und dann sind auch noch andere Soldaten, die ihm sagen, ja, der wird, äh, nicht, nicht auf dich hören oder auf keinen von uns. Dann denke ich mir so, Elendil weiß das doch. Und lässt sich doch auch bestimmt nicht belehren in diesem Moment. Also, fand ich merkwürdig geschrieben, aber da kann, äh, Helen Scheng nichts für. Beric, ja, äh, weiß sich ordentlich zu wehren, äh, gegen diese Orks. Ein anderer, äh, äh, versucht den mit einer Kette einzufangen, kracht dann in so einen Baumstumpf und, äh, Beric entkommt. Einer der Orks will dann auch hinterher und ein anderer warnt ihn dann, oh, nee, 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 der rennt in den schwarzen Wald und da ist noch nie jemand lebend rausgekommen. Wo ich mir jetzt allerdings denke, äh, Mordor ist doch praktisch noch taufrisch. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob vielleicht, war vielleicht der Wald schon vorher unheilvoll? Äh. Könnte gut sein, wenn man bedenkt, was da ja drin ist und wie lange dann ja auch sowas dauert letztendlich, bis sich dann da sowas entwickelt. Also, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass der Wald schon vorher so hieß und es dementsprechend da drin irgendwie ungut war oder auf jeden Fall auch die Orks davor Angst hatten. Ja, gut, ja, da könnten ja, ja, gut, bei den Bäumen, ich mein, man kennt das ja bei den Orks dann auch, äh, hier zum Beispiel, als der Fangornwald, äh, nach Helmsklamm kommt oder so, ne, aber ich fand es trotzdem ein bisschen, da, da, da merkst du halt dran, dass Mordor eigentlich viel mehr Geschichte hätte und dass das halt alles sehr, sehr, sehr gerafft ist. Also, dass die auch deswegen ja alle Blackspeed sprechen. Das ist mir dann halt auch aufgefallen, wo ich dachte, Moment mal, aber, hm, aber dann dachte ich, okay, vielleicht war das ja schon vorher so. Das ist halt so diese, diese, diese anekdotische Legendenbildung, die halt überhaupt nicht funktionieren will in, in, in dieser gerafften Erzählweise, ne? Ja, es sei denn, man denkt irgendwie ein bisschen, man füllt irgendwie selbst die Lücken dann. Ja, äh, was ich aber noch ganz schön fand, dass, äh, hier tatsächlich mal die Orks mit Pferden konfrontiert werden und das dann hier auch aufgeworfen wird, dass die Pferde wirklich, äh, jagen, systematisch jagen, fangen oder, äh, dann, äh, wahrscheinlich auch vertilgen, ne? Das ist doch, glaub ich, im Hobbit so, dass es da heißt, dass die Ponys fressen. Das stimmt und man hat sogar in der, jetzt in der ersten Folge der zweiten Staffel, hat man da auch irgendwie schon ein, mindestens ein totes Pferd im Orklager gesehen oder irgendwie einen dran rumnagen sehen. Oh, okay. Ähm, die haben es schon vergleichsweise früh etabliert. Das ist mir, das ist so ein Hintergrunddetail, das mir dann aufgefallen ist bei einem Establishing Shot. Okay. Und, ähm, genau, und letztendlich, ich meine, sie arbeiten ja auch für Ada und, ähm, wer weiß, wofür sie ja sonst noch das Pferd brauchen. Sie sagen ja, hör erstmal, wir werden dich noch nicht fressen. Ähm, natürlich sind die Orks nicht blöd und die wissen, wir können das Pferd dann auch erstmal anderweitig verwenden. Sei es jetzt nun tatsächlich als Reittier, wenn es gar nicht anders geht, oder aber natürlich als Lasttier, alles Mögliche. Ja, oder zum Foltern, ne? Rein, rein aus, äh, Spaß. Ich meine, die sind ja nun mal auch Sadisten. Äh, ja, aber, äh, jedenfalls nicht, äh, mit, äh, Beric. Ich glaub, sie haben auch nicht mit dem Widerstand gerechnet. Nein, äh, Beric reitet tapfer weiter und, äh, nimmt dann auch die Fährte so ein bisschen auf von seinem Herrn und findet eine Höhle, in die es auch direkt hineinreitet. Ja, das stimmt. Und, ähm, ich dachte erst, oh, was könnte hier sein? Mhm. Äh, auf jeden Fall merkt man, dass da was Ungutes ist, denn wir sehen Knochen, wir sehen noch, äh, vergleichsweise frische Ork-Überreste auch. Und ich dachte erst mal, hm, was könnte das sein? Und ich hatte, ich hatte damit gerechnet, dass wir jetzt einem bestimmten Charakter begegnen. Mhm. Aber wir begegnen etwas anderem. Und zwar wurde mir das, äh, klar in einer Einstellung, die kurz darauf folgt, als wir nämlich, äh, Spinnweben sehen. Mhm. Und ich dachte, oh, ich, ich weiß, was das bedeutet. Und wir sehen aber tatsächlich, dass, äh, natürlich, äh, Isildur noch lebt. Mhm. Und er ist eingewickelt, ähm, ihm scheint's vergleichsweise gut zu gehen, äh, er sieht jedenfalls nicht super doll verletzt aus, er ist wohl glimpflich davongekommen, äh, seit wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Allerdings erschließt ich mir nicht ganz, wie lange er da jetzt eigentlich ist. Mhm. Ich schätze mal, mindestens ein paar Tage dürften's sein. Ja. Zwei, drei Tage, wer weiß, aber, ähm, das ist ja, wie gesagt, dieses Zeitproblem. Während, während er da versucht, auch sich freizukriegen, äh, gerät um ihn herum die Umgebung etwas in Bewegung. Ja, äh, da hängen, äh, Spinneneier an der Decke unter anderem, die dann, äh, also wo dann auch, äh, Spinnen schlüpfen. Das macht dann auch das Pferd ziemlich unruhig und Isildur bemerkt aber gegenüber von sich einen Ork, der ebenfalls eingesponnen ist und versucht dann an dessen Klinge ranzukommen. Das Problem ist, der Ork ist auch noch nicht tot. Und, äh, so gerät dann Isildur in so einen, ja, ich würd's jetzt gar nicht mal wirklich Kampf nennen, sondern eher so ein Gerangel um diese Klinge, ne? Genau, letztendlich beansprucht er den Sieg für sich und, äh, schafft es sich so halbwegs freizubekommen. Allerdings sehen wir, dass unter diesen ganzen Babyspinnen auch eine größere ist. Die dann dem Ork auf den Kopf springt, ihm den Kopf zerquetscht, was auch schon wieder echt ganz schön brutal war. Ja, es ist ziemlich ewig und hier kommen wir jetzt komplett wirklich ins Horror-Territorium hinein und, äh, die Spinne greift Isildur an mehrfach und er schafft es sich gut zu wehren und letztendlich schafft er es dann auch, äh, zu entkommen mit einigen Blessuren. Und auf Beric. Genau, auf, auf Beric, genau. Und wir wissen ja letztendlich, wer diese Spinne ist, denn das wurde mir natürlich auch schon gespoilert durch das Soundtrick-Album. Ja, zum einen das und zum anderen natürlich, äh, im Making-of-Material, äh, war's irgendwie auch schon relativ früh ersichtlich, dass, äh, Isildur da irgendwie in einer Spinnenhöhle ist und, äh, man weiß ja, welche Spinne dort weilt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, vielleicht haben sie's, glaub ich, doch ein bisschen groß angeteasert, weil an sich fand ich die Szene nicht schlecht für sich genommen. Aber letzten Endes, also eigentlich war das hier weniger als im Düsterwald bei Bilbo. Also, die, die spinnen ja ansonsten, äh, bis, bis auf Baby-Kanker waren eigentlich ziemlich klein. Und jetzt mal ehrlich, das könnte eigentlich auch jede x-beliebige Spinne sein, das muss nicht unbedingt Kanker sein. Gut, es wird dann angedeutet, dass sie da rauskommt und dann das Licht meidet, aber das dürften ihre Artgenossen auch tun. Na? Ja. Ja, das ist das Ding halt, weil ich hatte schon so ein bisschen damit gerechnet, dass ich nämlich dachte, wir verbringen vielleicht so ein bisschen mehr Zeit mit Isildur in Mordor und er entkommt. Mhm. Und macht sich dann irgendwie über die Berge davon und gerät dann irgendwie in ihren Unterschlupf. Ja. Also, im Prinzip dort, wo dann ja auch, äh, die Hobbits durchlatschen, später in Herrlinge. Genau, genau. Und hier aber letztendlich hat sie wohl noch einen anderen Unterschlupf, was okay ist. Und es ergibt auch Sinn, dass sie zu dem Zeitpunkt da irgendwie schon in der Nähe ist. Sie hat sich, glaub ich, laut der Lore hat sie sich irgendwie lange, bevor Sauron sich da irgendwie niedergelassen hat, hat sie da ihren Unterschlupf gefunden. Und Sauron hat irgendwann gemerkt, dass sie da ist. Mhm. Und sich aber dann letztendlich groß an ihr gestört. Er hat sie quasi wie ein Haustier behandelt, obwohl sie keins ist. Sie ist ihm nicht untertan und er ist ihr vollkommen egal. Aber er hat ja im Prinzip halt teilweise Gefangene zu ihr geschickt, die er nicht mehr braucht. Und letztendlich hat er es auch genossen, ey, ich hab hier im Prinzip eine gute Wache für diesen kleinen Pfad hier. Also es war einfach nur so eine zweckmäßige Beziehung, von der Sauron letztendlich profitiert hat. Und der jetzt beide letztendlich, ja, für zu so letztendlich jetzt nicht das Allermeiste hatten. Und Kankra selbst oder Shilob war sich wahrscheinlich dessen nicht sehr groß bewusst. Letztendlich ist hier eben mit Kankra ein Problem, mit der ich schon ein Problem habe in der Jackson-Trilogie. Mhm. Und zwar eben die Tatsache, dass sie einfach interpretiert wird als eine große Spinne. Wo sie eben in der Lore sehr viel mehr ist als das. Sie sieht aus wie eine Spinne. Mhm. Und sie ist sehr spinnenartig. Aber da ist sehr viel mehr düstere Intelligenz und so eine dämonische Präsenz bei ihr. Und das ist etwas, was leider der, also die Rückkehr des Königs nicht gut rüberbringt. Sie hat nicht so viel Persönlichkeit, wie sie vielleicht haben könnte. Und hier ist es dann halt eben okay. Und hier ist sie halt doch kleiner, wo ich mir denke, ja gut, fein, könnt ihr machen. Sondern ich wünsche halt, man hätte sie tatsächlich schon irgendwie ausgewachsen gesehen. Das wäre jetzt nicht groß verkehrt gewesen. Nee. Aber letztendlich, ich verstehe, dass die Sachen vereinfachen müssen. Und das haben sie dann im Hederingerfach gemacht. Ah, wir machen sie jetzt so eine große Spinne. Und es gibt nicht wirklich viel Hintergrund, weil das ist dann zu kompliziert für den Filmkontext. Aber es ist halt schade, dass sie das in der Serie nicht nutzen, das vielleicht ein bisschen zu vertiefen. Ja, da hängen sie in der Serie wahrscheinlich auch wieder zu sehr an der Jackson-Trilogie, habe ich das Gefühl. Weil, es stimmt schon, Kanker wird deutlich dämonischer auch beschrieben im Buch. Also da ist ja auch die Rede davon, dass sie eine ganze Zeit lang wirklich nur ihre milchigen Augen in der Dunkelheit sehen. Also wie so riesige Trauben. Und die hat ja immer ein Achtstück davon. Ich muss sagen, ich mochte die Interpretation in den Jackson-Filmen eigentlich sehr. Das ist ja, da ist ja auch die Krux. Also man muss wissen, Peter Jackson kann sich das oder auch die Spinnen im Düsterwald, kann der sich nicht ansehen selber bei seinen eigenen Filmen. Weil er wirklich große Angst vor Spinnen hat. Ja, extrem, was so schräg ist bei ihm. Also wirklich schon Arachnophobie scheint er zu haben. Und dass er dann das hergemacht hat. Und vor allem hat er dann auch wirklich, also Kanker ist auch wirklich dann genau die Spinnenart, vor der er am meisten sich gruselt. Und ja, genau, sie ist einer bestimmten neuseeländischen Spinne nachempfunden, die gerne so in Kellerräumen und Unterböden und so wohnt. Ja, und das ist halt, und ja, und hier das Design ist hübsch eklig und eben auch die Größe, weil letztendlich finde ich immer, je größer Spinnen sind, desto weniger gruselig finde ich sie eigentlich im Film. Und deshalb halt so eine gigantische Monsterspinne ist für mich nicht mehr so begruselig oder eklig. Aber diese hier, die ist noch in diesem Größenbereich, wo man denkt, ja, die könnte auch in Australien rumkrabbeln und da würde jetzt keiner sich groß wundern. Ja, die ist, also, wie gesagt, die im Düsterwald waren deutlich imposanter, fand ich. Und die, also selbst die bei Harry Potter sind, glaube ich, größer gewesen als die hier. Ja, diese hier ist wirklich, diese hier ist so groß wie ein, ich würde sagen, ein Hund. Ja, ja, selber Gedanke. Also, wie gesagt, die Szene an sich okay, aber ich glaube, sie haben, also da haben Leute, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet, als sie halt gehört haben, Oh, da könnte Kankra kommen und es ging ja auch Gerüchte rum, dass sie sich anscheinend die Rechte im Nachhinein gesichert haben könnten an der Urspinne überhaupt. Also, Kankras direkter Vorfahre, nämlich Ungoliant. Also, diese gigantisch große Spinne, die die Bäume, also die, die an der Tötung der beiden Lichtbäume beteiligt war. Genau, was dann hier letztendlich natürlich auch in der Serie ausgespart wird und da wird nur Morghoff selbst angedeutet. Aber ja, er entkommt, also Isildo, nicht Morghoff, und reitet verwundet und findet unterwegs einen toten Numinos-Soldaten, dem er ein bisschen Ausrüstung abnimmt, darunter halt die Stiefel. Und das Schwert, was ich finde, eine sehr schöne kleine Szene auch war, in der Art und Weise, wie er, wie dieser Tote eben enthüllt wird und wie eben man dann so ein bisschen Isildo's Zögern dabei sieht. Und sind wir dann immer noch bei ihm oder wechseln wir dann? Ich glaube auch, das mit den Stiefeln, das kommt ja später. Ah, okay. Das ist hier, weil er reitet ja davon und dann landen wir als nächstes, ja, bei seinen direkten Anverwandten in Numenor, beziehungsweise Elendil und Earien und sehen dann, wie der König beigesetzt wird. Wir erinnern uns ja, der, ja, lag ja schon im Sterben und Earien hat ja dann, die hat ja ein gewisses Erlebnis mit dem gehabt, ne? Also, der ist ja ganz plötzlich auf sie aufmerksam geworden und hat sie wiederum dann auch aufmerksam gemacht auf diesen, äh, geheimen Zugang, der dann zum Palantir führte in Season 1 und da waren wir bei ihr ausgestiegen. Ja, und, äh, jetzt wird natürlich getrauert um den König und das tut Elendil auch durchaus. Also, er steht halt neben seiner Tochter und meint dann, ja, der König beschützt dir die Treuen und deshalb wird er ihn schon vermissen. Und Earien scheint aber ziemlich angepisst zu sein und meint halt, ja, du sprichst hier von toten Königen, aber nicht von deinem toten Sohn. Wir haben dann auch so einen, äh, gewissen Flashback eben dann zu, äh, äh, diesem Erlebnis mit dem Palantir, aber bevor er dann irgendwie noch großartig nachhacken kann, Also, sie, sie sagt dann, glaube ich, ja, irgendwie, also, sie gibt ihm ja schon irgendwie die Schuld an Isildos Tod. Und, äh, das wird auch, äh, ihre Entwicklung in dieser Staffel, äh, maßgeblich prägen, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll, was sie aus ihrer Figur gemacht haben, weil in der ersten Staffel fand ich die einfach nur egal. Und, äh, jetzt wird sie hier irgendwie, ja, zum Werkzeug so ein bisschen, sage ich mal, ne, oder lässt sich dazu machen. Ja, das stimmt ein bisschen. Sie lässt sich so ein bisschen einwickeln, äh, im Verlauf dieser Folge. Und weiter bin ich ja auch noch nicht. Aber man merkt aber auch, dass sie so ein bisschen ihren eigenen Kopf hat dann letztendlich. Ja, das geht mir aber alles zu schnell, weil man könnte es ja noch über die Beziehung zu kämen, äh, irgendwie, äh, erzählen, rechtfertigen. Aber, äh, die, äh, naja, ist halt auch einfach nur, oh ja, er steht auf sie und, und die haben ein Date und dann sind sie zusammen oder was? Oder, ey, generell fand ich diese Handlung wahnsinnig langweilig in der ersten Staffel. Also, es ist noch alles halt, ja, es ist ja sehr, sehr platonisch nach wie vor. Aber die, die, die nun blinde Königin kommt ja nun auch, die Tochter des Königs. Genau, äh, also bevor, äh, Elendil nachhaken kann, kommt, Miriel, äh, wird von, äh, Pharrason reingeführt. Genau, sie ist blind, äh, das ist ja unser letzter Stand und sie ist trotzdem unter einem Trauerschleier. Und da muss ich sagen, ich weiß ja, du feierst die Musik ohne Ende, aber was war hier denn bitte los? Das war viel zu triumphal an der Stelle. Ja, das war, es war zu pompös, die Musik, das ist mir auch aufgefallen. Also, da hab ich mir wirklich so gedacht, kann Bam McCreary, nimm das jetzt nicht persönlich, aber ich, insbesondere, da ich jetzt halt auch schon die ganze Staffel gesehen habe, und da noch so einige andere Stolpersteine in der Hinsicht sind. Ich weiß nicht, du kennst ja Bam McCreary ein bisschen besser als ich, aber kann der Mann eigentlich nur auf elf? Absolut nicht. Der kann absolut die leisen, emotionalen Töne. Und das hat er auch in dieser Serie mir als einmal bewiesen. Äh, sehr oft sogar. Ähm, hier, ich weiß nicht genau, was da los war, ich schätze mal, oh, wir sehen diesen Charakter wieder. Und das soll königlichs Ding haben. Ich denke, nee, hier müsste das eher in so einer Trauermarschrichtung kommen und ein bisschen bedienlicher. Ja, absolut. Ja. Vor allem, das hier klingt sehr ähnlich zu dem Ende dieser Folge, wo sie dann ja gegrünt wird. Ne? Also. Ja, es ist, äh. Das passt sich zusammen. Ich meine, er hat ja auch nicht, er hat ja auch nicht die volle Kontrolle. Letztendlich ist er ja auch, arbeitet ja auch mit anderen zusammen und die sagen dann, hey, wir wollen ja diese Musik haben. Und dann letztendlich ein guter Komponist, ähm, fügt sich dann ja natürlich auch. Also wer weiß, wessen Entscheidung genau das war. Aber ich fand's an der Stelle auch tatsächlich too much. Na, immerhin. Sind wir uns mal einig zur Musik, das, das, äh, sagen sie ja ein bisschen unheimlich. Es muss mehr Beef geben, aber wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Äh, jedenfalls Elendir, äh, tritt, äh, zu ihr und dann hat es so ein bisschen den Ahnung, als ob er für sie sehen soll, so ein bisschen, ne? Genau, ja. Und weil sie haben ja auch so ein gewisses Vertrauen aufgebaut in der letzten Staffel. Und das wird hier jetzt ein bisschen fortgeführt und, äh, ja. Und dann haben sich dort, äh, auch noch andere, andere Adelige natürlich auch versammelt, die jetzt hier, äh, ihren Tribut leisten, beziehungsweise ihr Beileid bekunden. Darunter ein gewisser Lord Belsagar oder Belsagar. Da hatte ich nachgesehen, das ist tatsächlich, also es ist nicht einfach nur eine Randnotiz, das ist tatsächlich eine Figur aus der Lore. Hm. Beziehungsweise jemand mit dem Namen ist dann auch irgendwann König von Numenor gewesen. Ich weiß nicht, als ob es genau der hier war, aber auf jeden Fall ist das nicht einfach nur so, also ich meine, der taucht ja auch noch länger in der Folge ja auf, ne? Und spielt ja dann auch so seine Rolle bei dem, was sie ja abziehen in Numenor. Äh, deswegen ist das nicht einfach nur so ein Name-Drop, hab ich das Gefühl. Die haben sich auch für den einen guten Schauspiel ausgesucht, da hat so ein Charakterdarsteller-Gesicht einfach. Ja, ja. So eins, was im Gedächtnis bleibt. Ja, ich hab jetzt leider nicht im, im Kopf, wer das ist, aber das ist so ein Gesicht, das, also das könnte auch jemand sein, der so im kleinen Rad, äh, in, in King's Landing bei House of the Dragon sitzt, so, ne? Ähm, und, äh, spielt auch eine ähnlich hinterlistige, äh, Figur und dann ist das, glaube ich, 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 ich hab jetzt hier in meinen Notizen nur, äh, ich glaube, da spricht er dann Elendil mit, mit Miriel, glaube ich, so im Vertrauen, ne? Und, also er, er sagt ihr dann ja, wer hier alles angereist ist und dann heißt es irgendwie ja, man kann ja keinen Respekt aussprechen, wenn man schon eh keinen hat. Und, äh, bei dem ist dann auch so direkt die Frage, äh, flüstert ihm Pharrason etwas ein oder er Pharrason, ne? Mhm. Also, da bahnt sich schon durchaus eine Intrige an, was das angeht und, äh, das Ganze, äh, trägt ja auch sehr, sehr schnell Früchte, vielleicht sogar etwas zu schnell. Äh, wer aber hier, äh, auch noch, äh, zugegen ist, ist eine Frau, glaube ich? Ja. Die sich, äh, vom, in Anführungsstrichen Leichenschmause irgendwie was, was vom Gebäck aus einer Schale schnappt und dann direkt zu Miriel kommt, dann auch gar nicht groß hinterm Berg hält, äh, dass sie von der ganzen Nummer hier nichts hält und meint dann, ja, so ehrt ihr eure Gefallenen. Erstmal hab ich mich gewundert, dass die so direkt nah an sie rankommt, ich meine, da stehen überall Soldaten. Ja, es ist halt eben diese, diese ja auch traute Atmosphäre irgendwie, wo alles so ein bisschen persönlicher ist und, und, und gesetzter. Ich schätze mal, dass sie jetzt auch keine super doll Allgemeinbürgerin ist oder wie auch immer, aber ja, sie, sie nutzt einfach so ein bisschen diese Stimmung aus, um selbst gewisse Stimmung zu machen. Mhm, genau, weil Miri will sich ja eigentlich sogar auf sie einlassen. Und, äh, bevor sie dann überhaupt antworten kann, kassiert sie von der Dame, ich, ich weiß auch gar nicht, ob das mit dem Gebäck war, auf jeden Fall kassiert sie eine ordentliche Ohrfeige von der. Yes. Und dann, äh, stürmen, äh, äh, die Soldaten ganz schnell heran, also wollen Miriel halt schützen und die gebietet denen aber Einhalt, äh, fordert die Dame dann auf zu sagen, was sie denn verloren hat und natürlich, die ist hier wütend wegen, äh, ihrem Sohn, der wahrscheinlich gefallen ist in Mittelerde. Also, und, äh, deswegen, äh, sieht sie die Schulter auch bei Miriel, weil die ja das ganze Unterfangen nun mal in die Wege geleitet hat und, äh, da haben ja schon welche, äh, ich glaube in der ersten Staffel vermutet, dass sie von, äh, der Elbe, also Galadriel manipuliert worden sein könnte, ne? Ja, genau, da war von Anfang an ja Misstrauen. Miriel gibt sich dann aber erstaunlich bürgernah, zeigt dann Verständnis zu der Frau und schließt die sogar in die Arme, damit die sich bei ihr ausheulen kann. Also, fand ich auf keinen Fall schlecht, es setzt eben auch das fort, was wir schon von Miriel in der ersten Staffel gesehen haben, wo man ja wirklich mitbekommen hat, wie die, äh, ja, äh, keine Angst hatte, sich die Hände schmutzig zu machen, wenn es darum ging, irgendwie Menschenleben zu retten, ne? Ja, genau, sie ist eine sehr volksnahe Königin, was man daran merkt. Oder jedenfalls Regentin, sie ist ja noch keine Königin. Genau, sie, sie ist ja Königin Regentin, richtig. Das wird ja auch hier dann in der Folge öfters betont. Wir bleiben dann auch noch bei Miriel, äh, die, äh, in ihrem, äh, Turm verweilt. Dort, ich glaube, findet sie ihn dort, ich glaube, kurz bevor Pharrason zu ihr kommt, findet sie einen Armreif, ne? Genau. Und will dann auch nicht, dass er den zu Gesicht kriegt, sodass sie den so hinter ihrem Rücken verbergen muss. Und ihn dann anlegt, damit er halt denkt, oh ja, sie hat einfach Schmuck am Arm, wie auch immer. Genau, richtig. Und, äh, er ahnt das dann aber wahrscheinlich schon relativ früh, lässt sich dann aber nichts anmerken, äh, versucht es dann irgendwie so auf ne, auf ne persönliche Ebene mit ihr so von wegen, sie hat jetzt gerade ihren Vater verloren. Und er erzählt dann irgendwie von Tod seines Vaters, der ein Säufer gewesen ist. Und dann so eine ganz merkwürdige Anekdote. Ich glaube, also wie, wie, wie hast du das verstanden? Ich glaube, das war doch irgendwie so, der, der hat den, äh, Tod aufgefunden, nachdem der sich übergeben hatte, in ein, in ein Weinglas. Und statt sich, ne, er ist, ne, nicht, nicht, nicht übergeben. Er hat einfach, er ist einfach gestorben und hatte quasi das halbvolle Weinglas noch neben sich. Einfach den Wein, der er getrunken hat, während er gestorben ist. Und dann sagt er, ja, und das erste, was ich dann getan hab, ist, ich hab das Weinglas geleert. Halt, wozu verschwenden sozusagen. Weil mein Vater mir eingebläutert, genau richtig. Er hat ja, er hat ja nie Wein verschwendet. Äh, ja, war so ein bisschen, also, ja, nicht eigentlich so. Also, das könnte auch so aus Game of Thrones stammen tatsächlich. Er hatte vor allem Glück, dass das, ja, Gott sei Dank ist er nicht an vergiftetem Wein gestorben. Ja, dachte ich mir auch so. Ja, wer weiß. Oh, stimmt, vielleicht könnte es sogar das gewesen sein. Ja, klar. Stimmt. Ja, weil Pharrason ist ja echt, ja, ist eine Schlange schon, ne. Aber letztendlich, äh, was hier auch, und das hat sich mir gar nicht erschlossen in der ersten Staffel, weiß sogar nicht, ob das, ob das da Thema war. Aber er ist ja verwandt mit ihr. Ja, ja, genau. Mit der Regentin ist, sie sind, äh, Cousin und Cousine. Genau. Äh, so müsste es sein. Und, ähm, sagt, dann, dann fragt er sie, wenn es um deine Krönung geht, was willst du tragen? Okay, du hast ja die Wahl zwischen weiß oder rot. Und dann sagt sie, na, mein, mein, mein Vater trug weiß. Und, äh, das würde ich gerne ehren. Und dann sagt er, ich werde, fährt ja rot besser, weil das wäre ein Zeichen für Neuanfang. Und weiß wäre vielleicht zu traditionell für viele Leute. Aber sie besteht auf weiß. Und dann sagt er, ja gut, wie du meinst. Ja, und Neuanfang, das verkauft er eh dann noch so mit, so, äh, also erst, erst will er ihr eigentlich, glaube ich, äh, Purpur so ein bisschen schmackhaft machen, von wegen ein neuer Monarch erhebt sich, so wie eine, eine neue Sonne aufgeht, sozusagen, ne. Und Sonne hat ja auch sehr viel Symbolik bei den Numenorern, weil, wenn man sich so deren Rüstung anguckt oder die, die Schiffe und, äh, auch den Thronsaal, da ist es ja alles sehr, sehr geprägt von dieser Sonnensymbolik. Also, sie, sie weiß erst so gar nicht wirklich, was er von ihr will und, äh, weiß dann aber, dass sie den Armreif hinter ihrem Rücken hat. Oder auf jeden Fall, dass sie irgendwas hinterm Rücken hat und er will erst, äh, offenbaren, was er eigentlich hier im Sinn hat, wenn sie ihm das zeigt. Äh, dann legt sie aber den Armreif um und lässt sich nichts weiter anmerken. Und dann sprechen sie noch darüber, dass vielleicht könnte ja ein, äh, großer Adler erscheinen bei der Krönung, das lange her, als es das letzte Mal der Fall war. Und das, äh, soll ja ein gutes Omen sein. Ja, und das ist erst mal sowas erwähnt, wo ich dachte, oh, Adler, okay. Ja. Mal sehen, aber wenn sie das dann schon so anteasen, dachte ich, mir garantiert kommt irgendeiner. Ja, das ist so ein bisschen ein Check of Scan, ne, die, die zeigen sie, da müssen sie sie auch abschießen, ne, also. Ja, genau. Ich, ah, scheiße, ich wollte eigentlich nachgucken, ob das, äh, in der Lore auch verbürgt ist mit, äh, mit Adlern und, äh, numenorischen Königen. Habe ich jetzt nicht dran gedacht, äh, notiere ich mir, reiche ich dann, äh, bei Folge 4 dann wahrscheinlich nach. Es klingt wie etwas, was möglich sein könnte, aber letztendlich sind ja aber auch die Adler, ich meine, das hier ist ja ein sehr, weiß ich nicht, altes, ehrwürdiges Menschenvolk, aber wir kennen ja die Adler eher als welche, die sich nur in größter Not in irgendeiner Form mal einmischen und blicken lassen. Ja, und auch nur auf, äh, geheiß von Gandalf oder, äh, anderen. Da wird's halt auf jeden Fall um Personen geht, äh, mit denen sie in irgendeiner Form verbunden sind. Und laut der Buchlore gibt es dann ja eine Geschichte zwischen Gandalf und den Adlern. Oh ja, stimmt, äh, Gwei hier, der Fürst, der, genau, ja. Wir bleiben dann nach wie vor in Numenor bei Nacht. Da muss ich sagen, das war schon eine tolle Aufnahme. Also generell habe ich auch das Gefühl, dass sie da auch sich Kritik an, äh, genommen haben, dass man jetzt mal andere Ecken auch sieht von der Stadt. Man hat allgemein einiges von Numenor gesehen, aber hier ist jetzt wieder was Neues, und zwar eine, äh, Taverne, wo einerseits die, ähm, äh, ein paar Leute konspirieren, könnte man sagen. Ja. Und dann aber auch einer andererseits, ähm, der, 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 der Freund von, äh, Isidur, der Einzige, der quasi ja von diesem, äh, Buddy-Dreigestirn noch übrig ist, weil... Genau, Valandir. Denkt, einer wäre tot und von dem anderen, ja, und von dem anderen weiß er, dass er definitiv tot ist. Genau, aber er ist hier und trinkt und, äh, an einem Tisch, äh, sitzen dann aber ein paar von den Charakteren, die wir jetzt hier in der Folge schon gesehen haben. Kemen, Pharrason, Lord Belsegar und Earien ist auch sogar dabei. Kemen hat hier eine ziemlich lockere Zunge, ich nehme an, der wird auch schon ordentlich was gebechert haben, auch wenn er jetzt noch nicht irgendwie angesäuselt klingt, aber er zieht dann halt direkt über, äh, Miriel her, also von wegen, die, die ist wie ihr Vater und sie wird sich nie ändern. Und vor allem ist sie jetzt auch nicht fähig zu regieren als Blinde. Und, äh, äh, Pharrason, äh, tut das dann erst mal ab, so, ja, der Wein spricht aus dir und red mal ein bisschen leiser, ne, ich denke mir auch so. Aber er macht dann ja, und, und auch hier Lord Belsegar, die machen ja weiter. Ich meine, die sitzen da wirklich und schmieden mehr oder weniger offen Umsturzpläne. Also, äh, der numenorische Verfassungsschutz scheint nicht so aktiv zu sein. Und dann, äh, Kemen's Kommentar stürzt sich dann aber auch letztendlich, ähm, ich vergesse mal seinen Namen, so ein Mist. Valandil? Valandil. Valandil, ja genau. Äh, der stürzt sich an, äh, Kemen's Worten und sagt so im Prinzip halt, nimm, nimm das gefälligst zurück und so. Unsere, ich hab unsere Königin gesehen, wie sie alles geopfert hat, um einem der Meinen zu helfen und so. Und dann sieht's fast so aus, als würde eine Art von Prügelei entstehen, aber dann wird's jetzt endlich doch noch entschärft. Genau, aber vorher, also, äh, bevor das passiert, wird es, äh, bei dem Tischgespräch tatsächlich wirklich ein bisschen explizit. Also, dieser Lord Belsegar, der pflichtet Kemen tatsächlich bei, als er halt meint, ja, äh, Pharrason, ihr, ihr werdet besser geeignet. Und viele, viele glauben das auch mittlerweile, dass ihr sie ersetzen könntet. Und Pharrason ist da aber eher so ein bisschen zurückhaltend und meint, ja, viele sind nicht genug, um, um sowas anzustoßen. Und dann, äh, schaltet sich auch Earien ein, die direkt so sagt, ja, was, wie, äh, was gäbe es denn für Möglichkeiten, aus vielen genug zu machen? Und, 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 dass das letzten Endes gefürchtet wird, dass das passieren wird, äh, äh, da dachte ich mir auch so, ey, Earien, ey, ich meine, klar, den, den eventuellen Tod deines Bruders hin oder her, aber du sitzt hier gerade und planst Hochverrat mit denen. Und auch noch gegen ihren Vater, ne? Also, ja, aber letztendlich kann man es ja so ein bisschen so mit ihrer Stimmung damit begründen, was sie dann ja wohl gesehen hat oder geglaubt gesehen zu haben, ähm, äh, Palantir. Und was genau sie gesehen hat, wissen wir ja auch nicht. Ja, das erfahren wir ja gar nicht bisher. Genau, was wir dann ja auf jeden Fall sehen ist, dass Miriel bemerkt, dass der Palantir weg ist. Genau, da gibt es dann ja kurz ne, kurz ne Sequenz, ne? Also, wo sie das eben am Tisch erzählt, also vom, vom Palantir-Fund und dass sie das, äh, Ding als, äh, gefährlich ansieht und währenddessen sehen wir dann Miriel, also, Earien wird einem oft rübergelegt und Miriel sehen wir dann, äh, wie sie mit diesem Armreif die Tür öffnet. Fand ich, fand ich ne ganz nette Idee mit diesem Armreif tatsächlich. Ja, das ist cool. Ich mag so Geheimschlüssel-Sachen. Ja, wobei ich mich dann auch gefragt habe, wie ist dann Earien eigentlich in Staffel 1 da reingekommen, ohne diesen Armreif? Ja, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall, der König hat ihr den Weg gezeigt, vielleicht hat er ihr sogar irgendetwas gegeben oder so. Mhm. Ähm, oder das war nicht ganz zu oder wie auch immer. Auf jeden Fall wusste sie durch den König, wie sie reinkommt. Ja, aber Miriel kriegt es, also selbst als Blinde kriegt sie hier den Schlüssel rein, schafft es sich dann auch in den Raum hochzutasten und legt dann die Hand auf dieses Podest und ups, der Palantir ist weg. Den hat sich jemand geschnappt und, äh, ja, wir können uns wahrscheinlich schon, also es wird dann hier schon angedeutet, als es, also es wird dann halt so gegengeschnitten, wie sie, äh, wie hier am Tisch dann Blicke ausgetauscht werden zwischen Belzagar und, und, äh, Pharrason. Da kann man von ausgehen, die haben den sich wahrscheinlich über Earien unter den Nagel gerissen und werden ihn jetzt einsetzen wollen und zwar nicht, äh, nur zum Sehen, sondern auch, äh, ja, um eine nicht mehr Sehende, äh, zu torpedieren, sag ich mal, ne? Ja, und, äh, da, Szenenwechsel, wo sind wir dann? Dann, äh, sind wir in Mordor. Dann sind wir in Mordor, äh, bei, sind wir dann bei Isidur oder bei den Orks? Wir sind bei den Orks, äh, einem Ork namens Glück, äh, also nicht Glück wie Glück, sondern mit, äh, G hinten. Und, äh, Ada und, äh, dieser werte Ork teilt Ada mit, dass die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind und sie jetzt, äh, die, äh, orks, äh, kampfbereit gemacht werden. Aber Glück hat dann doch so seine Zweifel von wegen, müssen wir jetzt schon wieder in den Krieg ziehen, wir sind doch jetzt eigentlich sicher hier und wir haben eine Heimat, wir wollen doch eigentlich in Ruhe gelassen werden. Und Ada hatte ihn doch auch versichert, dass Sauron tot ist, also letzten Endes wird die, wird die hier eigentlich nichts mehr, äh, äh, tangieren können. Ich meine, die sind ja auch hier sehr, sehr weit ab vom Schuss und haben dazwischen, man darf ja nicht vergessen, Mordor wird ja von zwei Gebirgsketten eingeschlossen auch, ne? Ja, ja, also die hätten da schon, äh, einen sicheren Stand, aber Ada treibt sie dann doch wieder an. Und, äh, was wir dann zu sehen bekommen, ist etwas, womit ich Sauron auch gar nicht gerechnet habe, nämlich anscheinend, äh, die Geburt eines Ork-Babys. Ja, nicht direkt die Geburt, aber auf jeden Fall, Ada nennt dann, glaube ich, auch Glück seinen, einen seiner Söhne, ne? Und meint dann von wegen, äh, manchmal muss der Sohn dem Vater einfach vertrauen und, äh, äh, dass sie hier auch nie, äh, äh, wirklich sicher sein können, wenn sie nicht absolut, äh, also dass nicht die Gefahr besteht, dass Sauron jemals zurückkehrt. Und dann, äh, geht Glück so hinter, äh, äh, Ada und da steht dann, ich nehme an, mal ne Ork-Frau? Ja, ich schätze mal, mit nem Baby auf dem Arm. Genau, äh, was wir aber nicht zu sehen kriegen, es ist eher in so einem Bündel und schreit, ja, fand ich durchaus interessant, sagen wir's mal so. Es ist interessant, vor allem eben, weil das etwas ist, was so nicht richtig beleuchtet wird, es wird immer irgendwie gesagt halt, ja, und die Orks vermehrten sich zahlreich und so weiter. Wie fliegen. Genau, aber wir wissen nie, wie das direkt vonstatten geht, wir wissen ja, bestimmte Orks wurden ja gezüchtet und wir wissen auch nicht genau, wie das vonstatten ging, etwas, das, was Saruman später macht. Aber letztendlich, ich meine, wenn sie aus diesen korrumpierten Wesen entstehen, dann pflanzen die sich auch in irgendeiner Form fort, das ergibt Sinn und hier stoßen sie mal ein klein wenig in diese Richtung vor, was ich mal ganz gut finde. Ich auch. Weil man das eben halt, äh, und das ist natürlich, ich schätze mal, das geht dann alles irgendwie sehr animalisch vonstatten, auch wenn ja diese Orks, die haben ja durchaus Gefühle und Wünsche und, äh, und, 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 und Ada sieht in ihnen ja auch eben eine Seele und seine Kinder und so weiter. Und hier sieht man dann eben dieses, ja, es sind halt nicht nur die schrecklich fiesen, bösen Monster, als die wir sie kennen, sondern da steckt halt ein bisschen mehr hinter, durchaus. Äh, ja, fand ich, fand ich auch, äh, also, da setzen sie das fort, was sie schon in Staffel 1 so angeleiert haben, dass sie die Orks einfach ein bisschen wirklich als Lebewesen zeigen und nicht nur einfach als anonyme, riesige Tötungsmaschine, also, ich meine, gut, unter Sauron ist das ja wirklich immer nur noch Masse statt Klasse. Also, das heißt ja auch mal, also hier die, die Uruk-Kai von Saruman, die sind ja noch sehr, sehr viel besser ausgerüstet als die Mordor-Orks, die ja nicht mal richtige Waffen haben. Aber bei denen ist es halt die Masse, ne, die schiere Masse. Apropos riesige Tötungsmaschine. Ja, äh, wollte ich auch gerade sagen, denn während die Orks hier nicht, äh, stumpfe Monster sind, gibt es ein anderes, äh, stumpfes Monster, was jetzt hier ankommt und wovon viele Orks auch eingeschüchtert sind. Das muss ich sagen, war auch gut inszeniert, also, wie man halt so erst so diesen Schemen im Nebel sieht und, äh, dann dieser Troll, äh, Stück für Stück angedeutet wird. Also, wir sehen da irgendwie Totenköpfe an seinem Ländenschurz, ne wahnsinnig dicke Haut und was ich, also, man muss sagen, hands down, der CGI ist hier schon richtig gut. Ich meine, der hat sogar Brusthaare, ist mir aufgefallen da. Mhm. Aber, äh, that being said, es ist, äh, dieser Troll, der in der Promo auch, glaub ich, schon ziemlich angeteasert wurde, zumindest von, äh, Bam McCreary, äh, der hört auf den Namen Damrod, was ich persönlich einen wahnsinnig deplatzierten Namen finde, weil, ich musste erst ein bisschen nachdenken, aber das ist, soweit ich weiß, jemand aus der, aus der Waldläufer-Schar von Faramir, der eigentlich diesen Namen trägt. Ja. Und den finde ich für einen Troll, ehrlich gesagt, ein bisschen seltsam, sagen wir es mal so. Ja, ich weiß nicht genau, was ich dabei gedacht habe, vielleicht war es irgendwie auch nur, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es ein Versehen war, schließlich kennen die Vorlage. Keine Ahnung, was, es ist halt einfach, ja, Namensähnlichkeit oder, oder wie auch immer, äh, wer weiß das schon. Er ist aber schon gut designt, das muss man sagen, also erinnert, er erinnert schon an die Trolle aus, äh, den Jackson-Filmen, wirkt aber noch so ein bisschen, ja, martial. Und, und auch ein bisschen detaillierter, sag ich mal, wobei, ja gut, die, die, äh, also selbst die, die Trolle, die ja so ein bisschen, bisschen, äh, alberner waren im Hobbit, selbst die hatten ja irgendwie Bartstoppeln oder so. Ja. Übrigens, äh, Funfact dazu, das Aussehen von dem soll tatsächlich an Mike Ehrmantrout aus Breaking Bad angelehnt sein. Er hatte auf jeden Fall sehr viel mimische Persönlichkeit, das sieht man selbst in dieser kurzen Szene schon, also wo sie wirklich versuchen als, äh, eher als Charakter zu inszenieren als als Monster. Ähm, was ich allerdings ein bisschen deplatziert finde, war die Tatsache, dass er da ins Lager reinmarschiert und dann spielen sie Somebody wants to, nein, das haben sie natürlich nicht gemacht. Äh, das ist der Moment, in dem ihr weglaufen müsst. Hm. Äh, wir, wir, wir hatten hier schon eine, eine Shrek-Referenz, ja, ja. Ja, stimmt, genau, ja. Ja. Ähm, er kommt da jedenfalls angestiefelt und dann, und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, dann, äh, spricht, äh, Ada ihn an, aber das ist nicht Untertitel. Ja, auf Black Speech, ähm, aber, äh, wir kriegen da keine Untertitel, nee, das war bei mir auch und, äh, Damrod lässt sich davon auch irgendwie nicht beeinflussen oder, oder großartig beeindrucken, sondern, äh, wirft Ada, äh, einen Org-Kopf entgegen und abgetrennt, also wirklich direkt vor die Füße. Und dann scheint, oh, da hast du unsere Einladung gehalten. Genau. Der Ada hat damit gerechnet, dass er kommt. Aber da versucht er es dann auf Englisch bei dem, und, äh, von Damrod kommt dann nur zurück, wo ist Saurott? Gesprochen wird er ja, glaube ich, auch von Benjamin Walker, ne? Ja, das hattest du gesagt. Ah, okay, okay. Ja, ja, das, das hatte ich auf jeden Fall, also Benjamin Walker hier, äh, der Gil-Galat-Schauspieler, aber, äh, wir kriegen noch was anderes zu hören, oder? Also, schon als er da so, äh, angestampft kommt. Wir kriegen so ein bisschen, äh, so fiesen Männerchor und hier wird schon sein Thema angedeutet, was auch schon in der Promo war und jetzt auf dem Soundtrick-Album, nämlich, ähm, etwas, und da, da weiß ich gar nicht, inwiefern das vielleicht dann noch eine Rolle spielt im weiteren Verlauf der Serie, aber, äh, Bay McCreary hat, äh, zu diesem Charakter quasi einen Metal-Song komponiert und, äh, mit, äh, mit Jens Kidman bei den Vocals und das ist wirklich so ein richtiger, so richtiges Metal-Gebrüll, was da dann, äh, im Soundtrack ist. Und hier aber ist es, äh, sehr viel konventioneller mit so, so tiefem Männerchor, aber eben durchaus mit Fragmenten seines Themas, wenn er da angestampft kommt. Ja, ich muss sagen, also, ich meine, ich, äh, ich kann ja jetzt hier eh noch nicht über die anderen Folgen sprechen, möchte ich auch gar nicht, aber, äh, also, man kann sich, glaube ich, schon denken, dass es auf, wir auf jeden Fall nicht, äh, Metal, äh, äh, Musik-Einlagen wahrscheinlich in der Serie selber hören werden, sondern eher im Abspann, ne, aber, da sag ich jetzt mal besser nicht zu. Also, ich, ich muss sagen, im Hinblick darauf finde ich es jetzt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, die Promo hat schon, also, wirklich ein eigenes Video dazu und, ja, es ist vielleicht ein bisschen sehr viel Wind um diese Figur, finde ich. Äh, aber den Auftritt an sich finde ich gar nicht mal schlecht, also, das ist schon atmosphärisch. Äh, was ich noch anmerken will, du hattest ja auch, glaube ich, vermutet, dass er so eine Art Kopfgeldjäger oder sowas sein könnte, ne? So, so kam das, so kam das jedenfalls auf mich rüber in diesem Promo-Video, weil er dann ja den, den Kopf ihm da vor die Füße legt und wegen seines, äh, Schmucks und so weiter. Also, ich hatte mir einfach nur was zusammengereint. Also, äh, sehr viel mehr als in der Promo kriegen wir jetzt hier auch gar nicht zu sehen, muss man sagen, ne, aber, äh. Ja, stimmt, dann ist die Szene schon vorbei. Aber sein Auftritt, äh, ist schon, also, wie, wie es inszeniert war mit so dem, dem, dem Schatten im Nebel, das fand ich schon gelungen. Wir landen dann in Eregion, wo Kelle Brimbor Besuch empfängt und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von Durin und Disa. Genau, richtig, die sind jetzt da, um die Sachen mit den Ringen und so weiter zu besprechen. Mhm. Ja, und ich hab euch hierhergeholt, weil, und nicht den König, weil der halt ein bisschen schwierig sein kann, was, äh, Geschäfte mit Außenstehenden angeht und deshalb hab ich euch hierhergeholt und Anathar ist auch dabei. Ja. Und versucht Durin so ein bisschen darüber zu erreichen, auch von wegen, ja, und Elrond hat doch so, hat, äh, von, von, von euch geschwärmt und so weiter, edler Zwergenprinz und dann dieser wundervolle halt Durin so, really, he never mentioned you. Ja, gar nicht, gar nicht und, äh, auch dann, äh, in der Szene darauf kann er auch gar nicht glauben, dass, das aus dem Munde von Elrond gekommen sein soll, weil das viel zu nett für ihn klingt. Oh, obwohl Elrond würde sowas sagen, glaube ich, Elrond wäre so, Elrond ist ja eigentlich immer sehr, 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 sehr nett zu ihm, er ist ja nicht so sarkastisch wie Durin. Nö, aber er hat sich schon so ein bisschen an, ach ja, aber vielleicht ist das auch, vielleicht will er das sich auch nicht so wirklich eingestehen, was weiß ich, also jetzt hier Durin. Aber, äh, ja, äh, sie sind auf jeden Fall da, weil, äh, Annatar und auch Celebrimbor ihnen, äh, anbieten wollen, ihr Leid zu lindern. Also ähnlich wie schon, äh, bei den Elben und ihrem Baum in Lindon wollen sie jetzt damit eventuell den Berg heilen, also mit dieser Ringmagie, wo ich mir da immer noch die Frage stelle, wo ist da die Magie? Weil, klar, den Baum, also da, da ging's ja rum, letzten Endes, dass die Elben ihre Akkus aufladen, wie ich's immer gerne sage. Und, äh, der Plot ist ja jetzt anscheinend erledigt, zum Glück, weil ich den einfach nur bescheuert fand. Ja, gut, da, da war's ja noch von wegen, ja, die Elben lassen sich jetzt durchfluten, äh, von, von dem Licht von Valinor, was von den, von Mithril ausgeht. Und dann ist auch gut, aber, äh, da versteh ich da nicht ganz. Also da haben wir's halt wieder, diesen Ringen fehlt die Magie. Wie gesagt, die Magie ist eher so im Untergrund, könnte man sagen, oder im Hintergrund, das ist, und ich meine dieses, dass das Mithril, das ist ja auch, das hat ja auch ne gewisse Magie. Ich meine ja, durch die, jetzt, durch das du die Serie vorstellst, ist es ja durch diese besondere, durch diesen besonderen Clash entstanden und so, also da steckt Magie hinter. Letztendlich kommt halt der Großteil der Magie, schätze ich mal, von dem Mithril und dann natürlich auch von den, weiß ich, verschiedenen Ritualen, die sie vielleicht beim Schmieden machen, so stelle ich mir das ungefähr vor. Aber letztendlich, äh, ist Durin dem Ganzen überhaupt nicht aufgeschlossen, der ist genauso, weil das magische Ringe ist, der total affig, wirklich, das sind im Prinzip seine Worte, das ist total beknackt. Und, äh, dieses, ähm, die Wiese dabei ist, aber selbst wenn diese Hoffnung noch so klein ist, äh, würde ich da wirklich meine Aufmerksamkeit drauf lenken, denn das ist, das klingt besser als alles, was wir uns jetzt ausdenken könnten in unserer Notlage. Ja, die haben dann draußen vor der Tür auch einen gewissen, äh, ja, schon echt ein bisschen Knatsch, ne? Und, äh, letzten Endes geht es ja auch darum, dass, äh, Durin nicht zu seinem Vater will, weil er grad, also darüber klärt er dann ja auch Celebrimbo und Annatar auf, dass er grade nicht so gut mit seinem Vater Kirschenessen hat. Und, äh, und da fand ich auch eine Formulierung sehr lustig, wieder von Durin, das ist halt, also, die, äh, zeigen diese Dänen, die in den Mund legen, die sind klasse. Äh, von wegen, äh, man könnte, glaub ich, grade eher einen Ork zu einem Sonnenbart überreden, als den König sich mit seinem Sohn in einen Raum zu begeben oder sowas, ne? Ja, und da, da ist dieser auch so herrlich, herrlich schon wirklich peinlich pikiert neben ihrem Gatten. Also, das war, das war super. Was ich aber ein bisschen komisch fand, um nochmal hier auf Annatar zurückzukommen, weil der mischt sich da ja eigentlich mehr oder weniger ins Gespräch ein. Und Durin weiß überhaupt nicht, was der von ihm will. Da hab ich mir so die Frage gestellt, woher hat Annatar eigentlich dieses ganze Wissen? Also, dass Durin mit Elrond befreundet ist, dass Durin auch noch enterbt wurde und, und sich dann jetzt irgendwie, ja gut, also, von wegen, er muss sich jetzt den Respekt seines Vaters verdienen, das kann er sich ja noch aus der Story ziehen. Aber woher weiß er diese ganzen Details? Ich glaube, das ist letztendlich Saurons dunkle Magie, denn er ist letztendlich mächtig, er weiß, Personen zu lesen und sie, und entsprechend auf ihre Schwächen sich einzuschießen und das alles auszunutzen. Ich glaube, das ist einfach alles, was er dann so spürt. Er ist mächtig, er ist magisch, er, er schnallt das einfach. Also, im Prinzip hat er so ein, so leichte, weiß nicht, vielleicht so ein bisschen auch so Gedankenlesen hier und dort. Ja, aber das müsste man dann auch mal zeigen. Das ist halt dann nur, also, das, das, das bleibt mir alles zu vage und wenn ich es jetzt ganz böse runterbrechen muss, dann ist es eigentlich nur, ja, äh, die Figur weiß es, weil alle Szenen von, äh, denselben Autoren geschrieben werden. Nee, die Figur weiß es, because magic. Das ist die. Ja, ja, nee, ja, aber das ist mir, ja, das ist mir, das ist mir aber zu dünn und diffus. Also, es, es muss ja nicht alles ausgeführt werden, aber das machte für mich keinen Sinn, dass er da Kenntnis drüber hat. Also, also, das, das habe ich mich in der Szene die ganze Zeit gefragt. Vor allem, äh, Durin meint ja wirklich so, ja, wer, wer, wer seid ihr eigentlich? Also, äh, ja, Elrond spricht in den höchsten Tönen von euch. Aha, von euch hat er noch nie gesprochen, ne, so. Und, und, und Sauron schmiedt ihm dann halt irgendwie auch ordentlich, äh, Honig ums Maul, ne? Also, von wegen, ach, Durin ist ja einer der weisesten der Zwerge. Und, äh, dieser kommt dann aber letzten Endes mit Celebrimbor da, äh, mit überein, dass sie, äh, Zeit brauchen, um, äh, nachzudenken. Und, äh, da will Annatar eigentlich erst gegen protestieren und dann nimmt ihm Celebrimbor da aber das Heft aus der Hand und das führt dann auch zu der nächsten Szene zwischen, äh, Celebrimbor und Annatar. Ja, das fand ich sehr schön, wie Celebrimbor da sagt, ja, die Zwerge in Kasatum, die haben ein Sprichwort, the slow drip splits the boulder, also langsamer Tropfen spaltet den Felsbrocken. Da dachte ich mir echt so, das ist einfach so die Zwergenvariante von steter Tropfen höhlt den Stein, ne? Ja, genau, das ist, das ist das. Das, das belebte das so ein bisschen, vor allem, das macht den Hinblick auf Celebrimbor auch Sinn, weil der ist ja, glaube ich, ein ziemlicher, der ist ja schon ein kleiner Fan der Zwerge, ne? Kam zumindest in der ersten Staffel durch. Ja, genau, er bewundert sie für ihr Können und, äh, hat ja von Anfang an auch ihre Hilfe gesucht und letztendlich ist dann ja auch die Schmiede mit Hilfe der Zwerge entstanden. Ja, deshalb ist da schon so eine gewisse Verbindung sowieso. Und dann meint er halt so Annatar so von wegen so, ja, hier, lass denen Zeit, Piano, ne? Und, äh, Annatar will das aber nicht auf sich sitzen lassen und meint ja, Zeit ist ein Luxus, den wir eigentlich nicht haben und wenn euer hoher König, nicht davon erfährt, was ihr hier machen wollt mit den Zwergen, weil Annatar meint dann so, ja, also überlegt doch mal Gil-Gala, der hält doch die Zwerge für unwürdig, diese Macht für sich in Anspruch nehmen zu können oder überhaupt zu, zu beherrschen. Und, äh, darüber hinaus hat er auch das Schmieden weiterer Ringe verboten und weiß zudem auch nicht, dass Annatar dort vor Ort ist. Und, äh, da wird Celebrimbor ungehalten schon wirklich ihm gegenüber, also sowohl ihm gegenüber als auch dem Hohen König, ne? Weil, äh, er meint halt, er will sich nicht vorschreiben lassen, wie er sein eigenes Königreich hier zu führen hat und meint auch, dass er jetzt nicht die Zeit hat, den sturen König davon zu überzeugen, wer jetzt hier der, der Ringe würdig ist oder nicht, ne? Und, äh, dann meint aber Sauron zu ihm, ja, früher oder später findet es der König raus und dann meint Celebrimbor, ja, was will denn, wenn er es nicht tun würde, ne? Und, äh, und da meint er so, ja, ich schreib dem jetzt einen Brief, da beglückwünsche ich ihn groß zu, zu den Wundern, äh, der drei Ringe mit dem Versprechen, dass ich ihn bald aufsuchen werde in Lindon und dann ist, ich, 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 ich war, hattest, hattest du das Gefühl, dass die Überraschung von Sauron, ist das da gespielt oder hat er mit sowas gerechnet? Oder, oder ist es ein Triumph, weil er merkt, dass er den mittlerweile, dass er merkt, dass, dass der wirklich einiges bereit ist in, 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 äh, kauf zu nehmen für dieses Projekt, in Anführungsstrichen? Oh, ich weiß es nicht. Letztendlich verarsche ja alle, auch uns. Ja. Also, könnte es sein, dass es dann einfach so von ihm gespielt ist oder dass er vielleicht tatsächlich so ein bisschen, ui, das geht ja jetzt doch irgendwie fix. Hm. Keine Ahnung. Aber ich muss, äh, zugeben, dass, äh, also in der ersten Staffel, äh, ja gut, hier in der ist er leider auch nicht der hellste, aber, äh, für sich genommen, ich muss sagen, ich finde diesen Charles Edwards schon, schon gut als Celebrimbor. Ja, ich finde, und, und hier kriegt er einfach auch allgemein noch ein bisschen mehr zu tun. Und mehr Profil. Und er strahlt so eine ganz besondere Würde aus und ich mag den Schauspieler sowieso, ich hab ihn ja vor allem kennengelernt durch Downton Abbey. Hm. Und ja, und ich finde, es ist so ein, so ein britisches Schauspieler, so Urgestein fast schon, so ein besonderer Charakterdarsteller. Ja, und er passt einfach sehr gut in diese Welt und auf diese Figur. Naja, so er ist dann auch wirklich energisch, er meint dann von wegen, er hat ein ganzes, ganzes Zeitalter gewartet, das hier tun zu können, das ist sein großes Vermächtnis und das will er sich wohl kaum vom Hohen König wegnehmen lassen. Da kommt natürlich auch wieder sein verbissener Ehrgeiz durch, ne, äh, und, äh, ja, der wird ihm dann wahrscheinlich noch zum Verhängnis werden. Äh, und während er diesen Brief schreibt, geht Annatar so um ihn herum und da merkst du wirklich so, also, ist jetzt zwar nicht subtil, aber da siehst du halt auch so im Bild, er umgarnt ihn schon wirklich, ne. Mhm. Und dann kommen wir tatsächlich, äh, wieder zu Isildur in Mordor, beziehungsweise so, ja, den Anfängen von Mordor und, äh, der ist mittlerweile so lange unterwegs, dass, äh, inzwischen auch bereit ist, irgendwelches Schmutzwasser zu trinken. Mhm. Genau, und das ist die Szene, die wir schon angesprochen haben, wo er den Leichnam findet und er nimmt sich, äh, Schwert und, und Stiefel und so weiter. Mhm. Äh, und reitet dann weiter, bis er zu einem Waldstück kommt, wo er so Trümmer von einem Lager oder von Karren und so weiter sieht. Ja, dann auch ein bisschen misstrauisch wird, ne, mit gezogener Klinge. Genau, und wir sehen, dass sich da jemand auch versteckt und, ähm, wir wissen nicht wer, aber dann diese Gestalt überrascht ihn und rammt ihm erstmal das Messer in den Oberschenkel und wir sehen, es ist eine junge Frau. Ja. Äh, welche ihn da überrascht hat und, ähm, es ist eine leichte, nette Comedy-Szene irgendwie, wie sie dann, dann zieht sie vor das Messer raus und er so, nein, nein, ach, und dann, äh, und dann, äh, hilft sie ihm halbwegs und er hilft sich auch selbst. Er sagt, er sagt, sie sagt halt, ich hatte dich, ich hatte dich für den Ork gehalten, tut mir leid. Mhm. Und, äh, ja, ich glaube, in dem, in dem Moment stellt sie sich auch schon als, äh, Estrid vor. Ja. Und, ähm, sie müssen so ungefähr in seinem Alter sein tatsächlich auch und, äh, dann letztendlich entscheidet er sich, sie mitzunehmen auf dem, auf dem, auf dem Pferd. Und, äh, sie wittert dann auch relativ schnell im Gespräch, dass er anscheinend vom Seegvolk ist, also, der, der will ja zu seinem Vater, ne, der will ja zum Beispiel, zum Sammelpunkt und wendt da seinen Vater dort und sie meint dann aber, ja, du könntest sie schon verpasst haben, ne, und, äh, er meint dann so, ja, was, was, was willst du eigentlich hier? Und dann so, ja, sie so, ja, ich, ich, ich hab welche gesucht, da geht sie dann auch nicht so weiter drauf ein, da geht sie relativ so drüber hinweg. Aber hier, ich hab eine Karte gefunden mit einer, äh, Wegmarkierung, äh, nach Pelagir, was ja schon mal in der ersten Staffel erwähnt wurde, also eben dieser Hafen, äh, dieser, also ist ja ehemaliger Numenorischer Hafen, glaube ich. Ja gut, den gab es hier eigentlich noch nicht, aber egal. Ja, dann kommt Isildo darauf, natürlich, mein Vater ist gar nicht weg, der hat alle dahin hingeführt und da sind dann vielleicht auch deine Leute, also jetzt ja Estritz. Und deshalb, äh, reiten sie dann, äh, gemeinsam nach, äh, Pelagir und da merkt man dann, äh, wie sie dann auch so langsam jetzt aus Mordor rauskommen, weil da sind dann so langsam jetzt doch mal grüne Wälder und auch sowas wie Vögel, äh, zu hören, ne? Oh ja, genau, sie kommen da jedenfalls raus, dann, äh, sehen sie auch schon Rauch am Horizont, aber halt freundlichen Rauch, wo sie ein bisschen, ah gut, Zivilisation. Mhm. Aber bevor sie da letztendlich hinkommen, äh, treffen sie auf einen umgestürzten Karren mit einem Verletzten daneben. Ja. Der sagt, dass er überfallen wurde und, äh, er sagt dann, komm, wir können ihm doch irgendwie helfen, geben wir ihm vielleicht was zu essen oder Wasser. Aber es stellt sich als Falle heraus, denn diese Menschen stehen im Dienst von, äh, Adar. Was auch gut inszeniert war mit dem, mit dem, also wie, wie der dem erst diesem Apfel geben will und dann, äh, sieht man halt so an seiner Hand dieses, dieses Brandzeichen, ne? Und dann reagiert dieser Mann ja ganz schnell. Und, äh, Isildo wird überwältigt, die, äh, da kommen aus dem Karren noch andere Männer raus. Ich dachte so, er ist echt, es wäre ein Orks, aber nee, es sind, äh, äh, andere Wildmenschen, wie wir dann erfahren. Und, äh, äh, die, äh, schnappen sich dann, äh, das Pferd und auch Estrit, die sie zu Boden schmeißen und, äh, halten dann, äh, Isildo auch fest. Also wirklich schon mit Schwert an der Kehle und, äh, Isildo soll dann gerade das Zeitliche segnen, als, ja, ein Pfeil, äh, den Arm seines Peinigers durchbohrt und, äh, dann auch noch, äh, andere von weiteren getroffen werden. Und, äh, Isildo schafft es dann noch so, Estrit in, in Sicherheit zu bringen und es kommt ein Mann aus den Bäumen gesprungen und spätestens an seinen Akrobatikfaxen hat man ihn erkannt, oder? Genau, richtig. Arondir ist wieder da, welcher, welcher die beiden, es schafft zu retten, allerdings schaffen es ein paar der Männer, mit dem Pferd zu entkommen. Ja. Arondir sagt, ja, wir haben, wir haben Ärger mit denen und, ähm, sagt dann aber letztendlich, kommt mit, wenn ihr wollt, aber ich hab hier meinen eigenen Kram zu erledigen und nimmt einen Stapel Holz mit, ähm, welchen er abgelegt hatte und dann letztendlich entscheiden sich die beiden aber auch anscheinend mit ihm mitzukommen, aber dann machen wir dann einen Zeitsprung, weil wir dann eben sehen, wofür er das Holz braucht. Und das wurde mir, äh, das wurde mir in gewissem Sinne gespoilert vom Soundtrick-Album, aber nicht, äh, im Prinzip wegen eines, wegen des Titels, weil der, der Titel lautet der Scheiterhaufen. Okay. Aber das könnte ja sonst was bedeuten, ähm, aber ich hab halt die Melodie erkannt und, äh, das, das Thema war eben das, äh, das Thema von Arondir und, äh, der, genau, und der, und der Bronwyn, genau, wo ich dachte, oh, okay, okay, ich, 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 ich sehe, was dann passieren wird. Obwohl es war doch, es war doch durchaus auch abzusehen, äh, es gab vor ein paar Wochen halt wirklich auch schon eine News, dass, äh, Nazanin, äh, Boniadi, nicht Botteniadi, hab ich letztes Mal falsch ausgesprochen, dass die aus der Serie raus ist tatsächlich. Das ging durch den Äther. Ja. Genau, ja. Gründe sind nicht exakt bekannt. Ich, ich muss sagen, es wirkt hier nicht irgendwie, wie hast dich reingequetscht. Das, das tut es nicht. Es wirkt nicht irgendwie, wie hast dich umgeschrieben. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was sie meiner Meinung nach mit Prinzessin Leia in Rise of Skywalker hätten machen sollen. Ja, durchaus. Ja, gut, sie haben es so, so halbwegs gemacht und dann doch wieder nicht. Gut, ich meine, es war jetzt irgendwie abzusehen. Also, wie gesagt, ich wusste halt, dass, äh, also da sind auch ein bisschen widersprüchliche Informationen. Es heißt zwar, dass die, äh, äh, ihre ganze Schauspielkarriere erst mal pausiert oder sogar generell an den Nagel gehängt hat, weil die sich jetzt in ihrer Heimat, also die hört man ja schon am Namen, die, äh, kommt aus dem Iran, die Schauspielerin und, äh, die will sich dort für, äh, Frauenrechte, äh, stärker engagieren von den USA aus. Okay. Aber das soll wiederum nichts mit ihrem Ausstieg zu tun haben aus der Serie. Also, letzten Endes ist das ein bisschen diffus, aber, äh, Ja, wir sehen sie hier dann mal kurz, als Aaron, die ihr Abschied nimmt, in so einem ganz kurzen Ausschnitt aus der ersten Staffel. Also, wahrscheinlich so seine Erinnerung an sie. Ansonsten, äh, kriegen wir aber nichts von ihr zu sehen. Also, sie liegt halt auf dem Scheiterhaufen, ist komplett verhüllt. Sie ist halt im Flashback noch vorher, also, sie ist im, im Rückblick vorher, was bisher geschah. Ach so, ja gut. Da sieht man nämlich auch noch, da wird nämlich nochmal betont, dass sie ja schwer verletzt wurde. Ja, und, und dann, äh, äh, sich sehr, sehr schnell wieder erholt hatte. Genau, aber, das sagt halt eben auch Aaron Deer, letztendlich hat das dann wohl doch nicht ausgereicht und sie ist, ähm, kurz darauf gestorben. Ja, es ist eben diese Bestattungsszene. Aaron Deer ist, ähm, ist sichtbar betroffen, aber noch betroffener und, äh, ziemlich kalt deswegen ist, äh, ja, Bronwyns, äh, tatsächlicher Sohn. Theo. Äh, Theo. Mhm. Ähm, welcher, ähm, ja, einfach dann so, 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 ja, was soll's halt irgendwie, ich bin, ich bin total neben mir. Aaron Deer will eigentlich erst den Scheiterhaufen anzünden und dann kommt, äh, aber Theo dazu, nimmt ihm die Fackel weg und zündet dann selber das Holz an und verpisst sich. Genau. Und als, äh, äh, Aaron Deer dann zu ihm gehen und ihm dann so, äh, tröstend so die, die Hand auf die Schulter legen will, meidet der wirklich konsequent seinen Blick und dreht ihm den Rücken zu. Ich muss sagen, ich fand die ganze Szene, ehrlich gesagt, so ein bisschen drüber, weil, also die hier sind, das dürften ja größtenteils welche aus Pelagier sein und dass jetzt hier nur Bronwyn alleine, die ja eigentlich nur eine von vielen ist, jetzt hier förmlich so eine Art öffentliche Beisetzung oder, oder, äh, Scheiterhaufen bekommt, weiß nicht, also da sind sich andere gestorben. Ich glaube, viele davon sind ja auch, äh, sind auch übrig da von, von Bronwyn tatsächlich im Dorf und außerdem, sie ist ja diejenige, die das alles mit initiiert hat. Sie hatte ja wirklich die, die Führungsrolle für eine lange Zeit und entsprechend verdanken ihr die Leute einiges. Also kann ich gut verstehen, dass sie ein bisschen mehr Brimborium drumrum machen. Also ja, gut, unter dem Aspekt würde ich es vielleicht noch akzeptieren, aber es, es wirkte schon ein bisschen so von wegen, oh, das ist jetzt eine, also man, man hätte ja zum Beispiel das auch als, als, weiß ich nicht, dass die da irgendwie Meere verbrennen oder so. Das war mir ein bisschen so, weil so wahnsinnig wichtig war die Figur jetzt auch nicht. Ja, aber es ist ja auch etwas, was dann halt, ähm, Aaron, die ja, also für, für ihn selbst ist es ja auch wichtig und letztendlich ist es dann eben auch etwas, wo dann andere Leute kommen, um natürlich dann auch mit zuzusehen und so ein bisschen Tribut zu zollen. Aber letztendlich ist das vor allem, denke ich, geht es von ihm aus und ist für ihn zum Abschied nehmen und natürlich auch für ihn. Und für den Zuschauer oder das, das Publikum. Also ist es jetzt nicht so, dass ich, ja gut, also ich, ich werde der Figur jetzt nicht hinterher trauern. Ich fand sie okay, aber auch ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, aber es liegt auch daran, dass ich alles um Aaron, dir und sie einfach ziemlich, ziemlich, äh, bräsig fand in der ersten Staffel. Aber, äh, Rest in Peace, andere, äh, resten dann aber eher nicht so in Peace, nämlich in, äh, Khazad-Dum, äh, wo sich auch so langsam was zusammenbraut. Hier, äh, haben sich nämlich von den Zwergen, äh, viele Lebensmittelhändler direkt vor dem Gemach des Königs versammelt. Und, äh, dieser, äh, Zwerg-Navi, den wir ja, glaube ich, schon, ich meine, in der zweiten Folge kennengelernt haben, also in der vorherigen jetzt, geht dann durch die Reihen und muss dann da so ein bisschen, äh, für Ruhe sorgen. Und, äh, die, äh, appellieren dann an ihn, ja, mein Gott, hier, wir sind hier wirklich in Not und jetzt berichte dem König mal davon. Und, äh, das macht er dann auch, indem der dorthin geht und, äh, dann sagt er, hier draußen protestieren die Händler und die bitten darum, dass die königlichen Getreidereserven doch bitte geöffnet werden mögen. Genau. Der König will dann aber wissen, ja, äh, wie lange halten die denn dann? Ja, höchstens drei Monate. Und, äh, Durin, da muss ich sagen, da hätte ich ehrlich gesagt erwartet, dass der alte König doch noch so ein bisschen verbissener ist, aber der scheint schon zu verschieben. Und, äh, verstehen, dass die hier schon in einer schwierigen Lage sind, seitdem, ja, wortwörtlich die Lichter ausgegangen sind, ne? Hm, genau, ja, und letztendlich gewährt er dann und ich glaube, dann kommt ja Durin tatsächlich dann doch zu ihm. Genau, dann kommen statt Bittsteller kommt sein eigener Sohn, äh, relativ zögerlich, aber trotzdem, äh, äh, so nach und nach, äh, kommt der vor den Thron, verneigt sich und berichtet dann, äh, eben von dem, was Killebrin, Brimbo angeboten hat, da muss ich sagen, da fand ich den Schnitt auch ein bisschen komisch. Weil erst wird das halt so, so, ähm, ja, gediegen inszeniert, wie der da auf den Zug kommt und so langsam auf Tuchfühlung geht und dann gibt's halt ein Cut und, ja, die reden eigentlich so mehr oder weniger fast ganz normal miteinander. Also, da ist nicht so von wegen, äh, ne, dass, dass man erst überhaupt wieder ein Draht zueinander finden muss, das fand ich ein bisschen sprunghaft. Äh, ich fand das, äh, das ist so ein bisschen halt so die Überspielung von dieser ganzen blöden Situation einfach, wo sie dann beide so, so stumm beschließen, lassen wir es erst mal mit dem Kriegsbeil und, äh, äh, versuchen wir irgendwie miteinander klarzukommen und ... Was sie dann aber nicht tun, ne? Nicht so ganz, sie nähern sich ein bisschen an, aber ganz vertragen tun sie sich trotzdem nicht. Ja, das wäre aber auch unglaubwürdig. Also, äh, vor allem die sind sich ja, also das sagt ja auch Durin, die sind sich ja eigentlich beide ziemlich ähnlich in ihrem Stolz und in ihrer Sturheit. Er gesteht sich aber trotzdem, äh, äh, Fehler ein. Da fand ich eine Geste ganz schön, das hätte vielleicht noch ein bisschen herzlicher sein können, weil sein Vater sagt dann irgendwie zu ihm so, ja, du siehst schon irgendwie scheiße aus gerade. Wo dann sein Sohn so entgegnet, ja, mein Gott, ich bin Mienarbeiter, ich hab schwierige Hände und dann, dann grinst sein Vater fast schon so und meint so, ja, warte mal ab, bis deine Kinder groß werden. Und, äh, das hätte, das hätte man ruhig noch ein bisschen, bisschen herzlicher inszenieren können an der Stelle. Also, zumindest diesen leichten Witz zwischen denen, weil generell, oh, die, da merke ich auch wirklich immer, ich meine, die Serie hat nun mal echt nicht viel Humor. Das ist, das ist nun mal leider wirklich so. Und, äh, deshalb sind das so kleine Bastionen. Und das ist ja auch nicht zwangsläufig notwendig, aber halt wann immer, wann immer sie da was einstreuen, dann sitzt es meistens gut und passt schön rein. Und, äh, das ist eben schön, wenn man es ja auch nicht überstrapaziert, sondern es kommt dann genau in den richtigen Momenten zur Auflockerung. Aber, äh, als dann, äh, Durin, also König Durin schon gehen will, äh, setzt seinem Sohn ihm noch hinterher, dass er dieser ganzen Kiste da aus Eregion nicht wirklich traut. Und, dass er auch so über die Worte seines Vaters nachgedacht hat, also von wegen, wenn dir, das Schicksal der Elben besiegelt ist, dann wird das von weiseren Köpfen entschieden, als unseren dagegen vorzugehen, sprich den Elben, äh, zu helfen, dem, dem Tod von der Schippe zu springen oder ihrem Ende, äh, dass das noch eine größere Katastrophe auslösen könnte. Das hat ja, äh, der Vater zu dem Sohn gemeint in der ersten Staffel und jetzt überlegt Durin so langsam, hm, was wäre eigentlich, wenn sein Vater damit Recht behalten haben könnte, ne? Hm. Und, äh, dennoch lassen sie sich dann, ja, sie lassen sich trotzdessen eigentlich dann doch auf die Elben ein, ne? Oder auf, auf diese ganze Ringgeschichte. So ist es, genau. Obwohl, äh, Durin der Vierte dann auch skeptisch ist. Wo landen wir dann? Dann landen wir in, äh, Pelagier wieder. Da sind wir wieder da, genau. Ist dann das Gespräch mit Aaron, Deer und Isidur. Das hätte man ruhig ein bisschen anders strukturieren können vom Pacing her, oder? Ja, weiß nicht, man hätte auch ein bisschen, äh, durchaus vielleicht in Pelagier bleiben können, aber da eben auch dieser kleine Zeitsprung ist. Aber jetzt haben wir tatsächlich auch sehr viel von Aaron, Deer und, und, äh, Theo und dem ganzen Kladeradenabschwung. Ja, genau. Kommt zuerst das Gespräch oder zuerst das, wo Theo und Aaron, Deer miteinander reden? Äh, es kommt zuerst, erst mal wie, äh, Theo die, äh, Wunden von Isildur. Das ist es, genau. Mehr schlecht als recht mit, mit Nadel und Faden. Und Aaron, Deer und Isildur haben die sich ja auch schon kurz kennengelernt. Und, ähm, Aaron, Deer sagt, dass er, dass er froh ist, dass er es geschafft hat. Erzählt so ein bisschen von der Gesamtsituation da natürlich. Und er macht sich auch Vorwürfe, weil, äh, also Aaron, Deer steht mit, äh, mit im Raum und gibt sich die Schulter dran von wegen, ja, letzten Endes habe ich eigentlich nichts richtig hingekriegt. Ich konnte Ada nicht stoppen. Ich konnte Bronwyn nicht beschützen. Da meint er so, ja, äh, weiß ich nicht, war ich nah, weil ich dachte, es würde ihr besser gehen. Und dann denke ich, dann dachte ich mir so als Zuschauer, nee, warst du nicht, weil es ging ihr wirklich extrem gut in Folge sieben, glaube ich. Ja, aber, ja, aber wie gesagt, als man, wenn er sich da ein bisschen schuldig fühlt, naja, ist seine Sache. Ja, aber, also ich meine, er, er sagt dann ja noch so hier, die, die Org-Pfeile, äh, die, die, die bergen wohl irgendwie eine Fäulnis, also sind vergiftet. Aber, das fand ich wirklich, also so, ach, ganz, ganz ehrlich, die hätten, also auch wenn das jetzt hart klingen mag, aber die hätten Bronwyn sterben lassen sollen in Staffel 1. Die konnten das mit der Schauspielerin natürlich noch nicht wissen, aber dann hätte Theo zumindest mal irgendwie, das, das hätte zumindest mal ein bisschen Gewicht gehabt. Ja, ja, es ist halt schade, weil am Ende von Folge sieben hat den Eindruck, oh, dann, egal wo sie jetzt hingehen, sie sind zusammen und dann geht's ihnen gut vielleicht, aber leider zu früh gefreut. Ja, das wäre, das war mir auch persönlich viel zu viel. Also, ich, ich weiß nicht, ich hab ja, ich hab ja einen Rewatch nochmal gemacht und wirklich, die liegt da in der sechsten Folge, wo die da, äh, eingekesselt sind in dieser, in diesem Wirtshaus oder was das da ist, äh, die liegt da ja wirklich mit ihren zwei Wunden auf dem Tisch, hat unheimliche Mengen an Blut verloren und später ist sie dann wirklich quietschfidel. Also, nicht nur, dass die, dass die wieder fit ist, sondern die ist mittlerweile so wieder auf den, auf den Beinen gewesen an dem Punkt, dass die anderen dann schon irgendwie geholfen hat zu heilen, also, und, und, dass sie dann jetzt im Nachhinein noch vergiftet war, also, irgendwie, das, das kaufe ich dem Ganzen nicht ab. Ja, sie, das muss sich halt ein bisschen so zurechtlegen jetzt, weil es halt eben, das ist eine der Sachen, die halt einfach so nicht geplant waren. Ja. Aber man muss halt sagen, auch wenn, auch wenn ich sie mochte und die Schauspielerin auch halt, ihre, ihre Abwesenheit fällt auch nicht ganz groß ins Gewicht, weil ihr sonst auch viel los ist letztendlich, also, weil sie dann doch viel Charakterspiel anderen haben, wo man sich dann denkt, wo sollte die dann bitte noch reinpassen irgendwie, außer, dass sie dann irgendwie komplett die, die passive Heilerin einfach nur ist. Ja, wobei ich, äh, auch so den Gedanken hab, also, ich weiß nicht, was will Theo eigentlich noch in der Serie, also, entweder planen sie noch irgendwas mit dem, oder, also, generell hab ich das Gefühl, die können sich schwer von Figuren trennen, und dann sind das alles so welche, von denen sie dann aber, also, die, die bleiben dann einfach, und dann wissen sie aber selber nicht wirklich, was sie mit denen anfangen sollen. Ja, aber man weiß, wie sich das mit ihm noch entwickelt. Auf jeden Fall ist er halt, ähm, da gibt's auch noch Gespräch mit ihm und Aaron, wo er dann halt sagt, ja, das, ihre, meine Mutter wäre jetzt das Einzige, was uns irgendwie verbunden hat, und sie ist jetzt fort, und wir müssen nie mehr miteinander reden. Ich, 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 ich brauch dich nicht. Und, äh, dann hat er ein, äh, kleines Gespräch mit, äh, Isildur. Ähm, äh, aber zu dem, mit, mit Aaron, dir, da ist, da ist aber noch mehr, äh, da, da gehst du jetzt ein bisschen drüber weg, weil, ähm, Aaron, dir versucht's ja so auf die, auf die, sag ich mal, väterliche Ebene. Mhm. Also, ähm, äh, Theo hat dann auch schon mal durchaus so die Frage, hm, es hätte ja sein können, dass du mein Vater bist, aber ich weiß es definitiv, dass du es nicht sein kannst, weil er, er stellt sich ja dann, also, die Frage hab ich mir zu, zwischendurch halt auch so gestellt, wenn der 80 Jahre lang da Wache gestanden hat, Aaron, dir, dann wird er ja wirklich einiges mitbekommen haben. Und auch so im Hinblick darauf, dass es vielleicht gar keinen König der Südlande mehr geben kann, eventuell. Also, das hätte er vielleicht auch schon wissen können, aber naja, äh, aber er versucht es dann trotzdem irgendwie, also, der, der versucht trotzdem noch mal an, an Theo ranzukommen und erzählt ihm dann so von, äh, hier hast du schon mal gehört von, 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 Beleriand, ne, also hier diesen Elben-, oder nicht, nicht nur Elbenreich, sondern diesem, diesem ganzen, äh, Teil, äh, außerhalb von Mittelerde, der ja durch das erste Zeitalter zerstört wurde. Genau. Und, äh, dann meint er, äh, dass er, äh, jetzt Theos Zustand auch verstehen kann, weil er meinte, als, als Beleriand unterging, also, meint dann Aaron dir, da hab ich eigentlich nur noch Zorn verspürt und nicht nur auf Morgoth, sondern auch noch auf mich selbst. Und meint dann, das ist aber letzten Endes ein Durst, der niemals gestillt werden kann und warnt dann Theo eben davor, weil es kann ja sein, dass Theo eventuell auch Rachegefühle für, äh, Ada hegt. Hm, ja, aber, und, äh, letztendlich ist ja aber auch Theo ein bisschen Mitschuld an der ganzen Sache. Oh, ja, ordentlich. Das, äh, wegen, wegen, wegen dem Schwert, das er gefunden hat und verschiedene andere Sachen, wo einfach, ähm, ja, die, die verschiedenen Umstände und das liegt ihm natürlich auch ein bisschen, das wird hier nicht direkt sympathisiert, aber das wird ihm ja wahrscheinlich auch so mit auf der Seele liegen. Ja, ich muss leider sagen, dass ich Theo, also, ich frag mich, hab ich ja gerade schon mal gesagt, ich frag mich ehrlich gesagt, warum der noch in der Serie drin ist. Ja, weil er letztendlich halt, weil er halt in der ersten Staffel war und, ja, aber das ist echt so, ich, 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 ich fand, ich fand die Figur da schon absolut ätzend. Ja, weiß ich nicht, hätten sie den jetzt, also, die hätten es ja zum Beispiel auch so drehen können, dass es Bronwyn eigentlich gut ging und dass sie dann irgendwie von Orks überfallen wurden und dabei sind dann, sind dann Aaron, dir und Theo beide, äh, 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 Bronwyn und Theo beide gestorben, das hätten sie auch so drehen können. Ha, ja, wer weiß, vielleicht, wo sie vielleicht noch mit ihm hinwollen. Ich denke halt einfach auch, dass die Serienschöpfer dachten, wir brauchen was für die Ängste, die Teenager-Zielgruppe. Ja, und das kriegen wir hier auch in Hülle und Fülle, nämlich auch mit Isildur, der, äh, jetzt, äh, ja, stimmt, da gibt's noch ein Gespräch zwischen ihm und Theo, wo, äh, Isildur, äh, was wiedererkennt, nämlich ein Aquädukt, äh, in einer Wand, also, äh, sprich so eine Art, also gar nicht mal unbedingt wie so ein Brunnen, sondern eher etwas, was wirklich Häuser, äh, äh, Wasser direkt in die Wohnhäuser der Lebenden schleust und, äh, als Theo dann erst meint, ja, ach komm, hör auf, Menschen könnten sowas doch nie bauen, meint dann Isildur, ja, bei uns zu Hause ist das Standard und dann, dann kommt von Theo nur so, ja, ey, wenn das so toll bei dir ist, warum bist du dann zu uns gekommen? Und dann, ja, ich dachte, in Mittelerde gäbe es mehr. Genau, genau, und dann will Isildur sich eigentlich schon trollen, bis dann Theo so aus heiterem Himmel zu ihm meint, ja, willst du eigentlich noch dein Pferd zurück? Wenn ja, dann, äh, hier, äh, gleiche Stelle, gleiche Welle, triff mich hier, äh, bei Mondaufgang und bring ein Schwert mit. Genau. Äh, dachte ich mir so ein bisschen, hm, wo hat der jetzt dieses Wissen her, oder? Äh, er war ja dabei, als Isildur von seinem Pferd geredet hat und dass er es zurückholen will. Und wie soll ja aber noch im Dunkeln darüber gelassen werden, oh, was weiß er denn jetzt? Aber das, äh, werden wir dann ja sehen. Ja, wir haben ja auf jeden Fall dann noch eine andere Szene, äh, zwischen ihm und, äh, Es tritt am, äh, Feuer. Genau, und was wir nicht erwähnt hatten, ist, dass sie davon erzählt hat, dass sie eigentlich einen Versprochenen hat, den sie hier jetzt irgendwo sucht, falls er es irgendwie geschafft hat. Äh, anscheinend hat sie den noch nicht gefunden. Sie fühlt sich dann ja auch erst ein bisschen ertappt, weil wir sehen sie hier am Feuer sitzen, wie sie eine Klinge erhitzt. Und, äh, dann erschreckt sie sich so ein bisschen, als Isildur dazukommt und sie dann fragt, ja, was, 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 was gibt's Neues von deinem Verlobten? Hast du den gefunden? Und, äh, sie ist dann eher so ein bisschen zurückweichend. Und man hat dann auch schon, also, auch schon bei der Szene vorher mit diesem, also, wo hier mit dem, äh, äh, Wildmenschen, die sie da getäuscht haben. Hattest du da auch schon so das Gefühl, dass sie, dass sie, äh, wusste, was da Sache sein könnte an der Stelle? Nicht wirklich, tatsächlich. Weil sie war ja sehr darauf bedacht, dass sie den da liegen lassen und weitergehen, ne? Das stimmt, ja. Ja, äh, jetzt im Nachhinein, ja, du hast recht, da hätte ich vielleicht aufmerksamer sein sollen. Äh, also, er ist von ihr, äh, jedenfalls doch ziemlich beeindruckt und er meint dann, ja, also, wenn der nur halb so stark ist wie du, dann, dann, äh, wird der auch schon wieder auftauchen. Und, äh, dann hat sie aber das Gefühl, dass er sie vielleicht so ein bisschen überschätzt, weil sie sich auch irgendwie schuldig fühlt, äh, überlebt zu haben, während andere ihr Leben lassen mussten. Ja, und damit kennt sich Isildur auch relativ gut aus, ne? Also, ich glaub, sie, sie erzählt dann, glaub ich, von ihrer Mutter und er auf jeden Fall von seiner und dann wird hier auch was fortgesetzt, was schon in der ersten Staffel war, nämlich, äh, dass Isildurs Mutter anscheinend ertrunken ist, aber das ist nur die offizielle Version. Genau, letztendlich ist sie ertrunken, weil beim Versuch, ihn zu retten, also, er ist so ein bisschen mit Schuld, also, er gibt sich selbst mit die Schuld. Ja, ja, er ist irgendwie, äh, mit, mit zehn Jahren oder was ist er weiter rausgesprommen als erlaubt und ist dann irgendwie in eine Stromschnelle geraten und als sie ihn dann retten wollte, äh, ja, ist sie ertrunken, während er, äh, noch am Leben ist. Und damit scheint er auch nicht wirklich seinen Frieden gemacht zu haben, denn er hat das, wie gesagt, allen verheimlicht und dass er ihr das jetzt erzählt, da merkt man, der ist ihr schon ordentlich auf den Leim gegangen, ne? Mhm. Ja, aber es ist halt dieses typische, oh, ich sehe ein, ein, hier ist ein, ein, ein hübsches Mädchen und, äh, und, äh, wir haben uns so ein bisschen gegenseitig geholfen und so und, ja. Die auch ein bisschen, also, ich hab jetzt nichts gegen die, aber ich muss sagen, die ist ein bisschen sehr hübsch dafür, dass sie, äh, förmlich in der Wildnis lebt. Sie ist wahnsinnig hübsch, aber ich finde, sie haben sie entsprechend zurechtgemacht, dass sie ein bisschen zerzaust und schmutzig aussieht und so weiter. Ja, gut, das muss natürlich auch sein, ne, aber so generell, äh, also sie sah jetzt nicht aus wie aus dem Ei gepellt, aber, äh, ja, es, 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 es ist, es okay, da will ich jetzt auch nicht, also da, da war es in der ersten Staffel schlimmer, da sahen, äh, manche wirklich irgendwie aus wie, wie sonst was, naja. Im Hintergrund wird dabei dann auch, also, da wird dann auch eine Verbindung gezogen, weil während er darüber redet, äh, steht im Hintergrund Theo dem auch schon so die Tränen kommen, ne, weil bei ihm ist das ja gar nicht so unähnlich mit seiner Mutter. Also, der fühlt sich wahrscheinlich auch selber schuld an deren Toten. Ja, da kommt das eben auch durch und dann sagt er, ey, kommst du? Wir wollen los? Mmh, ja, das muss er dann auch, glaub ich, so ein bisschen überspielen, ne? Ja, genau, dann, dann gehen sie beide halt weg, äh, wohin auch immer, aber auf jeden Fall, um das Pferd zu retten. Und dann sehen wir, dass Estrid etwas zu verbergen hatte und zwar nimmt sie das inzwischen glühende Messer aus dem Feuer und schlägt ihre Haare zurück und man sieht, im Nacken hat sie das Zeichen, welches wir schon bei anderen Wildmenschen gesehen haben. Und dieses aber versucht sie jetzt mit dem Messer, sie legt sich die glühende Klinge auf den Nacken und das ist das Letzte, was wir dann von ihr sehen. Genau, sie, äh, brennt sich das weg unter, äh, ziemlichen Schmerzen. Ja, also ich, ich habe es irgendwie kommen sehen, tatsächlich. Ich vielleicht nicht so direkt, aber ich dachte mir, weil nämlich die Tatsache, dass sie da irgendwie eher so friedlich rum sitzt, anstatt dass sie fieberhaft nach ihrem angeblichen Versprochenen sucht, dass da wohl ein bisschen mehr bei ihr noch hinter steckt. Aber ich wusste jetzt nicht genau, was es in die Richtung geht. Aber, das zeigt ja eben auch sofort, dass sie sich von einem alten Pfad offensichtlich abkehren möchte. Ja, oder aber, dass sie zumindest, ja, obwohl, ja, will sie sich ab, auf jeden Fall will sie, will sie, will sie was kaschieren und das merkt man schon so länger, ne? Ja, ja, das ist auch wieder wahr. Aber, äh, wir kriegen ja von ihr dann erstmal nichts mehr zu sehen, denn, äh, wir folgen, äh, Theo und Isildo auf diesem nächtlichen, äh, Pferdediebtrip in einen relativ dunklen Wald, wo mehrere dieser Wildmenschen am Feuer sitzen. Und, da muss ich jetzt sagen, ich hatte da auch nochmal nachgesehen, also jetzt so beim zweiten Mal kann ich mich schon mehr damit anfreunden, aber beim ersten Mal fand ich dieses Wildmenschen irgendwie sehr diffus. Weil, ganz ehrlich, Ada ist noch gar nicht lange am Drücker und das hier können ja eigentlich nur welche sein aus den früheren Südlanden, die sich ihm jetzt angeschlossen haben. Also, das ist ja nicht förmlich ein eigener Menschenschlag jetzt hier, oder? Die sind ja auch nicht super, die haben ja entsprechend nur so ein provisorisches Lager, ist ja nicht so, als hätten sie irgendwo eine Festung oder sonst wie, es ist einfach eine Räuberbande aus Wildmenschen. Ja, 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 dieser Überbegriff wilde Menschen hat mich so ein bisschen irritiert, aber ich hab dann tatsächlich nochmal nachgesehen, das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass das hier schon so ein bisschen in, in, in die Lore passt des zweiten Zeitalters. Also, da ist zumindest die Rede davon, dass solche auch im westlichen Teil des späteren Gondors ihr Dasein gefristet haben. Ja, ich meine sogar, ich meine sogar, die kriegen hier und dort Erwähnungen in Rückkehr des Königs und ich meine, von denen gab's dann auch Tabletop-Figuren sogar. Okay. Das, das weiß ich dann durch meinen Bruder, der hat die früher gesammelt und bemalt und, ähm, ich meine, die hatten dann extra, das sind welche halt, die nicht wirklich in den Film vorkamen, aber die haben das entsprechend, für Tabletop haben die das expandiert und dann so basierend auf den Designs von den Filmen, obwohl es dann keine direkten Designs für die gab, dann eben dann eigene Sachen entworfen. Dann, dass das zu den Designs in den Filmen dann passt, ja. Ich hatte im Moment nachgedacht, äh, ob es vielleicht die wilden Menschen aus dem Dunland sind oder vielleicht irgendwelche Vorläufer davon. Ja, durchaus Vorläufer, kann gut sein. Also, es gibt da alle möglichen irgendwie Splittergruppen, die da so ihr eigenes Ding versucht haben. Ja, das ist, das kann definitiv ein Verweis darauf sein, aber die beiden kommen dort an und, äh, Theo sagt auch hier, da, da ist er, da ist er ange, äh, line-t und, äh, versuche ihn zu retten. Ich sorge für eine Ablenkung und wir sehen die ganze Zeit auch vehement jemand mit einer Axt, äh, gegen einen Baum schlagen. Ja. Ähm, das wird, äh, mehrfach betont und, äh, als Isildur, äh, Isildur schafft es zu seinem Pferd zu kommen, äh, versucht ihn loszubinden. Die werden fast auf ihn aufmerksam, aber dann kommt, äh, Theo aus dem Schatten und lenkt sie ab und sagt, ey, ich, äh, gehöre quasi zu euch und zeigt die Wunde an seinem Arm, die von dem Schwert kommt. Und da sagen sie, das ist aber nicht unser Zeichen. Und er sagt, oh, glaub mir, das ist sehr viel mehr als euer Zeichen. Ja, ich hab, ich hab viel mehr Scheiße für Ada gebaut. Äh, als ihr. Äh, als ihr. Also, letzten Endes haben die Orks mir das eigentlich zu verdanken so ein bisschen auch, ne? Ja, Isildur schafft es dann irgendwie, äh, Beric loszumachen und sich dann auch relativ von dann zu machen mit dem. Diese Männer, äh, wittern dann aber so langsam, dass, äh, Theo, äh, absolut keiner von ihnen ist, weil er sieht auch viel zu gut genährt aus. Deshalb, äh, vermuten sie, dass er wahrscheinlich eher aus Pelagier kommt und, äh, sie jetzt eventuell auch angreifen will. Und dann heißt es auch, ja, äh, also die haben zuletzt drei unserer Lager, äh, überfallen und deswegen zahlen wir es ihm jetzt heim. Aber bevor sie das machen können, fliegt eine Axt aus der Dunkelheit und trifft einen der Männer. Ja, und, äh, mehrere andere werden dann plötzlich, äh, aus der Dunkelheit, äh, fortgerissen. Mhm. Und basierend auf den Soundeffekten wusste ich sofort, was da Sache ist. Äh, ja, man konnte es sich ein bisschen denken, tatsächlich. Theo eher nicht, der ist also die, hier, die, die Wildmenschen, die, äh, realisieren, das ist ein Hinterhalt. Theo, äh, macht sich von dannen, ein Kampf entbrennt im Hintergrund, wortwörtlich entbrennt. Und, äh, bevor Theo es sich versieht, baut sich etwas sehr, 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 sehr Großes vor ihm auf, reißt ihn von den Füßen seiner Axt, äh, äh, die er irgendwie, doch, hat er, hat er eine Axt? Er lässt auf jeden Fall eine Axt fallen. Ich glaube, das ist die, die, äh, vielleicht hat jemand anderes die fallen gelassen und da hat sich einfach eine gegriffen, ich weiß nicht mehr genau. Ja, aber er hat auf jeden Fall eine Axt in der Hand. Ja. Ja, aber die lässt er fallen und dann wird er auch geschnappt von diesem großen, knarzenden Ding. Ja, äh, wo Tolkien-Fans und auch wahrscheinlich Film-Fans schon so ein bisschen ahnen könnten, was hier anrollt, äh, in der vierten Folge dann. Er ruft noch nach Isildur, Theo, also kann noch nach Isildur rufen, aber, äh, ja, dem bleibt dann auch nichts anderes übrig, als ihn jetzt zu suchen. Mhm. Das kriegen wir dann aber gar nicht mehr zu Gesicht in dieser Folge, sondern wir wechseln rüber zu Isildurs Heimatinsel Númenor, wo jetzt die Glocken läuten, denn, äh, Miriel tritt ein zur Krönung, in einem vollen Saal, komplett in weiß gekleidet. Und da hat mich die Serie überrascht. Okay. Weil ich dachte, Pharrason nutzt die Tatsache aus, dass sie blind ist und kleidet sie gegen ihren Willen in Rot. Nee, er kleidet sich in Rot. Genau, stattdessen trägt er Rot, aber ich hatte irgendwie damit gerechnet. Und das ist schon verboten irgendwo, ne, dass er Rot trägt. Ja, da hat mich die Serie überrascht. Er trägt Rot, sie trägt Weiß. Sie machen sich für die Krönung bereit, aber bevor das vonstatten gehen kann, kommt, äh, Ein Zwischenruf. Genau. Königin der Lügen, ruft da jemand, äh, Zwischen und der Gelehrte, äh, vor dem Miriel ja jetzt hier steht, also sie hat sich so relativ alleine doch zum, zum, ich sag jetzt mal einfach Podium, äh, vorgetastet und, äh, äh, ist dann aber doch so ein bisschen auf, auf Elendil. Die nimmt so ganz kurz seine Hand, geht aber dann trotzdem weiter, steht dann vor seinem Gelehrten und will dann schon halt so, ja, blind nach dem Zepter greifen, bis dann eben dieser Querulant dazwischen kommt, was dann schon für diesen Gelehrten vor ihr, äh, ein absoluter Frevel ist, weil laut ihm dürfen nur Könige oder Königinnen hier Einspruch erheben. Aber da Miriel ja so, äh, bürgernah ist, ergreift sie das Wort und meint dann, ja, ich höre euer Leiden, ich höre eure Wut und eigentlich teile ich beides sogar und, ja, wir haben gelitten, wir haben geblutet, aber wir werden unseren Kurs finden und wenn jetzt hier noch jemand sprechen will, dann sollte derjenige, welcher sich vorher die Frage stellen, für wen er das eigentlich tut, also für seine Toten, für die Heimat oder eigentlich nur für sich. selbst. Und dann gibt es noch einen Einspruch von, äh, jemandem, den ich in dieser Szene, äh, hattest, hattest du die Person auf dem Zettel? Äh, ich muss gerade überlegen, wer es war. E-Arien. Ach ja, richtig, genau. Ähm, naja, ich, äh, nicht direkt in dieser Situation. Ja, aber sie kommt, äh, dazu. Genau, denn, äh, sie will für ihren Bruder sprechen. Ja. Tritt, äh, dann ein, äh, vor aller Augen, hat, äh, den Palantir, äh, in der Hand unter einem Tuch, reißt es dann weg und, ja, offenbart dann, dass die Königin sich anscheinend davon hat leiten lassen und dann wirklich so in so einem Satz, hier, dieser Elbenhexenstein, das ist in Wahrheit eure Königin. Genau, und sie wirft es, äh, die Treppe hinunter und das fand ich so eine schöne Reminiscenzenz an das Buch, weil dort fällt ja der Palantir, ähm, die Stufen von Isengard herunter. Äh, dort allerdings zerbricht die Stufe, hier scheint das nicht der Fall zu sein. Ja. Aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr hart, äh, wie die Kugel da auftrifft und, äh, sorgt für ordentlich Aufruhr. Ja, ja, und Elendil mahnt, äh, sie dann eigentlich auch vorher, äh, schon zur Ruhe, ne, also da rumort es in dem Raum und, äh, die Kugel rollt dann ausgerechnet Pharrason vor die Füße, der dann, äh, äh, auf Eaarien reagiert und meint dann, ja, also das sind doch Lügen. Äh, Numenors Herrscher würden doch niemals auf irgend so ein elbisches Artefakt vertrauen und meint dann, ja, hier, nehmt es an euch, zerstört euch. Und, äh, ja, wer dann dagegen protestiert, ist Miriel. Ja. Denn der Palantir ist Ira und nicht nur, äh, dass sie den im Besitz behalten will, sondern, dass sie ihn brauchen. Mhm. Elendil will ihn dann aufheben, wahrscheinlich dann eher für sie so in Anspruch nehmen, wird dann aber rein durch die Berührung schon zurückgeschleudert. Ja, das ist zu mächtig für ihn. Und, äh, ja, dann, äh, Shit hits the Pan, da, ja, gibt's einen richtigen Aufruhr, würde ich sagen. Also die, ja, die beiden Elendil und Miriel werden auseinandergetrieben, reichen sich, versuchen ja auch noch nicht die Hände zu reichen. Ja, er will sie in Sicherheit bringen, die Soldaten müssen da wirklich schon für Ordnung sorgen, weil da sind ja wirklich Protestrufe hier, äh, Elbenmagie, dunkle Magie und, äh, was weiß ich, ne? Also, das ist nicht gut angekommen, dass sie den Palantir für sich beansprucht. Es sieht aus, es sieht aus wie eine Numino-Version von der Kapitolsstürmung. Äh, ja, es hat mich ehrlich gesagt, es hat mich ein bisschen, ja gut, du hast jetzt House of the Dragon noch nicht gesehen, aber da sind durchaus ähnliche Motive drin. Äh, also hier, also auch schon bei der Reaktion von Pharrason hatte ich das Gefühl, das ist ja alles, äh, inszeniert von ihm. Ja, der hat's, der hat's genauso geplant und, äh, dann kommt etwas, was ihm noch sehr viel mehr in die Hände spielt. Obwohl da dann jetzt die Frage ist, äh, hat er das vielleicht auch manipulieren können, was dann da jetzt passiert? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist dann tatsächlich... Schicksal. Manwe hat Riesenadler geschickt, ja. Ja, es ist das, was, äh, womit wir gerechnet haben. Ein großer Adler kommt, angeflogen. Der leider sehr digital aussieht, muss ich sagen. Ich hätte nicht wirklich ein Problem mit dem Adler. Mmh, also, äh, ich weiß nicht, ich finde, sie hätten den von weiter weg zeigen sollen nur und nicht so, nicht so stark im, im Profil. Das ist eben auch das Problem, wenn du etwas animierst, was du auch aus deinem Alltag kennst, nur ein bisschen anders. Ja. Weil du weißt, wie ein echter Adler aussieht, wie sich ein echter Adler... Aber dieser Adler ist einfach größer, aber ist letztendlich immer noch ein Adler. Und, äh, je, je echter irgendwie... Und das hat dann diesen, ich weiß nicht, gewissermaßen fast schon an Kenny Valley-Effekt dann halt. Das ist halt so, wie wenn du Hunde animierst in einem Film, weißt du? Weil du halt tagtäglich irgendwie auch Hunde siehst und weißt, wie sie sich eigentlich bewegen müssten. Und das ist vielleicht hier der Effekt so ein bisschen. Ich hatte jetzt nicht wirklich große Probleme damit, weil letztendlich ich ja auch weiß, dass das kein echter Adler ist. Und deshalb stört mich das nicht wirklich. Ist aber schick inszeniert, wie der, äh, auf Amenelos, äh, zusteuert, ne? Also das sah schon... Ja, mit so einer Ego-Perspektive dann. Und dann, äh, landet er dort und, ähm, favorisiert dann anscheinend Pharsson. Genau, äh, der tritt, äh, vor zu ihm, also zu dem Adler. Und Belsegar, äh, äh, stimmt dann so ein, so ein Chor ein, äh, an Pharsson, Pharsson, ne? Ja. Und, äh, äh, da, äh, äh, gibt's dann natürlich Gruppenzwang, wie man das so schön kennt. Und dann, äh, also alle machen mit. Der Adler weht anscheinend Pharsson, der zieht sein Schwert und ist jetzt hier der neue König anscheinend. Musstest du auch ein bisschen an Black Panther denken? Äh, ja. Es gibt durchaus Parallelen. Und, äh, man hört, äh, im Hintergrund, äh, das Numino-Thema allerdings diesmal, etwas unheilschwanger in Moll. Oh, okay, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Jaja, gerade das Ende ist, äh, ist etwas düsterer, als man das Thema sonst so hört. Und es wird dann ja eigentlich auch auf dem Bildschirm schon düster. Könnte man zumindest denken, also wir, wir springen ja auf Schwarzbild. Hier hätte echt der Cut sein müssen, oder? Japp, genau. Aber es geht dann noch weiter. Womit eigentlich? Äh, es geht weiter, äh, also wir haben noch eine relativ kurze Szene eigentlich, äh, von der Schmiede in Eregion, wo jetzt gezeigt wird, wie, äh, ja, man, man hat ja in der vorherigen Szene, also mit denen da schon gesehen, dass dort, äh, die Schmiede, äh, neu präpariert wird. Und, äh, jetzt sehen wir eben, wie dort, äh, die Ringe vorbereitet werden für die Zwerge. Die Lisa und Zwerge, äh, die Zwerge... hört man dann schon so unheilschwanger, körperlose Stimmen. Und dann endet das, glaube ich, Ganze mit so einem ... Also, Anna Tau und Kille Brimbo, die so da nebeneinander stehen und sich dann so ein bisschen anerkennend anschauen und dann natürlich auch auf ihr Werk und dann ist Schluss. Aber ganz ehrlich, hätte die vierte Folge nicht hiermit anfangen können oder so? Ja, vielleicht. Ich meine, die wollten vielleicht noch etwas spannenderes haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall etablieren sie hier ja, dass hier Sauron sehr viel mehr noch seine Hände im Spiel hat als beim Fall der Elbenringe. Ja, ja, da kann man das jetzt schon dann ... Also, da kann ich dann über den Magie-Aspekt hinwegsehen, aber das machen sie hier jetzt halt überdeutlich. Und letztendlich ist es ja auch in der Lore so, dass er drei von den Zwergenringen wiedererlangt als Sauron. Ja, ja, genau, richtig. Aber so viel haben die Zwergenringe gar nicht gebracht, weil die Zwerge sich als sehr, sehr starkköpfig und widerstandsfähig erwiesen haben. Also, die wurden nie wirklich aufgezehrt davon. Genau. Aber deren Gier wurde gewaltig verstärkt. Und ja, das könnte ... Ohne jetzt hier zu spoilern, aber man ... Also, da bahnt sich was an auch, glaub ich, zwischen Durin und seinem Vater, was das angeht. Ja, gut, ich hab ja schon alles gesehen, will jetzt ja auch nicht so viel vorwegnehmen. Aber damit sind wir tatsächlich am Ende und nicht nur am Ende der dritten Folge, sondern auch am Ende dieses wirklich riesigen Recaps zu den ersten drei Episoden. Ja. Ich bin gespannt, wie lang das am Ende wird. Oh Gott. Ähm, ja, aber jetzt ist es unsere Aufgabe noch tatsächlich, ja, ein gewisses Fazit zu ziehen zu den ersten drei Episoden. Und da würd ich sagen, lasse ich dir den Vortritt. Genau, dieser offizielle Start ja jetzt. Und ihr alle, die ihr zuhört, habt ihr jetzt auch schon wahrscheinlich dann alles durchgebinged, wenn ihr dann darauf steht oder halt mindestens halt in einer ... Hate Watch. Ja, in einer gewissen Zeit halt geguckt, damit ihr dann uns zuhören könnt. Oder aber ihr hört einfach uns so zu, weil ihr euch um Spoiler nicht schert. Ist ja auch schön. Jeder, wie er will. Ja, ich meinerseits fand, das war ein schönes Wiedersehen mit schon bekannten Charakteren und ein cooles Kennenlernen von neuen Charakteren. Ich war ja der Serie von Anfang an dann noch sehr aufgeschlossen, sobald sie startete. Und ich stimme dir absolut zu, dass nichts über den grandiosen Einstieg von Episode 1 jetzt hier hinwegkommt. Weil der war wirklich großartig, einfach mal was total anderes. Aber ich fand dann doch letztendlich viele Handlungsstränge sehr interessant. Am wenigsten interessant fand ich dann tatsächlich bisher die Sachen in Pelagir. Das hat nämlich nicht so gecatcht, aber vielleicht kommt da ja noch irgendwie was. Aber ansonsten, ich hab mich gefreut, die Zwerge wiederzusehen. Ich hab mich ja gefreut, mit den Halblingen und dem Stranger wieder Abenteuer zu erleben. Und was da noch so alles passiert, wurde von einigen Sachen hier und dort überrascht. Und ich fand's insgesamt nach wie vor ganz zauberhaft. Und ja, auf jeden Fall war das für mich ein cooler Start für das, was jetzt vielleicht noch kommt. Und ja, das Tempo ist ein bisschen angezogen. Aber andererseits, ironischerweise, lassen sich dann doch sehr viel mehr Zeit von Szene zu Szene, was ich sehr schön finde. Sie lassen alles ein bisschen mehr sacken. Alles hat so ein bisschen mehr Zeit zum Atmen, weil jetzt ja auch schon vieles etabliert ist. Außerdem ist dir etwas aufgefallen bei dieser dritten Episode. Das ist im Prinzip eine Premiere. Das ist die erste Folge der Serie, wo Galadriel nicht vorkommt. Ach, okay. Deshalb hat sie mir so doch ganz gut gefallen insgesamt, glaube ich. Hier kommt dann einfach ihr Handlungsstrang nicht zum Tragen, weil das letzte Mal haben wir sie in Episode 2 gesehen. Und hier kommt sie eben nicht vor. Ja, man merkt es aber schon, dass sie durchaus ... Sie ist nicht mehr der Mittelpunkt der Serie. Ja, sie ordnet sich ein bisschen mehr dem Ensemble unter. Weil letztendlich halt ihr großer Arc wurde irgendwie größtenteils erzählt in Staffel 1. Jetzt ist sie halt ein bisschen ... Jetzt ist sie an einem Punkt angelangt, von wo man erst mal sieht, wie es vielleicht mit ihr weitergeht. Es kann nur besser werden. Also, ich muss auch sagen, ich hasse sie in dieser Staffel bisher nicht. Sie ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Und auf der anderen Seite frage ich mich aber so, warum eigentlich überhaupt hingenommen wird, schon seit der ersten Folge eigentlich, dass sie diesen Elbenring jetzt einfach behält. Also, Gil-Galat hält überhaupt nichts von der. Die baut nur Scheiße. Und dann gibt man der da diese Macht in die Hand. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Weil ich glaube, der hat auch das Zeichen gedeutet, oh, der Ring hat sich ja sie ausgesucht. Der hat das eben aufgehoben. Aber jetzt zu ihr gerollt. Von selbst. Bei Magie. Ja, oh, nicht schon wieder Magie. Nein. Nicht mehr heute. Insgesamt kann ich sagen, also, die erste Folge mochte ich am liebsten. Ich glaube, das hat man ja auch rausgehört. Die zweite und die dritte waren für mich dann beim ersten Mal zumindest ein gewisser Dämpfer. Die sind jetzt durch die Zweitsichtung beide ein bisschen gewachsen. Aber, ja, ich muss leider sagen, nach dem vielversprechenden Auftakt dümpelt das Ganze wieder so ein bisschen für mich hin. Also, es ist nicht so, dass das, äh, ja, also, ja, gut, das mit Elendil ist, ist okay. Aber, äh, weiß ich, das zwischen Aaron, dir und Theo, das ist für mich wirklich kurz vor totaler Langeweile. Aber das hat jetzt hier auch nicht so, äh, Raum eingenommen. Also, bei der ersten Staffel muss ich ja dazu sagen, war das ja bei mir so, äh, dass ich den Anfang der Serie wirklich nur so okay fand. Und dann gab es so bis zur Mitte für mich so einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Hier ist es nicht so, dass es jetzt total bergab geht. Aber es ist von einem so wirklich interessanten und leicht optimistischen Anfang bei mir jetzt so ein bisschen wieder abgesackt. Die, die kommt wieder so ein bisschen, also, ich, ich finde auch, ja, das Tempo hat zwar angezogen, aber dafür verbringen wir sehr viel Zeit mit Nebensächlichkeiten, hab ich das Gefühl. Letztendlich arbeitet da alles auf etwas zu, aber es ist, kommt halt irgendwie vor. Teilweise hab ich irgendwie leider das Gefühl, die wiederholen mehrfach Info, die wir schon kennen, in mehreren Dialogszenen. Irgendwie das tritt so ein bisschen auf der Stelle zwischen bestimmten Figuren. Ja, das wird repetitiv. Ja, es ist ein bisschen repetitiv. Und das ist tatsächlich ein Kritikpunkt, den ich habe. Das gab es leider in der ersten Staffel auch schon. Aber insgesamt, ja, ich, ich frage mich halt so, ob sich Amazon so ein Gefallen damit tut, diese drei Folgen auf einen Schlag zu veröffentlichen, weil hätten sie, glaube ich, nur die erste rausgefeuert, dann, dann wäre, glaube ich, so echt ein Fix durch die, durchs Internet gegangen. Ja, ich weiß echt nicht, was genau deren Plan dahinter war. Ich, ich weiß wirklich nicht, was sie genau da geritten hat. Weil letztendlich so als Dreigestirn hat das für mich ganz gut funktioniert. Aber letztendlich, ja, das ist vielleicht jetzt nicht der, der Mega-Vorteil, das so zu machen, selbst wenn sie das vielleicht jetzt auch wieder mit einer Doppelfolge gemacht hätten. Vielleicht wollten sie einfach, dass sämtliche Handlungsstränge, die wir schon aus der ersten Staffel kennen, dass die mal vorkommen. Denn wir müssen hier schließlich bis Episode 3 warten, bis Núminor kommt. Vielleicht ist das der Grund. Ganz sicher kam Núminor nicht, äh ... Ja. Núminor kommt erst jetzt ab Folge 3. Okay, oh gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht der Grund ist. Dass sie halt einfach aufgrund der Struktur, wie sie die Episoden strukturiert haben, dass man eben so lange warten muss bis Núminor und auch vor allem, was ist mit die Silo passiert und so. Oh mein Gott! Ja. Genau, und ich glaube, dass das der Grund ist, warum die drei jetzt auf einmal kommen. Ja, es könnte aber auch natürlich ... Man darf nicht vergessen, dadurch haben sie ja jetzt auch das Release-Fenster der gesamten Serie verkürzt. Es kann damit zusammenhängen, dass sie ... Also ich meine, da wird ja auch geschachert mit ... Von wegen, die Leute können dann ihr Prime-Abo nicht an den und den Tagen kündigen und so weiter und so fort, ne. Ähm, und natürlich auch vielleicht auch so ein bisschen Bedenken im Hinblick darauf, dass man es der Serie vielleicht nicht mehr zutraut, über acht Wochen irgendwie einen gewissen Hype zu generieren. Also das war ja bei The Boys zuletzt auch so. Das ist ja wirklich genau dieselbe Release-Strategie. Aber wie gesagt, ich glaube, die erste Folge, die hätte richtig reingezuckert alleine. Ja, ich glaube auch, wenn die dann einfach so ... Wenn die jetzt so der alleinige Start gewesen wäre. Und vor allem, man kann dann ja auch noch da ... Noch weiter dann die Spannung melken geben. Aber wir haben ja noch gar nicht alle gesehen. Was mit den Zwergen? Was ist mit die Sealedor? Weißt du, dann hätte man wirklich noch so ein bisschen die Spannung aufrechterhalten können durchaus. Ja. Aber je nachdem, die Leute ... Es stehen gut bezahlte Leute hinter dieser Entscheidung. Und die werden da wohl sich irgendwie was bei gedacht haben. Ja, und vor allem bei den Behind-the-Scenes, wo sie schon viel zu viel gespoilert haben. Aber Let It Be ... Ja, insgesamt für mich ein solider Auftakt, sage ich mal. Ja, aber wie es dann weitergehen wird, werden wir dann ja in der nächsten Woche erfahren, wo uns dann nur eine Folge ins Haus steht. Das ist ja dann die vierte. Da kann ich schon mal sagen, Lasse, da wirst du ja noch mal zugegen sein. Genau. Weil das wird für dich ja, glaube ich, ein besonderes Anliegen. Sagen wir es mal so. Ganz richtig. Ich wollte gerne sicherstellen, dass ich da dabei bin, ohne jetzt hier etwas verraten zu wollen. Deshalb bin ich jetzt dabei. Und dann bei Folge 5 und 6 werde ich nicht dabei sein, weil ich dann im Urlaub bin. Und ab Folge 7 werdet ihr mich dann wieder hören. Genau. Und zwischendurch werde ich das Ganze mit dem lieben Kollegen Sven wuppen. Wir haben ja auch schon House of the Dragon zusammen besprochen. Und der wird sich wahrscheinlich dann auch freuen, dass die Besprechungen zu Rings of Power nicht ganz so lang werden, weil ich glaube, der Rekord bei House of the Dragon war wirklich in der Roh-Version, ging es, glaube ich, einmal wirklich fast schon auf fünf Stunden zu. Ach du Scheiße. Ich werde dann aber trotzdem, wenn ich dann bei Episode 7 wieder dabei bin, werde ich dann kurz mein Fazit für Episode 5 und 6 dann geben. Damit wir dann up to speed sind und alle wissen, was ich denke. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir das. Ich bin wirklich gespannt, bei was dann diese Folge herauskommen wird. Ja, wir mussten jetzt halt wirklich drei Episoden in einen Recap stopfen. Wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß da draußen. Wenn ja, lasst es uns wissen. Wenn nein, lasst es uns auch wissen. Ob nun beim YouTube-Upload oder ganz klassisch auf tele-stammtisch.de. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Oder aber, wenn ihr uns direktes Feedback geben wollt, dann könnt ihr auch gerne mal auf unserem Discord-Server, also auf unserem Community-Hub-Discord-Server vorbeischauen. Den Link findet ihr wahrscheinlich auch irgendwo hier in den Shownotes. Damit würde ich sagen, sind wir durch, lasse vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Und ja, ihr da draußen, wir hören uns dann nächste Woche nochmal in dieser Konstellation, wenn ihr wollt oder auch nicht. Und bis dahin, Namarie. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.